und je nachdem welchen Charakter man wählt, gibt es auch verschiedene Endbosse und völlig andere End-Sektionen. Jetzt gerade, also ich finde Feral Pigman mit den Run machen, nicht Aether? Vielleicht machen sie auch im Koop, ich weiß es gerade nicht. So, willkommen alle zu Seiken Netsutsu 3. Dieses Spiel war ein Spiel, die sich in 1995 veröffentlicht hat. Es ist Teil der Mane-Series. In der offizielle Channel stehen Aether und Pink Pigman, beide drin. Vielleicht machen sie es in der Koop. Ja. Und das ist Seiken Netsutsu 3, ein Spiel, die nie aus Japan kam. Wir machen jetzt die Dragon Emperor Route. Es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Storylines im Spiel. Ihr Storyline ist an zwei Charaktere gebunden. Jetzt haben wir hier den Dragon Emperor. Das ist ganz lustig, weil die beiden, glaube ich, nicht ganz so sattelfest in dieser Route sind, wie in den anderen. Aber naja, werden wir sehen. Ich lasse es jetzt erst mal allein, wenn irgendwas ist. Ich sitze oben, haupt mich einfach 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 nicht an. Ja, danke dir. Viel Spaß. Ja, danke. So, in Dragon Emperor, die Route ist zumindest ein bisschen anspruchsvoller, was den Speedrun angeht. Das sind auch keine kleinen Änderungen. Die Routen sind schon echt grundverschieden. Also, ich sag mal, je nachdem welchen Boss man nimmt oder welchen Charakter man nimmt, ist das letzte Drittel des kompletten Spiels eigentlich fast komplett anders. Also, es ist nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit. Und wie gesagt, jeder Charakter hat ein anderes Intro. So wie bei Secret of Mana startet man nicht direkt mit allen drei Charaktern, sondern man startet mit einem und kriegt die anderen beiden Charakter im Laufe des Spiels in der Zoo. Ja wirklich? Ähm... Ja. Das Problem an Zaubern in diesem Spiel ist allerdings, dass Zaubern sehr, sehr lange dauert. Also, ich sag mal die Animation. Jedes Mal, wenn die Zauberanimation kommt, wird das Spiel in der Zeit komplett angehalten. Und es nimmt unheimlich viel Zeit weg und dafür, dass so viel Zeit für diese Animation drauf geht, macht es einfach zu wenig Schaden. Deswegen ist Zaubern eigentlich nicht so richtig effektiv in dem Spiel. Es dauert einfach zu lange und dafür macht es zu wenig Schaden. Deswegen wird eigentlich auf Zaubern komplett verzichtet. Ähm... Der Grund, warum Angela jetzt als erstes gepickt wird, ist, dass die... Die wird eigentlich in dem kompletten Spiel eher als Heilerin... Ähm... ...fungieren. Ähm... Ähm... In der zweiten Hälfte des Spiels kann ich auch noch als Debuffer slash... Äh... Ja, ich hatte... Der Volt sollte eigentlich auch noch mit am Start sein, aber ich glaube, der hatte mir schon vor der Marathon begonnen, hat er mir... Oder zumindest hat er mir erzählt, dass er abgesagt hat. Ich weiß nicht, ob er das jetzt offiziell auch gemacht hat, aber... Zumindest bei mir hat er das gemacht. Und... 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 Das ist, äh... Der Nachfolger von Secret of Mana. Im Prinzip ist das Secret of Mana 2. Und... Im Prinzip ist das Secret of Mana 2. Und... Uh... Versatility, äh... Good Constitution, which is a very, very interesting stat. Äh... It's very good, äh... High HP. Und... She also has debuffs, when you do the class changes. So... Uh... 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 He's a good character in regards to... Uh... 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 Final Fantasy Adventure, so wie es genannt wird. Uh... Von Angela. Uh... This is a pretty interesting route in actually. Because you have to manage your healing a bit very well. And you have to manage your money very well, because you don't a healer. So, das kümmern wir auch schon sehr epische Musik, also meiner Meinung nach Soundtrack, einer der besten Auseinandersetzungen bei Nintendo. Das Spiel hat unfassbar viele sehr, sehr geile Soundtracks und vor allem, was ich persönlich richtig geil finde, ist, dass teilweise jeder, also es gibt unheimlich viele Boss-Themes, also fast jeder Boss hat eine andere Musik. Und das ist jeder Soundtrack, sehr geil. Ich glaube, es ist ein paar Sachen zum generellen Kampfsystem zu sagen. Es ist vom Kampfsystem her ein bisschen anders als Secret of Mana. Und zwar in Secret of Mana wisst ihr ja bestimmt noch, habt ihr immer diese Stamina-Bar gehabt, diese Ausdauerleiste, die, wenn ihr mit einer Waffe was gemacht habt, dann wird die von 0 auf 100 gehen und sobald ihr auf 100 seid, habt ihr wieder die volle Angriffskraft. Das ist hier ein bisschen anders. Das ist hier ein bisschen mehr auf Klopperei aus, sag ich mal. Also letztendlich könnt ihr einfach reinrennen und die ganze Zeit den A-Knopf spammen. Allerdings habt ihr in gewisser Weise, oder das Spiel hat, ich sag mal, eine Abklingzeit eingebaut. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach drauf losfeuern wie sonst was, sondern, ich sag mal, nach jeder Attacke muss sich euer Charakter, sag ich mal, für eine Sekunde oder so ausruhen, bevor ihr wieder ganz normal angreifen könnt. Aber es gibt jetzt keine Ausdauerleiste wie in Secret of Mana. Es gibt allerdings einen Weg, wie man das mit einem kleinen Glitch ein bisschen verschnellern kann. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir den zweiten Charakter im Spiel haben. Das ist etwas, was ich noch nachholen muss. Eine weitere Sache, die hier auch neu eingeführt ist, ist, es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus. Und jetzt gerade haben wir Nacht und es gibt ein paar Sachen, die sich auch durchaus verändern von Tag auf Nacht hin. Und in der Nacht hast du zum Beispiel andere Gegner, oder die Läden sind geschlossen. Außerdem gibt es jeden Tag auch einen anderen Mana-Tag. Es gibt dann immer, also es gibt genauso wie in Secret of Mana halt die acht Mana-Geister hier, die wir auch im Laufe des Spiels befreien müssen. Und jeder Tag hat quasi einen anderen dazugehörigen Mana-Geist. Es gibt dann mal den Mana-Geist für Feuer, den Tag für Wasser, wie auch immer, oder für Eis. Und je nachdem, welcher Tag es ist, werden die dementsprechenden Mana-Geister auch dementsprechend stärker. Das ist im Laufe des Runs durchaus wichtig, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber das Element wird dann halt für den Tag stärker. Es gilt sowohl für die eigenen Zauber- oder für die eigenen Elemente, als auch für die Gegnerischen. Was ich jetzt hier kaufen will, wird am Anfang neun Candies kaufen, zwei Medical Herbs und ein Seil. Die Items werdet ihr, denke ich, alle noch aus Secret of Mana kennen. Das sind auch exakt die gleichen. Das heißt, das Candy stellt ganz normal 100 Health Points wieder her. Das Medical Herb befreit von Statuseffekten und das Seil bringt einen am Anfang des Dungeons wieder zurück. Leider kann man das Seil in diesem Spiel nicht wirklich sehr oft benutzen. Das ist ein bisschen schade, weil in Secret of Mana konnte man das deutlich öfter benutzen. Aber hier, also die Hälfte aller Dungeons funktioniert das Seil überhaupt nicht. Ich glaube, das Seil wird in dem ganzen Spiel, äh, lasst mir die Lügen, vier oder fünf Mal benutzt. Also es ist nicht so viel, dafür, dass das Spiel sehr lange ist. So, wir suchen jetzt als Angela, suchen wir quasi einen Weg wieder zurück in unsere Burg zu kommen, beziehungsweise daraus zu finden, was da mit der Prinzessin, mit der Königin bzw. mit dem dunklen Prinzen auf sich hat. Deswegen sind wir jetzt in diese Stadt geflohen und ja, wir sehen ein sehr grelles Licht da draußen. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was es damit auf sich hat. Das Problem in diesem Spiel, sagt Farrell auch gerade, ist, dass man nicht in Secret of Mana wie in Secret of Mana einfach nur drauf losrennen kann, sondern sobald irgendwo ein Gegner in der Nähe ist, geht der Charakter automatisch in diese Kampfposition, werden wir jetzt hier gleich sehen und damit bist du deutlich langsamer. Ähm, das ist sehr, sehr blöd, logischerweise, weil man, gerade am Anfang willst du eigentlich nur durch die ganzen Gegner durchrennen, weil die alle nicht so viele Erfahrungspunkte geben und es sich da nicht lohnt, die jetzt kaputt zu machen. Er wird jetzt hier den Gegner, diesen kleinen Rabber, jetzt wird er, oder den Progepuschel, wird er jetzt hier zerstören. Gegner respawnen erst, nachdem man zwei komplette Bildschirme weitergegangen ist. Das heißt, er ist jetzt hier nur in einen weitergegangen. Äh, jetzt hat er hier den Story Trigger, weil er diese Fee findet und sobald er gleich wieder zurückgeht, wird der Gegner nicht respawnen. Das heißt, er kann in einem durchrennen, deswegen hat er da jetzt gerade den Gegner gekillt. Also, die Fee, äh, erzählt uns jetzt hier von dem Hiding, oder von dem Mana-Land, dass es halt Probleme damit gibt, weil das Mana verschwindet, ähm, und schließt sich uns dann dementsprechend an. Und wir haben nicht so richtig die Ahnung gerade, was jetzt gerade überhaupt abgeht. Äh, deswegen nehmen wir das jetzt erstmal so hin und, ja, haben gerade eine Explosion in der Stadt gesehen, aus der wir gerade gekommen sind, deswegen. Ähm, wollen wir jetzt erstmal gucken, was wieder da abgeht. Ähm, in dem Spiel gibt's gar nicht so viele Glitches, nee, es gibt also absolut keine Sequence, oder irgendwelche Sachen, wie man jetzt einen großen Teil des Spiels überspringen kann, oder so. Ähm, es gibt zwei, ich sag mal kleinere Glitches, die aber schon sehr deutlich, äh, für den Speedrunner nützlich sind. Ähm, ich werde auf beide noch zu sprechen kommen, im Laufe des Spiels. Und wenn wir jetzt in die Stadt zurückkommen, sehen wir, dass sie komplett zerstört wurde. Und, es gibt, äh, generell drei Fraktionen in diesem Spiel, äh, also zu jeder Storyline gibt's halt auch dann dementsprechende Fraktionen. Es gibt halt einmal die, äh, sorry, wenn ich jetzt immer nur die englischen Namen nenne, weil ich spiel das halt auch immer sonst nur, äh, wenn ich, wenn ich, also ich speedrunne das selber, oder ich hab's mal, speedrun, äh, hab ich mir die japanische Version genommen. Die japanische Version ist auch normalerweise, was man normalerweise nimmt, aber jetzt in dem Fall für den Marathon nimmt halt die englische Fan-Translation. Äh, welchen Charakter würd ich für einen Casual-Run empfehlen? Ähm, gute Frage. Das ist, ich hab früher ganz, ganz unabhängig von irgendwelchen, ich hab mir da nicht durchgelesen. Ich hatte damals mal Kevin gespielt, ähm, und wir, das ist genau der Charakter, den wir jetzt hier gerade empfehlen, das ist der Werwolf-Charakter. Ähm, ich hatte mal Spaß mit dem. Muss aber auch sagen, Kevin ist in diesem Spiel mit Abstand der stärkste Charakter, den man wählen kann. Ähm, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ansonsten, weh, welchen kann man für einen Casual-Run empfehlen? Ich, ich, ich bin halt nicht so der Fan von Magie, gerade in diesem Spiel, weil es halt einfach mega lange dauert und es nicht so viel bringt, deswegen hab ich nie Angela oder Kali, äh, oder Charly gepickt. Äh, aber sonst, letztendlich kannst du das wählen, was, äh, dir am besten erscheint. Also, ich fand Duran immer ganz cool, weil er halt so ein bisschen so dieses Epische mit sich bringt, aber, äh, ja, jetzt haben wir hier für den Speedrunner auf jeden Fall den zweiten, äh, zweiten Charakter, Kevin. Und wie schon gesagt, aber Kevin ist absolut unglaublich broken in diesem Spiel. Also, der ist, äh, der trifft, äh, der haut drauf wie so ein Meteor. Ähm, ähm, es gibt zwei Gründe, warum er der stärkste Charakter im Spiel ist. Und einer davon hat mit einem gewissen Glitch zu tun, den man eigentlich so gar nicht vermeiden kann. Ähm, zum einen hat Kevin mit, oder nicht mit Abstand, aber hat auf jeden Fall die meiste Stärke im Spiel. Und Stärke macht halt den physischen Schaden aus. Ähm, deswegen hat Kevin schon mal von Grund auf viel Damage. Ähm, was dann dazukommt, ist, dass Kevin außerdem mit jeder Attacke zwei Hits, ähm, quasi macht. Äh, es gibt Charaktere, die hauen mit jeder Attacke nur einmal drauf. Das heißt, die schwingen dann ihren Stab oder schwingen das Schwert einmal und machst halt nur einmal Schaden. Kevin allerdings haut mit beiden Fäusten jeweils einmal drauf. Und das heißt, er macht mit jeder Attacke zweimal Schaden. So, das heißt, er macht im Prinzip doppelten Schaden. Äh, der einzige andere Charakter, der das genauso macht, ist, ähm, Hawk. Das heißt, der Hawk ist so ein Dieb-Charakter, der hat halt zwei Dolche und haut eben dementsprechend auch zweimal drauf. Ja, aber Kevin hat deutlich mehr Schadenspotenzial. Das liegt an Grund Nummer zwei. Nämlich der Möglichkeit, dass er sich nachts in einen Werewolf verwandeln kann. Und in Werewolf-Form einfach nochmal einen ordentlichen Damage-Boost kriegt. Ähm, das hat dann auch wieder mit einem anderen Glitch zu tun. Und zwar ist das etwas, was man gar nicht vermeiden kann. Denn das Spiel ist ein bisschen, ja, ich sag mal, schlecht programmiert in der Hinsicht. Und zwar, was normalerweise so gemacht sein sollte, ist, dass, wenn man, wenn Kevin sich in einen Werewolf verwandelt, kriegt er einen Stärke-Boost. Und das war's. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, ähm, er kriegt als Werewolf einen Schadensboost. Das ist nach vorausgeblieben. Ähm, aber sobald Kevin in Werewolf-Form Schaden kriegt oder irgendwie etwas seinen Charakter betrifft, das heißt, dass man könnte auch einen Medical Herb auf Kevin schmeißen oder irgendwas, was seinen Status betrifft, ähm, gibt es quasi einen Enrage für ihn. Das heißt, er macht nochmal mehr Schaden. Ähm, ist ein bisschen komisch zu erklären, aber ihr werdet das gleich sehen. Ähm, ne, Kevin kann sich immer in Werewolf handeln. Das muss nur Nacht dafür sein. Ähm, es gibt einen Vampiren im Spiel, aber nicht alles. Als, äh, als selbst spielbaren Charakter. Als bösen, haha, sonst. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz durch die Charaktere durchgehen. Es gibt, äh, drei weibliche und drei männliche. Als weibliche hast du einmal die Angela, die er jetzt gerade hat. Die ist, wie gesagt, sehr gut in Zaubern und offensive Zauber insbesondere. Ähm, dann gibt es Kali, die ist sehr gut irgendwie für defensive Zauber. Beziehungsweise für Heilung. Ähm, dann gibt es, äh, Lise. Die ist eine Amazonin, die zum einen gut draufhauen kann, aber auch sonst viel, ähm, ja so, so Debuffs haben oder generell zaubern kann. Das kann die Gegner halt, äh, mit Statuseffekten halt schwächen auch. Ähm, für die männlichen Charaktere hast du, äh, hast du Durran, das ist ein Ritter, der so einfach eine ganz gute, solide Stärke hat, das ist so ein Paladin-Typ. Äh, dann hast du Hawk, der ein Dieb ist, der auch viel, oder auch gut draufhauen kann und, ähm, auch Debuffs hat, beziehungsweise halt offensive Zauber. Und, ja, ist okay, wenn der eigentlich nur draufhauen kann. Aber das ist halt besonders gut. Hat halt auch ein paar Zauber, aber wie gesagt, Zauber ist für den Speedrun sowieso schon mal relativ irrelevant. Wie gesagt, jetzt wird der R created. Wie gesagt, bissteht ihr, er steht zwei NICE imactory sten. Die Halten pushen wir, sagyscy sind. Bis in die Halte, Ihrer bastachen. Ja, wir haben das Talate, weil wir brauchen wir nicht mehr nicht mehr alsね, die ist gew zusammen Ar where geht. Ja, hier codette es. Ein Teil raus. Ja, ein bisschen besser, aber es geht mal. Ja, ich denke. Ich habe den,</, wir skal mal thatоловđ. EQ, wäre es eine Daniel zu haben. Wir müssen wir uns, um, 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 oder? Ich mache vor der Runden hier in der Umständen, wo wir uns sledieren, wodle- sell und um, um, das Ge verdecketeohl 1200. Ja, meistens eine halbe Stunde. Das ist meistens eine Co-Op-Runde. Ich denke, die Leute erwartet, dass sie ein echtes Co-Op spielen können. Dieses Spiel ist viel schneller, wenn es nur eine Person ist. Ja, es ist. Denn es werden einige Exploits machen, die wir in den Kampf machen, um Kevin ein bisschen mehr ein Beast zu machen. So, wir gehen jetzt aus diesem heiligen Priester in Wendell. Und der erzählt uns von dem Mana-Schwert und wie es das ganze Mana-Land beschützt. Und auch, dass die Mana im Moment halt am Verschwinden ist. Und wenn die halt komplett verschwinden würde, dann würde halt etwas sehr, sehr Schlimmes für das ganze Land passieren. Das ganze Spiel oder das ganze Game ist so auch von der Route her ausgerautet, dass es eigentlich zu jedem wichtigen Bosskämpfen Nacht ist. und man muss auf jeden Fall Nacht haben, um das volle Schadenspotenzial von Kevin ausschöpfen zu können. Man kann halt hier auch in dem Innen einfach ganz normal schlafen. Und man kann sich dazu entscheiden, halt nachts aufgeweckt zu werden. Genau das ist ein Grund. Deswegen ist er jetzt gerade auch da schlafen gegangen, damit es jetzt nachts ist und es gleich für den ersten Bossfight immer noch nachts sein wird. Ähm, wir sind in unserer ersten Bossfight. Ein paar mehr Schrauben und... wir sind da. Oh, Goblin. I guess you want to cover the transition. Oh, transition cancels. Oh, transition cancels, yes. Um... Okay, so... Every time you go through a screen, uh... your characters do their, uh... do a pose when they enter combat, so Kevin does like this pose, and Angela just takes her rod off. Ähm... If you hold down L or R, when you enter a screen, you can avoid that Starlight. Es gibt eine deutsche Fanübersetzung quasi. Und die, wie gesagt, nochmal absolute Empfehlung, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, holt euch das. Es ist sehr geil. Ähm... Krypton ist... Im Prinzip, ja, es ist jetzt... Also, es ist eigentlich für die Bosse normalerweise egal, ob es Tag oder Nacht ist. Äh... Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt, ähm... bestimmte Mana-Attribute, die an bestimmten Tagen stärker sind. Ähm... Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm... wir kämpfen jetzt... Es ist gerade... Weiß ich nicht... Feuer. Äh... Tag des Feuers. Ähm... Dann wäre jetzt, wenn du jetzt einen Feuerboss grimpfen würdest, wäre der Feuerboss auch genauso stärker. Halt, weil es gerade Tag des Feuers ist. Jetzt, da muss man ein bisschen drauf achten. Aber... Sonst ist es... Im Prinzip egal, ob es Tag oder Nacht ist. Und du willst eigentlich immer, dass es Nacht ist, damit Kevin einfach zum Werwolf wird. Das ist... So... Top-Priorität. Ähm... Weil Kevin macht als Werwolf einfach mal locker doppelten Schaden. Äh... Jetzt wird doch gleich der erste Boss-Fight schon kommen. Ähm... Ich erkläre nochmal jetzt eben kurz Ende der Glitches. Und zwar im Kampf. Ich habe ja gesagt, dass es normalerweise eine kleine Abklingzeit zwischen jeden Attacken gibt. Das heißt, eigentlich könntest du mit Kevin attackieren. Und dann musst du eine Sekunde warten. Dann kannst du wieder attackieren, eine Sekunde warten, etc. etc. Also hier ist der erste Boss, Metal Hager. Ähm... Doppelt so viel Schaden. Ähm... Okay, was er jetzt hier macht ist, er hat... Ähm... Im Moment Angela aktiviert. Das heißt, er kontrolliert Angela. Und... Mit L und R gibt es diese Möglichkeiten, schnell zwischen den Charaktern hin und her zu switchen. Das heißt, also wenn du jetzt kontrollierst gerade Angela, möchtest du jetzt unbedingt ganz schnell Kevin kontrollieren. Dann kannst du L gedrückt halten und würdest dann dementsprechend Kevin benutzen. Solange wie du L gedrückt hältst. So, was man jetzt hier machen kann ist, man kann durch das ganz ganz schnelle Switchen von den Charaktern, kann man diese Abklingzeit zwischen den Attacken, kann man somit überspringen. Beziehungsweise, ähm... Das Spiel erkennt es quasi nicht, dass du die ganze Zeit den Charakter wechselst. Und somit kannst du... Oder kann man hier sehr easy diese Abklingzeit überspringen. Ihr werdet jetzt hier sehen, dass... Ihr werdet es unten auch an der Leiste sehen, dass die ganze Zeit die Charaktere hin und her switchen. Und das ist halt, weil er die ganze Zeit L und R immer hin und her switcht. Und die ganze Zeit quasi attackiert. Und äh... Und somit kann man mit Kevin quasi... Sehr, 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 sehr schnell attackieren. Und das macht die Kämpfe generell unheimlich... Oder um einiges schneller. Also... Ja, die drei Kämpfe werden durch die ganze Zeit verwendet werden. Um... 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 Ja, und es ist klar, es ist kein Wasser, denn es ist 2 innen von Wasser, und es ist gut, und es ist gut. Es gibt noch ein Backstory. Ja, es gibt noch ein Backstory. Wenn es keine Donation gibt, kann man es durchführen. Kein Donation so far. Okay. Ich kann euch an den Bedwarsen für das nächste Spiel, Final Fantasy, oder GBA. Erstens ist es der Incentive, um Chaos zu kämpfen, und wir sind jetzt auf dem Weg, wollten uns auf dem Weg wieder zurück machen, sind dann aber von den Beastmen abgefangen worden und diesen Wasserfall runtergeschubst worden. Und jetzt kriegen wir gerade so ein bisschen Backstory, was jetzt eigentlich nochmal mit dem Mana-Baum, mit dem Mana-Schwert und mit den entsprechenden Feen auf sich hat. Die Top-Name für den Kriegern ist Alphorris. Die Top-Name, die Top-2 Names für Red Mages sind Garret und Furrit. Und die Top-Name für White Mage ist Minwoo. Also, wenn ihr euch alle Names verändern möchtet, dann holt ihr eure Donations in. Oder wenn ihr euch möchtet, Chaos be fought without any weapons. Ja, get those Donations in. Okay. So, this is a really more Backstory. I'm very bad at the story of this game. I'm very bad at covering it. Me too. I played this a lot in high school with English patch, but that was a long time ago. I'm always excited. Ähm, estimate for 5 and a half Stunden. Äh, wie in englische Version. Zumindest mal ambitioniert. So, und jetzt sehen wir hier auch den, unseren dritten Charakter. Äh, Lisa oder, äh, jetzt in diesem Fall, äh, Rydia. Rydia, I guess, Rydia. Just to, you get used to it. Wie ich schon gesagt habe, die, äh, Lisa ist halt, ähm, Amazonin, ist halt durchaus stark auch im Nahkampf, aber man kann halt, in der ersten Grund, der einzige Grund, warum wir die jetzt hier als dritten Charakter gepickt haben, ist die Tatsache, dass die relativ schnell auch ihre Debuffs kriegt. Das heißt, ähm, die fängt schon relativ schnell an, ähm, zum Beispiel die Verteidigung von Bossen runtersetzen zu können, was unheimlich wichtig ist. Äh, weil damit halt einfach nochmal mehr Schaden machen kann. Das ist Emperor. Ja, äh, wenn du die drei Charaktere hättest, du würdest, dass du da heilen möchtest, äh, aber Feral, äh, hat Lise und sie ist voll HP, so, äh, es gibt keine Möglichkeit, sie da heilen möchtest. Äh, also, wenn du heilen möchtest, kannst du nicht nach der zweiten Schrein, nach der Statue, ähm, so, wir werden uns jetzt hier aus dem Gefängnis draus machen und mal ganz schnell das Beide suchen. Ja, das ist das ganze Ziel für diese Reise. Wie kommen wir an Aboard für free? Ja, ich sehe ein paar Freerides. Oh, ja. Freerides, all around. So is all that zigzag and you're doing hot speed tech or what? Oh yeah! Every time I change direction like that it saves a frame. That's pretty awesome. It doesn't slow you down and I get bored easily. Wahrscheinlich Video von FF4. That's the kind of attitude that's gonna get you a world record tonight. I like it. Here is Lisa. She's playing Skidabrak Story. She's the princess of the Wink and Neogorunante. She got invaded because of the Ninjas of N'Bare. To explain for the speedrunners. There are not many people who have speedrunned the game. I was actually the first one who has speedrunned from the Japanese sector. There is a win there at the Rolante. I had done a whole lot of runs. Then... Then... I think Feral Pigman was even there. So Feral Pigman and DMC Aether. That means the two of the players are playing. They started to learn the game like that. I agree. I agree. Oh. Oh. No. 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 I'm not even talking about me. Angela is in this run and you're gonna... There are wife rewards. Oh no. Well yeah, we are gonna... She's gonna be dead on the ground. 90% of the time. Unless you donate now, Angela is gonna take dirt naps all run. Yeah... Go ahead. No, I was just saying. Donating change. It was a lie. It's not true. Yeah. Yeah, that's the thing with this game unfortunately. You cannot buy equipment for all your characters. They're gonna be... We're gonna try to equip... Lee's with... Kevin with armor and just Kevin with weapons. Because we're not gonna pick up a lot of money. Yeah, if we had a money collection... Yeah... I had to just say it right now. Also... It's generally one thing that... It's honestly... That the people are not getting killed. It's actually still under... It's almost like low funding... ...you know... You're constantly running at that point. Absolutely. You're constantly running around. You're constantly running around... Kevins Waffe hat so immer oberste Priorität, ähm, und, äh, ja, wie gesagt, Kevin wird als erster ausgerüstet und Lise wird als zweiter Charakter ebenfalls mit ner Rüstung ausgerüstet, aber nicht mit ner Waffe, weil das macht einfach, braucht man nicht, äh, Angela wird wahrscheinlich so, drei Viertel des Runs einfach tot auf dem Boden liegen, weil wir die, weil die die einfach gar nicht ausgerüsten werden. So, eine Sache, die wichtig ist, ich hab ja schon gesagt, dass man jeden Boss während der Nacht, äh, bekämpfen möchte, und, was jetzt hier passiert ist, er wird jetzt einfach am Anfang einmal attackieren, sodass die AI anfängt, die Gegner zu töten, ähm, das heißt, Kevin, ähm, killt hoffentlich jetzt hier unterwegs ein paar Gegner, während er mit dem Hauptcharakter weiterrennt, äh, das spart zum einen ein bisschen Zeit, weil er im Prinzip gleichzeitig die Gegner bekämpft und weiterrennen kann, ähm, es macht jetzt gerade noch nicht so viel Sinn, extra stehen zu bleiben für die Gegner. Ich glaube, er hat keinen einzigen Gegner gekriegt, das ist relativ unglücklich. Äh, nee, es gibt kein, kein, kein Geldglitch im Spiel, erstaunlicherweise, also wenn man einen Geldglitch kriegen würde, dann wäre das Spiel nochmal um einiges einfacher. Aber anders als in Secret of Mana muss man hier extrem auf sein Geld achten. Okay, so, this is... So, aber wie gesagt, ähm, man will alle Kämpfe, äh, oder alle Bosskämpfe nachts haben, deswegen, äh, da war jetzt auch nicht zu viel, durfte er nicht zu viel Zeit verschwenden, die Gegner jetzt auf dem Weg zu killen, deswegen muss er da jetzt so durchrennen quasi, und hoffen, dass Kevin unterwegs was killt, hat er jetzt nicht gemacht. Ist ein bisschen doof, aber funktioniert trotzdem. Äh, dann kommt der zweite Bossfight, das sind drei, äh, zwei so Metallgolems. Die sind schon, die hauen schon ordentlich rein, vor allem, weil wir immer noch den Anfangslevel haben. Äh, die können zwei Attacke machen, einmal so, ganz normal, ähm, so ein Rocketlaunch, das ist, was der rechte jetzt hier macht, und was der linke macht, das wollen wir überhaupt nicht sehen. Weil die linke Attacke ist eine zielgerichtete Attacke, das heißt, die, die trifft hundertprozentig, dem anderen kann man ausweichen, theoretisch. Ähm, was er jetzt hier versucht, was leider gerade überhaupt nicht klappt, ist, ähm, dass er beide Roboter auf einen Haufen stellt, sodass er mit jeder Attacke beide Roboter treffen kann. Das Problem ist jetzt gerade, dass Angelas Leiche das ein bisschen blockiert, ähm, das ist gerade ein bisschen blöd, deswegen wird er jetzt hier sicherheitshalber heilen. Ich würde sagen, dass er, äh, ein paar paar Dämonen hier hat, okay, jetzt hat er hoffentlich beide auf, ja, ja, okay, jetzt einer ist schon tot, ja. Ähm, vor allem, was, was wichtig ist, wenn er jetzt, äh, die Attacke ist halt, dieser Rocketlauncher, der macht unglaublich viel Schaden, wie ihr jetzt hier seht. Aber, dann müsste er es jetzt eigentlich haben. Ja, das. Die letzte Gegend gibt es die ganze Partie, es ist egal, ob ihr tot oder lebt. Man wird reviviert und dann wird XP gegeben, das führt zu Problemen. Einige Bossen haben mehrere Parten, und man hat den Bossen die XP gegeben. Eine andere Neuerung im Vergleich zu Secret of Mana ist, dass wenn man hier ein Level hochsteigt, dann kann man Statuspunkte verteilen. Das heißt, wie in einem klassischen Rollenspiel kann man hier zwischen sechs Eigenschaften wählen. Die wichtigsten davon sind eigentlich Stärke, was ihr jetzt hier gerade seht. Stärke und Vitalität. Für Angela möchte er Intelligenz haben, weil es die Zauberkraft erhöht und damit auch gewisse Heilfähigkeiten erhöht. Kevin wird eigentlich die ganze Zeit Stärke gehen, und Lisa wird für den Anfang auf Beweglichkeit gehen, wird aber nach einer Weile auch auf Stärke gehen, da werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Leider ist das ein bisschen verbuggt in diesem Spiel, aber ein paar von den Eigenschaften funktionieren eigentlich schon fast gar nicht. Beweglichkeit ist im Prinzip dafür da, mehr Crit-Schaden zu machen. Genauso wie Glück. Glück soll halt die Chance erhöhen, kritische Treffer zu kriegen. Das einzige Problem ist nur, es gibt keine kritischen Treffer in diesem Spiel. Kein Scherz, die haben Eigenschaften, die kritische Treffer Chancen und Schaden erhöhen, aber es gibt keine kritischen Treffer in diesem Spiel. Irgendwas ist in dem Programming falsch gelaufen. Aber es ist äußerst schade. Das ergibt Licht- und dunkle Magik-Damage, weil sie aus der regularischen Elemente sind. Und es ergibt auch die Heilungs-Spelle-Effektivität. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, auf Beweglichkeit zu gehen. Der einzige Grund, warum wir mit Lisa auf Beweglichkeit gehen, den werde ich ein bisschen später erklären, wenn wir soweit sind. Es gibt ein bestimmtes Item, das mehr Schaden macht, wenn man mehr Beweglichkeit hat, und das ist für einen späteren Bosskampf sehr wichtig. So, jetzt wollten wir gerade ja zu dem Weitergehen, jetzt wurde aber die Brücke direkt vor unseren Augen gesprengt. Deswegen müssen wir jetzt einen anderen Weg finden, über die Brücke zu kommen. Jetzt wollten wir eigentlich halt die Secret of Mana, bereits bekannte Reisemethode des Kanonensystems benutzen. Allerdings hat der gute Herr... Äh, Berti ist ja glaube ich in Deutsch? Ne, ne, im Moment, das war der Schmied. Ach, ich weiß, ich weiß den deutschen Namen nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der keinen, ähm... Gunpowder. Das ist das Problem, wenn man die ganze Zeit auf Englisch streamt. Es fällt einem in der deutschen Welt dann nicht ein, aber... Naja... Jetzt muss er hier gerade ein bisschen auftreten, dass er jetzt hier nicht stirbt. Genau, Bonvoyage, richtig. Ich wusste gar nicht, dass er auf... Ich dachte, er hat auf deutschen anderen Namen, aber... Und jetzt wird uns hier mitgeteilt, dass es hier wohl einen geheimen Eingang gibt. Zu einer... Zu den Zwergen. Ähm... Und genau da werden wir jetzt auch hingehen. So, jetzt versuchen wir hier das Schießpulver zu kriegen. Ähm... Und uns wurde gesagt, dass es die Zwerge halt viel Schießpulver hat. Es gibt da einen, der halt sehr viel Schießpulver hat. Deswegen gehen wir jetzt hier und gucken, wo wir den finden. Das erste, was er jetzt hier machen wird, ist neue Ausrüstung kaufen. Wie ich schon bereits gesagt habe, sobald neue Waffen zur Verfügung sind, wird er die eigentlich sofort kaufen. Genau, das hat er jetzt hier auch gemacht. So hat er jetzt hier die neuen Clown für Kevin gekauft. Ähm... Ähm... Ja, äh... Du willst Kevin Level 5 oder den nächsten Boss? Ähm... Weil du... äh... Der nächste Boss hat eine große Unterschiede. Und für alle, er wird hier mehr Kandys kaufen. Das... Du bist gut, ja. Du kaufst hier jetzt hier noch ein paar Bonbons. Einfach nur aus Safety. Ähm... Normalerweise muss man das jetzt hier nicht kaufen, aber... Ist schon okay für den Marathon. Äh... Ähm... Ähm... Das kann man das eher verstehen. Da ist halt dann... Für den Marathon ist das einfach dann besser, wenn du das so lesen kannst, als dass du jetzt nur auf Pro Schlechtkeit gehst. Ich muss ehrlich sagen, ich hab noch nie ein Speedrun von der englischen Version gesehen. Es gibt jetzt keine... Es gibt jetzt keine grundsätzlichen... Unterschiede darin, außer der... Der Textgeschwindigkeit. Also sehen wir hier, Kevin ist jetzt ein Level hochgegangen, macht direkt auf Stärke. Was dann aber nochmal seinen Schaden erhöht. Das ist okay. Das ist okay. Du machst es. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob Feral, ähm... Die Waffe schon ausgerüstet hat. Das ist nämlich etwas, was der sehr gerne macht, der Feral. Der kauft sich die Waffe und vergisst sie ganz gerne mal auszurüsten. Was für den nächsten Boss war ja ziemlich scheiße wäre, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte. Das kann auch sein, als ich jetzt gerade das übersehen habe. Weiß nicht, ob jemand von euch drauf geachtet hat. Weil eigentlich in das Menü zu gehen dauert ziemlich lange, deswegen... So, wir sind auch immer noch in dem gleichen Nachtzyklus. Er muss jetzt hier durchaus relativ schnell durchrennen. Er darf keine... Er darf nicht so viel Zeit verschwenden, die Gegner hier zu besiegen. Weil wenn er so viel Zeit verschwindet, dann wird's... Sobald er beim Boss ist, wird's schon wieder Tag sein. Und das wäre eine Katastrophe für den nächsten Boss. Ähm... Deswegen muss er jetzt hier schon durchaus relativ zügig durchrennen. Er hofft halt hier darauf, dass Kevin im Hintergrund ein paar Gegner killt. So wie jetzt hier zum Beispiel. Ähm... Ähm... Äh... Ähm... Ähm... Wenn... Wenn... Die... Das Zeitfenster hierfür ist relativ knapp. Also... Muss schon ein bisschen hinne machen. Aber normalerweise... Passt das. Also solange man nicht jetzt anfängt die Gegner aktiv zu bekämpfen, kommt man also durch. Okay... Ja... Ja... Wir sehen uns auf der Runde, warum man jetzt hier nicht Safety Safe machen wird. Weil da unten... Wenn er jetzt da unten nach unten gegangen wäre, wäre theoretisch ein... Safe gewesen. Allerdings... Kann das schon genug Zeit sein, um... Äh... Damit es am Endeffekt nicht mehr Nacht wird. Oh man... Das muss halt gerade... Eieiei... Yo, er blockt mich. Er blockt mich. Uff... Okay, also wenn ein Charakter tot ist, wird er mit 1 HP wiederbelebt, soweit man in den nächsten Bildschirm kommt. Deswegen ist das jetzt nicht so mega dramatisch. Ich weiß nicht, was gut macht dieses Spiel. So... Epically fun. So enjoyable. Ja... Okay... Es... Ja, das... Those kinda things happen. Und die Enemies... You can push Enemies and NPCs out of your way. Aber... Jetzt sind wir hier beim nächsten Boss schon. Ähm... Dem Diamantenfresser. Ähm... 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 Relativ straight forward. Ähm... Er hat ein paar... Döde Attacken, die er machen kann. Sobald er einen gewissen Schaden gefressen hat, wird er von links nach rechts, ähm... Ähm... Sich bewegen und dann einmal ordentlich Schaden machen. Ich glaube, er hat tatsächlich vergessen die Waffe auszurüsten. Ich glaube, eigentlich müsste er mehr Schaden machen. Ähm... Commentate a little bit more or double specials. Ähm... If you do LR cancels, which it was for a little sooner now, you can do double specials, just like that. Ähm... L. It's... Very tight. Ähm... You're not gonna get it, like, every single time. Speed down... So, jetzt hier wird er auf jeden Fall ziemlich stark diesen, ähm... Attack-Cancel-Glitch benutzen, wie ich eben schon erwähnt hatte. Das ist er wird jetzt die ganze Zeit die Charaktere switchen. Ihr seht das, wie gesagt, in der Mitte, unten und oben rechts. Also den ganzen Charaktere. Ihr seht hier die ganze Zeit hin und her switchen. Ähm... Ähm... Oh man... Alright, see if I get it. Oh, this is Death-Canceling, so I like to call it. Let's see if I get it. There we go. So, Death-Canceling. How Death-Canceling works. So, Liz was dead there. Uh... When your Characters die in this game, they flash it from zero to one, constantly. So, Farrell just threw a candy to Liz. And she, uh, and she opened the menu really fast. So, what that does, if for some reason that makes your Characters come back to life. The game's very bad at telling when someone's dead or not. So, you can trick it into being like, no, they're not actually dead. Let me heal them. Um... So, there's a few things you can do for that. Aether just discovered about... Just found out about that one. We used to do something else. Which was much less consistent. Um... 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 Okay. Kampf vorbei. It was just a good, uh not moving. Um... And that's... Um... Double Processes are a thing that's very very useful in some boss fights. Also generell eine Sache auch nochmal zum Erklären, das Spiel, also ihr seht das ja auch schon von der Grafik her und von allem, das ist schon sehr, auch für Super Nintendo ist das halt unheimlich weit. Also es ist auch eines der letzten Spiele, die für den Super Nintendo so rausgekommen sind. Und was ursprünglich, also eigentlich sollte dieses Spiel für ein CD-Add-on für den Super Nintendo rauskommen, das heißt also im Prinzip ist das Spiel so programmiert und auch gecodet, dass es auf eine CD passt. So dann wurde das ganze Projekt mit dem CD und so weiter, wurde halt alles abgebrochen und dann haben sich die halt gedacht, okay, dann packen wir das halt ganz normal auf eine Super Nintendo-Cartridge. Das Problem ist dabei halt einfach, dass das Spiel oder der Super Nintendo teilweise nicht die ganzen Sachen verarbeiten kann, weil es einfach nicht so schnell ist. Das wiederum bedeutet, dass das Spiel teilweise sehr, sehr stark laggt und zwar vom Input her, das heißt also du drückst manchmal auf einen Knopf, drückst auf Menü und das kommt erst teilweise vier bis fünf Sekunden später. Das ist halt insofern dann, wenn halt sehr viel gerade passiert auf dem Screen. Das kann manchmal ziemlich nervig sein. Das kann man aber in gewisser Weise auch zum Vorteil nutzen, weil man dadurch halt gewisse Sachen doppelt ausführen kann. Das heißt, ihr könnt manchmal sehen, dass er seine Special-Attacke manchmal doppelt ausgeführt hat und das liegt einfach an dem Lag, der in diesem Spiel ist. Das heißt, wenn du quasi die Special-Attacke anfängst und genau im richtigen Moment nochmal die Special-Attacke drückst, dann macht das einfach zwei Meter an, was natürlich extrem gut ist, weil er dadurch doppelten Schaden macht. Und Servus, heetalicious. Moin moin. Ja, aber wie gesagt, das ist halt insofern auch ganz gut, aber manchmal, in erster Linie ist es schlecht, weil man einfach manchmal nicht ins Menü kommt, wenn man möchte oder das Spiel nicht das macht, was man möchte, das es tut. Ja, Kevin kauft auch. Ja, also Kevin kauft. Ja. Ja. Also, wir gehen weiter nach Forsema, das nächste Destination. Und wir gehen mit dem King, da. Und alle Fähigkeiten der Werte der Werte? Ja. Ja. Werte? 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 ため- Was tut dir? Boah! Werte ... B Yale das Sch 물어� Ja, du hattest ein paar von seinen Cousins. Ja, durch den Spiel. Moldiver-Plane. Wir wollen nichts hier. Es ist nicht wert. 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 Wir werden einen anderen Charakter treffen. Duran Duran. Duran. Ja, wenn wir nur die anderen Charaktere, die theoretisch hätten geplickt werden können, sagen wir Duran. Duran erzählt uns hier von seiner Heimatstadt, die direkt in der Nähe ist. Und genau da wollen wir natürlich hin, weil da sich der König befindet und der wird uns sagen können, wo wir die restlichen Mana Geister finden. Und wir haben Karli, die das Heimatstadt besser ist. Und wir haben Karli, die das Heimatstadt besser ist. Das ist das, warum man nicht Duran, ganz genau. All right. Um, da war ein bisschen Schwierig auf der Donation Station. Aber wir haben eigentlich hier Donations. Okay. So, wir haben 10 Dollar von Lerikos. Someone was trying to break the restaurant chain name in the Shining Force 2 run. Must correct injustice. Thanks for throwing a great marathon this year, guys. The chat has been very supportive and upbeat. And the players and commentators quite humorous as well. Glad to donate yet again to such a useful cause. No one should suffer alone. 10 Dollar from Frise. Happy to donate for a good cause. Money to the Bare Knuckle Chaos Incentive for Final Fantasy. Come on, Late Night Crew. How have we not cleared this incentive yet? It's the next game. Let's show those daytime chumps how it's done. Agreed. There we go. 10 Dollar from Elenoir. A Magic a Day keeps the Skydance away. Oh no, 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 wait. 10 Dollar from Anonymous. Hello everyone. Just woke up because I couldn't miss my buddy DSC here. And Feral Pigman beat some of the dragons. I'm really happy to see you all there. Let's do it. Good luck and have fun. Good luck and have fun. And we... 10 Dollar from Elos SJC. Good luck. Have fun. Don't die unless it is intended. Thanks, Wells. Well, there have been quite a few deaths, at least from Bunny's end. That's true. I've been keeping track. Oh, yeah. A Bunny Death Counter? Yes, Bunny must die. Okay. So, we've got Balsam Forcena Castle. Which is... You know... We just... We want to meet the King of Forcena and... And... This guy, Korin, is trying to kill him. And... We've got... Just... Just some time, basically. We're gonna see this guy later. And here... And here we see one again, who... Who has... 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 Yeah, he knows her from the... Kingdom of Forcena. That guy... Uh... Korin was the guy that pretty much influenced the... Queen of Forcena and... Bunny's mother. They tried to kill Angela... Or Bunny. Actually, this scene... Uh... It's... Uh... It's... It doesn't happen in Dark Legend... Uh... Um... Archdemon route, because you don't have Angela. And... And Angela and Luran do this charred storyline. So... Uh... You're gonna skip that... That scene. You don't... Don't see it... In the other routes. So, we can now talk to the... The King of Forcena and the Wins. And... The first time I came about the Marathon. And since I got... Manage... The Manage... The Manage... I know some of you can spend your money on something more important. Yeah... That's a good question. Also this game has some... Pretty round... That's a good question. It's already pretty much... That's a good question. As there is no more... The stories you've used to do games can in the Marathon. So... That's a good question. So... I don't know. I think we're at least with... ... locker 20 bis 30 Stunden dabei bist, würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn du es noch nie gespielt hast, wäre unter 20 Stunden schon relativ schnell. Wenn du halt noch ein paar Secrets erforschen willst oder ein bisschen mehr umgucken willst, bis halt eher bei 30 als bei 20, aber... ... ich denke so 20 bis 30 ist ein ganz gutes Estimate. Ja, das Action. So, I think that's part of the limitations of the system. Because this game was supposed to come in the CD add-on for the Super Famicom. But it turned out that it was not going to be a thing, so they just had to board it into characters. That's why this game is so laggy and has a lot of problems. Ja, if they managed to eliminate the lag, it would be a much, much better game. Although, then you probably wouldn't be able to revive two characters. That's true. So, it's Mashed B. Ja, das hat man, we went to Mashed B oder Mashed A in this game. Mostly for NDA and just Mashed B, and there are a place you have to Mashed A. It's pretty convolutive. If you just miss it, bad things happen. I know that feel. That thing happens. So, here's the like, there are four drifts through the whole Golden Road. Which is the field to the left of the City Maya. We're going to rest this on daytime and mostly because in the next city you're going to be able to get the day-night cycle route going. We're going to be able to get the next level. We're going to be able to get the next level of mana crystal. Do you want to go to the next level? We must traverse this section because there are Rabbis. The Rabbis get one EXP and one overleveled. As you can see. One EXP. That adds to the overall EXP route. It's definitely Angela that killed that Rabbis. I think so too. I think that that's totally Angela. Bic's just pushing the Rabbis around. I don't know why. He's got better things to do at this time. I think so. Just pushing the enemies around. Your speedrun's not important, man. No, I'm just doing my own thing. We have $30 from Purple Mario. My man Aether. Awesome to see you in the US. Hope you are having a great time at Limit Break. Good luck to all. Thank you. Thank you Purple. What's up Purple Mario? $10 from Zilisium. Good evening Feral and Aether. Good luck with the run tonight. I'm afraid I can't stay up for the whole thing. But I look forward to hearing about it in the morning. Hope to see God's... God's game random one half from the two of you soon. And as for Bic, I think we need to see a revival of Land Blitzball. No, but seriously. It's time for the Waldo Relay. Hashtag Feral... Team Feral Fung Aether. Feral Fung Aether. You're out buddy. You're out buddy. Sorry, I can take all three of them. It's interesting. I know... It's a dark place, but it's a dark place for the next dungeon. It's just a dark place. You're in the dark place. I'm a dark place in you. And then again. It's so dark place. That's dark place. And you can get into... Your dark place with it. What you want to get is... That's good for the dark place. Ist halt, dass man da Items kriegen kann, die man so sonst nicht kaufen könnte. Die sind ziemlich stark und da werden ein paar Items von sehr, sehr nützlich sein für den ganzen Run. Wir wollen sie beide unter 20 XP sein. Und sie werden wahrscheinlich ca. 60 oder 70 oder vielleicht sogar 80, weil es nicht wirklich keine Ahnung hat. Ich habe mich überlegt, wie viel das hat mich übergebracht. Ich werde später noch fixen. Ja, man kann hier fixen, aber es ist viel schneller, wenn man die Schrein sehr schnell ist. Aber man kann hier fixen, weil jeder Schrein hier in der nächsten Seite gibt 20 XP, wenn man die Schrein komplett hat. So, wenn er was hat er aufgeregt, hat er die neueste Waffe geholt. Okay, diesmal hat er definitiv vergessen die Waffe auszurüsten, beim ersten Mal war ich mir immer noch nicht sicher. So, wenn wir, nach diesem Scream sehen, was passiert. Feral, bitte! Ich kann nicht wirklich wissen, ob wir gut sind oder nicht. Oh, sie hat eine Level-Up. Nein, sie hat 0. Du musst warten, bis die Dinge aufhören. Oh, hier wir gehen. Ich bin auf Pi-2, du kennst. Ich will nicht, dass du eine sehr Low-Intelligence-Angela, wie ich in der Praxis habe. 60, 57. Ja, das ist total gut. Okay, also, sie sind ziemlich even auf eXp. Du wolltest sie 20 oder höher sein. Also, wie ich gesagt habe, jeder Scream hier gibt 20. Also, er versucht jetzt hier gleich einen anderen Glitch hinzukriegen. Sogenannten Stat Break. Ähm... So, das Spiel möchte jetzt aber verhindern, dass man für jeden Charakter quasi nur eine Eigenschaft die ganze Zeit hochpumpt. Permanent. Das heißt, man möchte jetzt nicht, dass jeder Charakter nur auf Stärke geht oder so, sondern dass man auch ein bisschen die anderen Eigenschaften mit pusht. Ähm... So... So, jetzt sind wir 17 und 20. Ja. So, wir sind perfekt auf eXp. So, was das Spiel also dann macht, ist, jedes Mal wenn man ein Level hochgeht, und man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt auf Stärke geht, das nächste Mal wenn man ein Level hochgeht, wird es diese Stärke ausgrauen. Ähm... Das heißt, man kann nicht nochmal darauf gehen. Theoretisch. Ähm... Es gibt allerdings eine Möglichkeit, dieses Spiel ein bisschen das Vergessen zu machen. Ähm... Ich muss jetzt hier gerade aufpassen, dass es jetzt nicht stirbt. Okay. Ähm... Und das hat nach wie vor, oder nochmal mit dem unfassbar großen Lag zu tun. Ähm... Da werden wir gleich... Am besten kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn er es wirklich macht. Aber letztendlich wird er das Spiel so krass, so dermaßen zum Lagen bringen, dass das Spiel vergisst, oder das Spiel vergisst quasi, was er im vorigen Level als Eigenschaft gewählt hat. Und damit wird Stärke wieder zur Verfügung stehen. Das ist insofern wichtig, dass Kevin... Also je mehr Stärke Kevin hat, desto mehr Schaden wird er dann logischerweise machen. Deswegen will man das so glitchen, dass Kevin jedes Level auf Stärke pumpen kann. Und es ist halt möglich, wenn man das mit einem bestimmten Setup machen kann. Dafür muss er allerdings jetzt Kevin und Angela... Die müssen beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt das Level abkriegen. Oder die müssen zum gleichen Zeitpunkt das Level abkriegen, das ist wichtig. Das ist erstmal nur für den Anfang wichtig zu wissen. Wir sind jetzt hier in Rolante. Rolante ist die Heimatstadt von Lise. Und wir möchten die gerne halt... Auch Lise möchte die auch gerne wieder erobern, weil die auch von einer bösen Macht übernommen wurde. Und dann gibt's hier dieses Schlafpulver. Deswegen sind die gerade alle eingeschlafen, weil das war so ein Schlaffeld mit Blumen, die einen halt einschläfern lassen. Und jetzt hier haben die unten quasi gerade so eine Kriegssitzung, um zu besprechen, wie die in die Burg wieder reinkommen sollen. Das Problem an der Burg ist, dass die Burg relativ weit im Himmel steht und von einer Windbarriere geschützt wird. Das man kann eigentlich nicht rein. Aber das werden wir uns dann gleich auch zu nutzen machen. Ja, so es ist einfach ein bisschen, das macht die Schläfer nicht zu benötigt. Die Schläfer basiert das, aber du kannst die Schläfer in Blumen kaufen. Und dann daran kann die Späne mit Elments entschuldigen, aber du kannst auch Schläferen kaufen. And so die Schläferen kannst du auch Loch machen. Aber es ist nur am Abend. Ich glaube, dass ich hier in Casual-Play war, weil ich zu leise war, um in den Inn zu wachsen und um am Abend zu wachsen. Ja, der Black Market. Wir werden diesen Ort bis zu zweitens besitzen. So, und jetzt wird er hier direkt beim zweiten Mal umdrehen, wird er jetzt hier in den Schadrank gehen. Und wie gesagt, wird er jetzt hier einige Items kaufen, die sehr, sehr stark sind. Er wird jetzt erstmal die ganzen überschüssigen Waffen usw. verkaufen. Und jetzt wird er einiges kaufen, was sehr wichtig ist. Und zwar wird das zum einen, es gibt zum einen diese Schuppen, die bestimmte Statuswerte nochmal waffen. Die orangenen Waffen dabei den Angriff, deswegen wird er davon sehr viele kaufen. Wie man jetzt hier gerade sieht, die pinken Waffen die Verteidigung. Und außerdem hat er sich jetzt ein paar Elementklauen oder Krallen geholt, die dem Angriff halt logischerweise ein bestimmtes Element mitgeben können. Das wird dann so gekauft, dass man logischerweise für bestimmte Bosse genau die Elemente dann nimmt, gegen die der Boss halt auch anfällig ist. Das wird in erster Linie eher sein, beziehungsweise einmal auch Wasser. Aber das ist für bestimmte Bosse unglaublich wichtig. Man kriegt halt ordentlich mehr Schaden, wenn man das passende Element dazu hat. Was er jetzt hier noch kauft, sind ganz viele von diesen grünen Poto-Oils. Diese Pötte, die heilen, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die ganze Party auf einmal zu heilen. Und deswegen wird er davon auch ordentlich sich mit zudecken. Weil sonst haben wir im Moment eigentlich nur Single-Target hier. Wir können im Moment nur mit Bonbons oder Schokolade, können wir halt nur einen Charakter gerade heilen. Und da ist dieses Proto-Oil sehr, sehr hilfreich. Vor allem bei Bossfights. Weil bei Bosskämpfen, die tendieren halt eher dazu, die ganze Party anzugreifen. Und danke Krypton. Freut mich. Mal gucken, ob ich das die ganze 5,5 Stunden durchhalten kann. Aber wird schon. Und außerdem hat er sich gerade neben diesem Proto-Oil auch noch 9 dieser Pumpkin-Bombs geholt. D.h. diese Kürbisbomben. Das ist auch der Grund, oder das ist das Item, von dem ich gesprochen hatte, was mehr Schaden macht, wenn man mehr Beweglichkeit hat. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Lisa jetzt erstmal auf Beweglichkeit gehen. Das wird für den übernächsten Bossfight sehr, sehr hilfreich sein. Alright, so, this time you can stutter-step through this force. Kevin stutter-step in the Solarius? Yeah, look at that. I started stepping. Uh, since Feral, the world is really one who needs to fight here, because his money is good and his experience is good. Ah, yeah, das passt schon. Because the Raivites give one experience. The level 9 Raivites give two, but... I think, ich weiß auch schon, wo ich mir eine kurze Toilettenpause gönnen werde. Aber das, das passt schon. Und auch, wenn du Geld brauchst... Ähm... The level 9 Raivites give dir, like... So, wir... Uns wurde jetzt gesagt, storytechnisch, um das aufzufrischen. Wir suchen nach der Möglichkeit, die Burg von Rolante wieder einzunehmen, die halt so im Himmel steht. Und uns wurde gesagt, dass es einen Gnom gibt, der sehr kriegserfahren ist und sehr gute Strategien immer, oder sehr gute Kriegstraktiken hat. Und... Um an diesen Gnom dranzukommen, brauchen wir diesen magischen Hammer, den wir im Schwarzmarkt gefunden haben. Und damit können wir alle klein machen. Und man kommt in dieses Gnom-Dorf, kommt man nur rein, wenn man da auch quasi als Gnom erscheinen. Ja, die Leute sind cool. Ja, cool. Ja, der Hammer ist ein Chibiko Hammer. Chibiko Hammer, ja. Wir von anderen Village. Wir von anderen Village. Good job, Nick. Good job, Nick. Er ist nicht in Englisch, Teacher. Ich bin einfach schnell auf meine Sprache. Ich brauche nicht so viele Sprache. Ich versuche dich zu helfen. Ja, das ist kein alten Mann. Der Mann, wenn du über ihn versuchst, spricht er einfach mit dir. Eine Schrimm? Für ein paar Worte. Ich denke, ja, hier musst du mit allen sprechen, um zu finden, ob dieser Mann ist. Ja. Wer halt dieser erfahrene Gnom sein soll. Müssen wir halt ein bisschen rumschauen hier, was wo der sein soll. Irgendwie sagt uns jetzt hier jeder. Wir müssen einmal mit jedem in dem ganzen Dorf sprechen. Deswegen geht er jetzt hier in jedes Haus rein. You did it. Framesaver. RNG. Ja, you can tell to that guy from down below the stairs. And you can save a little bit of time. Otherwise you have to go around the stairs. But it's entirely dependent on if he walks down towards you. Yes. If he walks up or something, then you have to run up the stairs. Framesaver. The good old Framesaver. I'm proud of you. Thank you, man. All my practices has led up to this one. So, und... ...we erzählen dem Dom Perignon jetzt, was halt mit Rollante das auf sich hat. Und er erzählt uns jetzt von dem Schreien und dass wir dort hingehen sollen, um den... ...und den Mana Geist zu freien, dann können wir die Wind Barriere darum ein bisschen manipulieren. If they want, they can just waste their time and stay up in the air and never come down. Unfortunately... We hope to defeat the boss due to the problems of the story, but we're gonna get Jin the Wind spread. Und er sagt uns halt, dass wir durch das Manipulieren des Windes können wir quasi dieses Schlafpulver, was diese Pflanzen ausgesondert haben, können wir dazu benutzen, um das quasi in diese Wind Barriere reinzustreuen, sodass die komplette Burg von diesem Schlafpulver eingedeckt wird und wir dann quasi die Burg einnehmen können, während alle schlafen. Das ist so der Sinn dahinter. Und man wird selber, wird einmal... wird immun gegen dieses Schlafpulver, wenn man einmal davon betroffen wurde und da wir vorhin schon da reingerannt sind, können wir halt dann so da rein. Das ist der Plan, hört sich erstmal ganz gut an, denke ich. Das ist sehr wichtig. Ja. Look at the mushroom. It's coming for you. Yep. Oh. Yeah, the mushrooms are really, really bad, as I told you. They're gonna be bad for the whole game. We're gonna see them quite a bit. What? Oh, nice. How was I able to run there, when there's an enemy right next to me? SD3. SD3 magic. This game makes so much sense sometimes. No sense. Wie gesagt, in erster Linie war es halt Targets, kämpft da sowieso keine Gegner. So, und jetzt nachdem wir das alles geklärt haben, können wir jetzt zurückgehen und uns auf den Weg zum Boss machen. Und was Farrell jetzt gleich machen wird, ist, wie ich vorhin schon erwähnt, das ist der erste Stat Break. Wie gesagt, normalerweise sollte man nicht in der Lage sein, mit einem Charakter mehrfach hintereinander auf die gleiche Eigenschaft zu skillen. Das heißt, es sollte nicht möglich sein, vom Game aus gesehen, mit Kevin permanente Stärke zu gehen. Wie gesagt, er wird es jetzt so machen, dass er das Game so krass zum Laggen bringen wird. Er wird so viel hintereinander machen, dass das Spiel quasi nicht mehr genug Speicherplatz hat, um sich daran zu erinnern, was er vorher im letzten Level in den Status reingemacht hat, in welchen Status er geskillt hat. Und damit werden uns wieder alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Was er jetzt hier machen wird, ist, er wird den ersten Raum direkt komplett clearen. Also gleich, wenn er oben im nächsten Raum ist, wird er den jetzt clearen, wird aber direkt in den nächsten Raum rennen. Jetzt, wenn er den ersten Raum cleart, wird, zu diesem Zeitpunkt, wenn er jetzt diese beiden Zombies und diesen Dämonen tötet, haben sowohl Angela als auch Kevin beide das Level abbekommen. Das Game braucht aber eine Weile, um das zu realisieren. Und er wird jetzt erst den Bildschirm wechseln. Und wie gesagt, beide Charakter haben immer noch den Level ab, ausgereiht. Das heißt also, im Hinterkopf ist immer noch, beide haben das Level ab. Aber das Spiel geht trotzdem weiter, weil es einfach so laggt, dass er erstmal die ganzen anderen Aktionen quasi verarbeiten muss. Er wird jetzt diesen nächsten Bildschirm ebenfalls clearen, kriegt dafür ebenfalls die Erfahrungspunkte. Und er wird jetzt erstmal mit Angela als Level abkriegen. Das ist insofern wichtig, als dass er, bevor er mit Kevin den Level abkriegt, nochmal ein Bildschirm weitergeht. Und damit ist das Spiel so krass verzögert, dass er mit Kevin wieder auf Stärke gehen kann. Und wie gesagt, die Zeit zwischen dem ursprünglichen Level-Up für Kevin und dem tatsächlichen Level-Up ist halt so groß, dass das Spiel einfach, wie gesagt, vergessen hat, was vorher passiert ist. Es war jetzt sehr viel Gelaber, ich hoffe, das war halbwegs klar. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wir tricksen das Ganze einfach sozusagen aus. Das Spiel denkt, dass wir das Level 18 mögen. Es ist sicher einfach daran, dass das Spiel eine Weile braucht, bis du letztendlich das Level kriegst. Und wie ihr gesehen habt, man kann sehr viele Sachen noch dazwischen machen, bevor man tatsächlich das Level abkriegt. Und so kann man halt das Spiel ein bisschen manipulieren, was sehr gut ist. Das Spiel denkt, dass du auf einem höheren Level oder so bist. Das ist etwas, das viel Sinn macht. Ja, die J-Note sagt, dass es plus 1, plus 2 ist, depending auf wann du die Stat-Break machst. Das macht, dieses Stat-Breaking macht den Speedrun um einiges schneller. Also wenn du das nicht machen könntest, dann müssen wir einfach Glück haben, wann man wieder auf Stärke skillen kann. Und so ist das unheimlich wichtig und macht den Speedrun um einiges schneller. Aber in dieser Route machen wir zwei Stat-Tricks in der ersten Hälfte des Spiels. Und dann machen wir ein paar andere. Und in der zweiten Hälfte... So, hier die Gegner... Oh, er muss jetzt... Oh! Pfff! Boah, Feral, bitte. Ich kriege hier einen Herzinfarkt, ohne Scheiß. Also das... Ich wollte gerade sagen, er muss unheimlich aufpassen, weil die Gegner, vor allem diese Ritter, die können ordentlich draufhauen. Ähm... Das war schon ziemlich ballsy von ihm da jetzt so ohne Heilung durchzugehen, muss ich es mal so sagen. Ähm... Wir sind noch mit dem initialen Equipment für Armour. Ich glaube, er wird erst eine kleine Optimisation machen. Ähm, dieses kleine Puzzle hier. Oh, Angelo ist dabei. Ähm... Er wird die Charaktere verwechseln und er wird Angelo in der linken Seite getrunken. Also er kann das viel schneller machen. Ähm... So, coming up, it's my favorite Boss in the game. I think Peral's favorite also. So, das nächste Boss ist... Ein großer Vogel. Ähm... Er wird hier direkt die Erdkralle auf Kerber benutzen, damit er das Erdelement kriegt. Ähm... Wir hoffen natürlich, dass er auf dem Boden ist. Ähm... Der... Der Bossfight hat aber glaube ich meiner Meinung nach mit die geilste Bossmusik in dem ganzen Spiel. Deswegen werde ich ein bisschen meine Klappe halten. Und äh... Einfach nur hoffen, dass der Boss ein bisschen auf dem Boden fliegt und nicht in der Luft. Und dann geht's die Bossfight so our LR cancels. Instead of AI. Peral's gonna do our LR cancels here with Kevin. Using Kevin and... A-R-A-R. So in this order, you wanna use... By the way, this music is very good. Um... You wanna use the Earth Claw first. She's weak to Earth. And then you wanna enrich Kevin with Portal Oil or Chiviko Hammer. I already... Now you're gonna do Chiviko Hammer. Um... I already enriched her. Uh... You transform. Yeah. I transform. So this is what we don't want. No, she came back down. I came back down. Okay, that's pretty good. Um... That's annoying. She has like a thousand HP, which is really low. Okay, you can see at Kiri why the Chiviko Hammer is pretty good. You can have one status effect in this game at a time. So... By turning Kevin into Chiviko, uh... He's gonna do a more choice. He's gonna go back down. Because he was weak. That's fine. Uh... And Sankers just being Sankers right now. Um... 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 Der wird gleich jetzt, ah die müsste, die müsste jetzt eigentlich schon tot sein. Der hat es nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Ich habe es gesehen. Du hast keine Soft-Locken. Die Game kann Soft-Locken. Ich habe ein Highlighter in meinem Channel, wenn die Game Soft-Locken auf mich, nachdem ich die Boss. Ich habe es nicht zu tun. Die Speed-Up und die Game-View ist Locked-Up. Ich glaube, es ist gut. Du bist okay? Okay, wir bekommen Gin, Windspurt. So, jetzt kriegen wir den Gin, der dann dafür sorgen kann, dass wir die Windbarriere so manipulieren können, dass wir wieder in die Festung rein können. Ja. 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 er wird jetzt hier gleich den zweiten step break machen das heißt er möchte natürlich auch beim nächsten level wieder mit kevin auf stärken gehen das ist der hauptpunkt und erneut werden wir das spiel so krass zum legen bringen dass das spiel als wieder auf geht es nicht mehr so we're nice least which is more on par with kevin xp so So she's going to throw two Light Coins, exit the screen, and that should give Kevin a strength. A couple nasty enemies here, namely those guys, Armor Knights, very... Knights in this game are... Knights are terrifying. Those are the ones that almost killed me in the Wind Corridor. It's going to be a constant load around that Knights are very, very, very powerful enemies. In the moment, in which they die, will get Kevin another level up again. They're not dead, dude. Okay, throw another Queen. Angela is dead, that doesn't matter. That doesn't matter, yeah. If Kevin or Elise were dead, they were dead. Okay, that was a bit unglücklich, that they didn't die. I think they were dead. The way this game works, like... Just like we were talking about how... We can be alive... Actually, it must have been dead back. Yeah, okay, it works. Perfekt. The way this game doesn't realize that they're dead. Uh... Enemies... If the game has... Uh... Actions queued up for them already. Even if they die, they can still perform them. So I think they were... They were probably already dead. But it was an extra light coin, it's not a big deal. I think when you open the menu, they begin to realize, oh, they're dead. Yeah. Yeah, that's something that we do sometimes is... Uh... So. 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 Jetzt sind wir gleich auch schon beim nächsten Bosskampf. Uh... And you can kind of make the game realize, oh wait, they're actually dead. By opening the menu. Real quick. Um... So I'm gonna take a safety save here. This boss used to be a huge issue. It's not so much anymore. Um... Yeah. So, and this is Genova. And Genova is... ...durchaus anspruchsvoller Kampf. Und zwar ist das so ein großer Ofen. Das Problem ist, dass der in regelmäßigen Abständen zwei Monster spawnt. Und sie anschließend direkt mit Stärke buffed. Das Problem damit ist halt, dass... ...diese Monster, die kleinen Monster, unheimlich viel Schaden machen können dadurch. Alright. This is Genova. Und ähm... Normalerweise müsste man die jetzt eigentlich instant kaputt machen. So schnell wie es geht. Das muss eine absolut höchste Priorität sein. Ähm... Ähm... The color is weird. Yeah. He's gonna use a... Poseidon's Croix on... 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 On Beck. Then he's gonna use the Chiviko Hammer, äh... Which also triggers Enrage in a very weird fashion. Äh... If Karin's already transforming animation, he's gonna... Ähm... He's gonna transform and at the same time he's gonna get the Enrage buff. Ähm... Let's see. I think he's... He should do that. Das Problem mit diesen Monstern ist, das sind so Shapeshifter. Das heißt, jedes Mal wenn die eigentlich sterben, dann haben die die Chance, anstatt zu sterben, sich einfach in ein anderes Monster zu verwandeln. Und er muss jetzt hier versuchen, die... Ähm... Und er verliert auch diesen Enrage buff, und er kann den so in erster Linie nicht wiederkriegen. Ich würde jetzt eigentlich vorstellen, dass er den Attack... Ähm... Attack... Ähm... Schuppe nimmt, damit er mehr Attack Buffs kriegt. Er entscheidet sich jetzt dafür, das nicht zu machen. Ähm... Das könnte ihn jetzt hoffentlich... Also ich hoffe nicht, dass es ihm das jetzt nochmal teuer zu stehen bekommt, aber... Das könnte jetzt echt ein bisschen problematisch werden. No, you can't. What? You're doing 50, I think. Or you just... Oops. Ja, und jetzt ist genau der Punkt eingetreten, den er nicht haben will. Denn es sind zwei Monster aktiv, und beide werden ihn jetzt ordentlich in die Mangel nehmen. Ich befürchte, dass das nicht gut ausgehen wird hier. Weil wenn er einmal in diesem Zyklus drin ist, dann wird der Boss auch anfangen, wie bekloppt zu zaubern. Und da wirst du sooo schnell nicht rauskommen. Und du musst einfach den Trick machen, wie gesagt. Du öffnest das Mangel und öffnest sofort. Weil er verändert Format und er verpflichtet ihre Spade. Okay, er hat die jetzt wieder gekillt, aber er ist gleich schon wieder tot. Deswegen muss er jetzt hier schon wieder heilen. Okay, jetzt kriegt er ein paar ordentliche Hits hier rein, aber jetzt werden da schon wieder die neuen spawnen. Und du hast... Okay, einer ist schon mal weg. Okay, okay, nice. War okay, also wenn du nicht stirbst, weil der Boss fällt, ist das schon mal durchaus ein Erfolg. Es hätte jetzt ruhig so ein bisschen schneller kommen können, weil er halt mit Kevin leider gestorben ist, aber... Oh, okay. Ah, das ist doof. Er hat jetzt leider den nächsten... Kürbis Bomben schmeißen. Und die machen... Okay. Ja, ihr seht hier schon, wie krass das Game manchmal einfach nicht hinterherkommt. Ähm... Er hat jetzt leider den nächsten Stat-Bag mit Kevin nicht bekommen, deswegen hat er jetzt nicht auf Stärke skillen können. Okay. Auf jeden Fall, nächster Boss, Bill und Ben sind eigentlich zwei Bosse. Und jetzt hier ist der Grund, warum wir mit Lisa eine Wirklichkeit beskilled haben. Und zwar wird er jetzt gleich diese ganzen Kürbis Bomben schmeißen. Und die machen Schaden basierend auf dem Beweglichkeitsstatus oder Eigenschaft. So, der Punkt ist, normalerweise funktioniert dieser Bossfight so, dass wenn man einmal so 200-300 Schaden an diesem Boss gemacht hat... Das ist im Moment gerade ein Gegner, Bill und Ben. Sobald man ein bisschen Schaden gemacht hat, wird er sich aufsplitten in jeweils zwei Ninjas, Bill... Also jeweils einmal Bill und einmal Ben. Ähm... Dieser... also Bill und Ben, die machen beide komplett kranken Schaden. Die werden die komplette Party auseinandernehmen wie sonst was. Also im Prinzip hast du in diesem Level im Moment keine Chance, den so zu killen. Jetzt gibt es diese interessante Strategie, dass du halt so lange auf Beweglichkeitsskillst, dass du neun von diesen Bomben schmeißen kannst. Um den Boss einfach so instant zu killen, ohne dass er sich überhaupt aufsplitten kann. Weil der Boss hat nämlich 900 HP und jedes dieser Kürbisbomben machen genau 100 Schaden. Oder ein bisschen mehr als 100. Und somit kann er den Boss quasi killen, ohne dass er irgendwas machen kann und kann sich somit auch nicht aufsplitten. Und das ist das Wichtige daran. Wie gesagt, wenn der Boss dich einmal aufsplitte, ist es vorbei. Das ist absolut vorbei. Die nehmen dich komplett auseinander. Und man muss halt auch bedenken, dass die hier alle ziemlich underleveled sind, wofür sie gerade eigentlich sind. Und ja, Highflow, Mahlzeit, Mahlzeit. Aber ja, sehr interessante Taktik, um diesem Boss quasi zu umgehen. Aber ja, macht den Kampf um ein millionenfaches einfacher. Also, wenn die ZD-Säge ist, kann man, wenn du ein Spell kannst kannst, dann nicht zu. Also wenn die ZD-Säge sind, dann sind die ZD-Säge sind nicht zu. Also wenn die ZD-Säge sind, dann sind sie nicht zu. Ich glaube, ich habe das schon zu tun. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ich werde das noch ein bisschen deeper. Denn du kannst das in jeder Routen. Und du kannst die ZD-Säge aus, wenn du Carly sterben. Oh, das ist wirklich zu. Aber ja, also wie gesagt, eine interessante Strategie wäre sonst, wenn es das nicht funktionieren würde, müsste man glaube ich ordentlich Level farmen, und das wird schon mal einiges länger dauern. Und wenn ihr HP Flashen 1 und 0 ist, dann wird sie nicht verletzt. So, wenn ihr, wenn ihr eine Angel's Spelle ist, dann wird sie verletzt, obwohl sie nicht verletzt wird, aber sie ist nicht wirklich verletzt. All right, we have a donation here, $10 from Crescens. I am shocked that there are gaps with no donations. Doing my part for Nami and RPG Limit Break, 2nd Genesis 3 Hype. And to remind everyone, we have some incentives coming up for Final Fantasy. We have Bare Knuckle Chaos, which is Fighting Chaos without any weapons. That's $85 of $300. And we have Naming Incentives for Fighter, Red Mages, the 2 Red Mages, and the White Mage, that are going to be used in the run. So, we gotta show those PM people who's boss. Get your donations in, AM Crew. We'll hold down the fort here, AM Crew. All right, this is one of the parts that you're gonna try to keep up the day-night deal going. We're gonna, well, first we're gonna use the end here. And he's gonna wake up at daytime, you will say like, okay, wait, what? So, und jetzt, ähm, was er jetzt gleich machen wird, ist, wir wollen halt nach wie vor, dass, ähm, dass es zu jedem Bossfight Nacht ist. Wie gesagt, man versucht das Game so auszurouten, dass es halt zu jedem Bossfight Nacht ist. Ähm, und dafür werden wir jetzt gleich nochmal das Indie ein bisschen benutzen. Wir werden jetzt gleich einmal übernachten und dann tagsüber aufwachen. Äh, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum wir tagsüber aufwachen. Ah, übrigens, hier ist gerade einer, äh, äh, der, äh, Rafi Rafsan hier, der Jute, den man auch schon aus Secret of Mana kennt, die gute Schmuggelkatze. Ähm, äh, der Wucherkater. So, so war der Name Wucherkater, jetzt hab ich's hier. Ähm, genau, wir werden jetzt hier tagsüber aufwachen und, ähm, das hat einen bestimmten Grund, weil tagsüber ist halt auch schön, ne? So, und was wir jetzt machen werden, wir wollen halt jetzt zu den nächsten Mannangeistern reisen. Erstmal werden wir uns wieder neu ausrüsten, weil... Wir werden uns wieder neu ausrüsten, weil... Und dann, für die erste Mal, werden wir Armour kaufen. Was ist notwendig für die nächste, nächste Sektion? Wir haben Weapon für Kevin, die, 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 die... Und dann werden wir Armour bekommen, aber, äh, Wie gesagt, er wird jetzt hier für Kevin sowohl, äh, Rüstung als auch, äh, Waffe holen und für Lisa halt nur die Rüstung, damit sie einfach ein bisschen mehr aushält. So, und wir werden jetzt gleich, äh, beziehungsweise auf den Weg machen zum nächsten Mannangeist. Ähm, und der gute Kapitän hier wird uns eine, eine Schifffahrt für umsonst anbieten. Und, mein, wir, das wäre ja dumm, wenn wir sowas nicht annehmen, ja. Ich mein, umsonst, äh, mit dem Boot fahren ist ja optimal. So, wir werden jetzt sehen, dass während dieser Fahrt, äh, man muss sagen, in dieser Overworld-Map, die wir jetzt gleich sehen werden hier, ähm, wird die Zeit deutlich schneller vorbeigehen, als wenn er jetzt so irgendwo kämpft. Ähm, und da ich da tagsüber aufgewacht bin, wird es genau so sein, dass bevor er in den nächsten Dungeon kommt, wird es genau gerade Nacht geworden sein. Das ist, äh, wichtig, weil dann halt, ähm, es ist während des kompletten Dungeons Nacht. Äh, normalerweise geht die Zeit immer weiter. Nur während des nächsten Dungeons, ähm, bleibt die Zeit stehen, während man da drin ist. Das heißt, man muss darauf aufpassen, dass es halt vorher Nacht wird. Es hat doch einen Haken, eventuell. Ja, eventuell hat's einen Haken. Ja, er wird jetzt hier mit dem Schiff genau zweimal um diese ganze Insel rumfahren. Und das wird genau so lange dann dauern, dass es, wie gesagt, genau dann Nacht wird, wenn er, äh, in diesen Dungeon reinkommt. Also, Dungeon ist halt, wie man jetzt schon vielleicht erahnen kann, ein, es ist ein, kein normales Schiff, sondern ein Geisterschiff. Ja, das ist wichtig, dass du den Geisterschiff hast. Du kannst sehen, dass es weitergeht. Alles funktioniert perfekt. Die Route ist ziemlich solid. Und das ist die Ghost Ship. Die beste Scream-Ever in 16-Bit-Era. Ja, das ist eine sehr gute Scream. Spooky. Spooky. Ich glaube, ich glaube, die Atmosphäre hat einen sehr guten Job gemacht. In dieser Partie. In der Ghost Ship, ja. Ja. Ja, die Atmosphäre ist wirklich cool. Dann ist noch so, äh, in dieser Partie hier. Ja, das ist ein sehr cool Atmosphäre. Das ist ein Puzzle die spõert, nämlich. Ich habe, in dieser Zeit, eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war in einem wirklich guter Run, und ich vergesst die Puzzle und musste das Puzzle quitteln. Weil ich, ich, einfach, alles Affäre in das Spiel komplett oder so. Wir hatten Gamefax.com in den Mittelpunkt. Nein, ich kann einen Shoutout bekommen, aber ich werde es nicht machen. Ich glaube, ihr wisst euch, wer ich spreche. Die, 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 die. So, jetzt gibt es hier eine Besonderheit in diesem Dungeon, auf diesem Geister Schiff. Und zwar muss man hier einen Charakter weglassen. Und zwar, der Charakter, der mit diesem Geist spricht, wird diesen Fluch des Schiffs quasi auf sich nehmen. Und wird damit für den nächsten Bosskampf nicht zur Verfügung stehen. Wir nehmen logischerweise Angela, weil die mit Abstand nutzloseste Charakter ist. Deswegen fällt das jetzt auch nicht so schwer ins Gewicht, dass die jetzt gerade nicht dabei ist. Wird halt keine Erfahrung kriegen, aber ist das gleiche, ist das einfach erstmal irrelevant. Ja, ich kann das jetzt nicht auf den nächsten Boss, weil es viel einfacher ist, als mit einem LR. Und wir versuchen, etwas EXP hier zu bekommen. Es ist immer willkommen, etwas Geld. Chibi-Devils sind eine sehr, sehr gute Ausgabe und Geld. Und sie haben vieles HP. So, wenn Bic ever decides to attack... Let's go, Bic. All right, Bic. There we go. 26. Ghouls are bad. They get a lot of HP, and they give the same EXP as the Chibi-Devils. So, it's not worth it to fight those. This next Greek coming up has like three Chibi-Devils, I wanna say. So, it's a very good chance for Bic to show up. Let's go. Let's do this. There we go. Offside jetzt hier genauso wie sonst immer. Er versucht ja mit Lisa weiterzugehen, während Kevin hoffentlich im Hintergrund ein paar Gegner kaputt klatscht. Und das sieht so weit ganz gut aus. Das war, das war deine Fall. I was gonna get him. My bad. This Boss is one of the worst Bosses in our game. Yeah, this is another really annoying Boss. Ah, this is Gorva. Der Boss hier. Logischerweise ein Geist. Ähm. Ziemlich nerviger Boss, weil der sich einfach mal verpieseln kann. Und dann zum Beispiel oben am Screen erscheinen kann. Und das wäre das Schlechteste, was passieren kann. Du bist hier. Just chill. Anti-Magic ist schlecht. Wow, okay. Das ist unglaublich gut gerade gewesen. Er ist einfach da stehen geblieben. Das, was er jetzt gerade gemacht hat, war leider ein Debuff. Bzw. er verliert damit alle Buffs. Deswegen muss er Kevin jetzt hier nochmal neu nachbuffen. All right. Seems good enough for now. Äh, aber so weit so gut, das war schon ordentlich Schaden. Jetzt wird er wahrscheinlich oben, ja. Wenn der Geist, oder wenn der Boss oben erscheint, hat man keine Möglichkeit, ihn zu attackieren. Global Pattern. That's why I can tell what he's gonna do next. I like the trumpet. Yeah. Good touch. Gotta call the clowns. Also, this is going really well. He's gonna do his desperation move pretty soon. That's, I think, that's it. Evil Gate, AOE, is usually his desperation move. So he's pretty close to death right now. A couple more hits and I shoot down. Tja, keine Ahnung. All right, let's see. Aber, so weit so gut. Also, guter Pfeil moment. Oh. Müsste eigentlich gleich tot sein. Oh, kriegt er, oh nein, kriegt er nicht. Ah, doch, vielleicht. Er hat grad echt Glück, dass der Boss... Wow, richtig guter Bosskampf. Also, da hat er echt ordentlich Glück gehabt, dass er immer, oder meistens halt unten erschienen ist. Also, ich hab's auch schon mal gehabt, dass der teilweise minutenlang oben nur am Bildschirm rumgeeiert ist. Man quasi gar nichts machen kann. Also, wir haben 9 Strengths hier. Und so, Kevin würde be doing 60 damage instead of 50. Mhm. So, und wir sehen jetzt ja auch schon den nächsten Manageist. Ich denke, viele Leute lieben diesen Mannschaften. So, den Schattengeist. Und dadurch, dass wir jetzt den Boss zerstört haben, haben wir auch den Fluch des ganzen Geisterschiffs zerstört und das Schiff wird damit zusammenbrechen. Was natürlich nicht gut ist, weil wir uns gerade mitten auf dem Meer befinden. Also, die Mannschaften der Dunkelheit hat sich verloren. Das ist schon lange. Und das ist später. Und das Schiff ist... ...dispannend. Wir sind in der Mitte der Welt. Wir sind in der Mitte der Welt. Ich weiß, wo... ... diese Isle hier sieht so auspicious aus. Das ist bei uns auf der nächsten Stelle. Nocturne kann sein, ja, Nocturne ist so. Wie gesagt, ich bin unheimlich schlecht mit den deutschen Namen, weil ich es einfach immer auf Englisch spiele, oder das spiele natürlich nur auf Japanisch, aber sonst habe ich halt auch nur die englischen Namen im Kopf, deswegen entschuldigt bitte, wenn es mir nicht so voll einfällt, es weiß ja jeder was gemeint ist, ja, ja. Das ist wahr, wir werden sehen, wir werden ein Honk, wir werden ein Honk, wir werden ein Honking machen. So, wir werden Honk later, wenn du nicht mit SP3 Speedrunning bist. Das ist mein Chat, das ist mein Couch's job, ich denke, das ist die Secondary Honking. Das ist gut, Nerm. Dang. All right, you got it. All right. Oh, Tomato Man. Oh, der Tomato Man. Ja, du willst Kevin to kill Tomato Man, hier? There we go. All right, now we will stop putting Constitutional Vitality into Leece. bis sie kappt. Da ist eine neue Strecke. Du hast nur ein Punkt verpasst, und es sollte ein Schmutz-Salein für Karnout geben. Du kannst jetzt 10 an diesem Punkt haben. Hoffentlich werden wir bis zum nächsten Major-Boss bekommen. Hashtag-Frei-Boss. Ja, er ist frei. Ja, es gibt ein Schedule. Du kannst einfach ein Schedule geben, bis wir es finden. Geht immer noch bis Samstag. Äh, Angela ist die... Ja, sie ist... Das ist wunderschön. Sie war auf der Wand! Nichts, was hier zu sehen. Danke. Nach dem Schiffbruch sind wir jetzt hier auf dieser Insel gestrandet. Und müssen uns jetzt hier irgendwie den Weg wieder rausfinden. Und... Ja, jetzt... Im Moment sind wir erstmal nur auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen, wenn wir wieder runterkommen. Wir haben keinen Healer, also... Das ist sogar noch gefährlich. Hopefully, wir haben gute Heal-Initems left. Wir haben 4 Candies und ein paar mehr Photoress. Und wenn wir die Casual Play-Through sind, in diesem Spiel, wir würden hier nicht wissen, weil wir nicht wissen, wo wir gehen können. Es ist sehr kriptisch. Du hast es zu sprechen. Du hast es zu sprechen. Das ist die Träger für... Unlocken die nächste Nähe. Es ist sehr kriptisch. Du hast es zu sprechen. 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 Aber wie w- Du hast es zu sprechen. Du hast es zu sprechen. Das ist die Cave. Das ist die Cave. So, das Cave hat sehr nasty enemies. Um... Poto, right there. Uh, he kann Heal. Also hat... A lot of Reach. Uh, those... Uh, like... Like a Pacoon Baby. Uh, when you deplete his HP, uh, he transforms into a new... Uh, enemy. And he depletes... Uh, completely recovers his HP. So, it's very, very annoying. You can kill them in the first forum, but... You have to deal a lot of damage. It's tricky, yeah. Basically need a special. So, there's a... This screen is super sketchy. Yes, it's... There's a couple of skins that are really not... You have to have a lot of room to maneuver. So, it's... You're gonna get hit, anyways. So, you're gonna have to maneuver... Around the enemies. And this is a mandatory fight. You get trapped here. You have to kill all the enemies. How many of these I have left? Two? Two... Three... Uh... Alright. So, Poto, right there in Reach. And off we go. So... Ideally we want... At least to survive. Which... Probably not gonna happen. She's... At least for part of it. Here we go. Here we go. Uh... 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 When an enemy attacks you... Okay, but he's done. That's good. Uh... 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 Okay thank you. I can get, uh... 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 Ja, sie hatten einen vorher, und dann haben sie einfach entschieden... Ja, wenn ihr die Beta-Version spielt, die Sample-Rome, dann findet ihr... Es wurde ein paar Jahre lang geliebt, auf der Internet. Und es hat einige wirklich werte Veränderungen, in comparieren zu den D&D. Es ist eigentlich nur ein Durchrennen und hoffen, dass du nicht für einen Gegner genutzt wirst, großartig. Aber jetzt sind wir auch schon am Schluss hier. Und ja, da sehen wir jetzt... Hier wird es jetzt keinem Boss geben, sondern wir werden einfach nur quasi... Der Vulkan wird über uns einstürzen. Und werden dann von einem der besten Videogameschildkröten gerettet. Meiner Meinung nach, für so ever. Ja, da haben wir ein paar Codes, wie ein Game Genie und so. Man kann es aus dem Bounds klipen, und man kann das ganze Spiel exploren. Es ist nicht vollständig programmiert, aber... Da sind wir die Start der Show. Ja. Die Start der Show. Ja. 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 Schumpfte. Ja. Das ist schön. Ja. Das ist alles, du. Die Charakter Design ist ziemlich gut, bei dieser ersten. Ja, wenn man, könnte ich beim Biskoboo, als als The two, als das, Ich denke, das wäre ein bisschen zu schoen, für alle die Storylines. Probable. Wo war die Incentive? Wo war die Incentive? Oh! Oh, man. Opportunity missed. Maybe next time. Mistakes were made. Maybe next time. Made a million dollars. Hello? Alright. Next time. Next time. Next time. Next time. That would be pretty great, though. Ha, ha, ha. Also, der ist mal am Weg, wie man die für kurze Buscabu, und wie man die beschwören kann. Ja. So, gehen wir jetzt erstmal zum König zurück. Okay. In Final Fantasy, the two Red Mages and the White Mage. And, coming up later, there's also the Phantasy Star 4 run, where there's an incentive to learn Magid, the strongest spell in the game. Uh, the character name in Quest for Glory. And, a, uh, glisteless run of the first game in Quest for Glory. Cause, Quest for Glory is all five games. And, if you donate five dollars during this game, you can get a reproduction cart. of this in English, because this never came out in English. You know what to do? Get your donations in, and get a repro card of this game. This game's awesome, Casually. It has a couple of issues as a speedrun, but... It's really good. It's awesome. And then you have the three storylines. Six playable characters, so I played it, like, four times. Lot of, tons of replay value in this game. And, tons of replay value, kind of, can make your own party configuration if you see fit. I believe there's also a rabbi bet, if you donate a middle of ten dollars as well. Ooh. Let me check. I do believe that's on the prize list. I have one of those from last year. Yeah, that is also on the prize list. Nice. Ducky. You can get this. Man. Man. I'm the couch for SD3. Didn't bring a rabbi. Oh. You didn't bring the turtle costume, and you're yelling at me? Yes. Absolutely. Ah. Well, it happens. It happens. I'm used to disappoint with the Pharaoh. The king will now... I've heard. No hard feelings. I've heard. No hard feelings. Right. It's getting very... It's getting very... ...because it depends on the day in the cycle for some reason. Yeah. It's just because it takes so long to tell you about it, that it basically becomes nighttime. Changes, uh... Storytelling, dude. Takes too long. Do you see that zigzagging? Do you see it? Yeah, man. A frame-perfect trick, dude. I gotta increase my APM. Um... Can you solve a Rubik's Cube while zigzagging? Uh... Yes. I'll just be walking because I need my other hands to the cube. That's fair. Yeah, so at this point we're pretty underlevel. You see... You can just watch the next couple enemies. You see we're really, really underlevel. That's gonna be the constant throughout the whole run. Underlevel, underqueft... Underclass. So... Froggius got the flute. So... He can now Carol Buscobu... Um... Hoopern. For the hoopern. We'll see. That's just funny. We're going to open the portal to the... Man at Holy Land. And here it is. You guys donated for this. So you're gonna get it. He does have a peek. He does. Nice. Let's go for Oshis Hunter. Oh no. So... This is kind of a... Thing... Going with... SD3 Runs. Uh... Uh... You press A, you use... Buscobu, you use... Honks. Like this. Um... It's like a constant. You have to... If you're SD3 Runner, you have to do this. There's no way... You're not gonna do this. You have to do it. Oh... Exactly. It's just funny. For every run. We'll just hear it once again. Every time when it comes. Okay. I like the freestyle at the end as well. Okay. Auf jeden Fall in a new start at the end as well. We're gonna have to do it first of all again. We're gonna have to do it first of all again. Because there's also new weapons and weapons. Yeah, it is. And like I said, we're gonna have to do it right now. So the menu here is... Frost is gonna buy healing items. Because we need healing items. Nine chocolates... Um... Nine candies... A cup of wishes... A cup of wishes... And one rope. A rope is gonna be used a little bit later. Through this area. Oh... We're fine. And some armor. And also a weapon for Kevin. I think I'll probably save here. I'll do it now. Because it's out of the way. Well, it's fine. This ice field is very, very dangerous. You can die pretty easily if you get unlucky. It's not as big of an issue when you have Carly. Because you can just spam heal light. But since... Since you guys generously donated for Dragon Emperor. We don't have that luxury. Yeah. Maybe a shout out to everyone who put us through this ordeal. I mean, it gave us this opportunity to shine. Oh. Yeah. Yeah. I'm sorry. Sorry. Yeah. The... The armor might not seem like much. I mean, okay. Like 18 points, but... Sonst gibt's eigentlich nicht viel zu lang, gerade. Er macht jetzt... Also ab sofort wird halt immer so abgehen, dass er durch die ganzen... ... mhm... ... ja, die ganze Bereiche einfach so durchrennt, ohne jetzt großartig viel zu killen. Er wird vielleicht ein oder andere Gegner mal versuchen zu killen, aber... ... viel lohnt's... Also sehr groß lohnts sich nicht hier die Monster-Capuzone. Diese Zauber sind ein bisschen nervig, weil die können regelmäßig Zauber casten... ... logischerweise... Und die machen ordentlich Schaden, wie ihr hier sehen könnt. Das ist ein bisschen nervig manchmal, aber am Fallen dauert es halt bis sie ihn zaubert durchhaben etc. Ja, ja, ja. Ja, genau. Weil wir einfach nur aufhören, dann würde es uns aufhören. Das ist das Schlimmste. 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 Die nächste Schlimmste ist ein Schlimmste. Das ist das 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 Schlimmste. Hier gibt es halt so ein paar Bereiche, die dann quasi... Also es sind quasi Fallenräume. Also hier muss man jetzt diese Gegner kaputt hauen, um weiter zu kommen. Aber Kevin ist mittlerweile so stark, hat so viel Stärke und auch die besten Waffen leider immer noch keine Stärke. Das ist ein bisschen unglücklich, aber... Naja, das wird schon hernauen, irgendwie. Also es funktioniert auch so. Es ist halt nur ein bisschen länger, weil... Je weniger er stärker, logischerweise Kevin hat, desto weniger Schaden macht er. Gerade für ein paar Bossfights ist es ein bisschen nervig. Wir haben ein paar Donations. Okay, go ahead. $5.00 von Afridi. Love this game. A ReproCart is just too tempting not to donate. Keep up the great work. $35.00 von Bairagi. I hear you need some donations to read. Use some cash to fight Gilgamesh, because his battle theme is rockin' as heck. Agreed. $10.00 von Kobahi. Kobahi. From the tech desk. You must be bored. Keep going, Feral. Aether, you're almost up. Gotta donate for those sweet prizes. Also, Flash for Ancient Cave. Flash for Ancient Cave. I like it. I can support that. Oops, that's not what I meant to do. I'm so excited about Flash in Ancient Cave. Okay, so... This screen right here is another Force encounter. Unfortunately, on the way back, Froh's gonna have to fight those two again. Which, well, there's bad and good out of this. You can get some free EXP, but you also have to deal with this. It's pretty good. You should... Oh. By the way, you like no HP. So, it's going to be the next boss fight. And this time it's, yeah, in a certain way a refight. It's the second boss. It's going to be the next boss fight. It's going to be the next boss fight. But they'll be a bit stronger. And a bit stronger, I mean, they'll be a bit stronger. 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 So, they'll be a bit stronger. And that's why Feral will be right here with Kevin with the Donnerklau buffen. Because they're weak against the Donnerklau. And... Well... Yeah, I'm going to try them as fast as possible. I really need to try them as close as possible. So, I really need to try them as close as possible. So, that he can all three with each attack. And then just hope that they don't kill each other. Because these golems, these golems, or the roboters... Uh... Like that... Sirensclaw, Thunderclaw. And Big... Big's gonna... Uh... Gonna go completely crazy on this guy, these guys. And also on defense scale, because these guys hit really hard. Uh... You should be doing... You're not missing too much damage actually. You should be fine. That guy... Uh... 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 ...we don't have damage. Uh... Uh... Ich dachte immer, wenn sie unter der Hälfte sind, sie vielleicht starten mit Spellen. Aber es ist total möglich, dass du die Battle entdeckt, dann entdeckst du den Battle mit zwei A.O.E. Spellen oder so. Ja, wenn du nichts kannst, weil du zwei Spellen hast. Und zwischen Spellen hast du eine Queue, du kannst du deinen Menu öffnen. Ja. Also, wenn du zwei Spellen hast, dann bist du. Ja, das ist ziemlich dumm. Oder das kann passieren, wo sie einen Attacken in den Beginn und dann die. Ja, das kann ein Coin-Toss sein, wenn du dann runnst und dann die Trollst du und dann bist du. Ja. Für die meisten Parten, ein Boss. Ich habe mich über hier gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, die nächsten paar Plätze sind. Wie gesagt, die Desert ist jetzt gekommen. Diese Spiel muss man sehr optimiertes Worm-Mind-Movem in der Zeitung zu verändern. Das ist sehr wichtig in der Speedrun. Wie gesagt, die Hide wieder, die Force-Encounter. Du kriegst 3 XP, aber... ... es dauert ein Zeit. Wenn Kevin ... Okay, das ist ein Ding. Das war definitiv ein Ding. Das ist niemals ein Ding. Das ist niemals ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Ja, das sieht so aus. Ja, das sieht so aus. All right. Oh, du hast die Teile wie in Asus, Grich. Oh, did ich? Ja. Manchmal, wenn du an enemies pushst, und du auf die Menü, dein Charakter wird in der Push-Animation während sie gehen. Ja. Ich denke, Happy got that one Happy Squid. Ja. Es ist nicht so wichtig in Screens mit Enemies. Aber du kannst das auch in Towns. Ja. 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 Ich glaube, sie hat auch in Machine Golems. Sie ist auch in Machine Golems. Oh, war sie? Ja. All right. Das ist gut. Dann hat sie 216 XP, so das ist wirklich, wirklich ein Problem. Und der Maage ... Unfortunately, er war gestiert hinter den Treten. Er war nicht so, ob er es macht. Diese Leute können vieles zu tun. Ja. Die Sahahin ... Die kann auch vieles zu tun. Ja. Gut, fight. Ja. Du bist gut. Hier geht's. Du willst du auf dem gleichen Level bleiben bleiben? Ja. Nachdem wir den nächsten Mana Geist befreit haben, geht's weiter zum nächsten. Jetzt haben wir den Eis Geist. Jetzt gehen wir zum Feuer. Ja. Anschließend haben wir noch ... Mond und ... Und ... Und Baum. So, manchmal, wenn du Transition canceln, weil du L oder R hältst, manchmal ... weil sie ... die ... die Spieler oder die Charaktere kontrollieren. Manchmal, wenn sie es auf den L oder R hältst, dann wird das andere Charaktere targett. Mhm. Was eigentlich wasst Zeit. Das ist gut. Wenn du ... wenn du ... verletzt hast, du kannst du in die Richtung du willst. So ... es machte etwas aus dem Zeit, aber ... Es ist gut. 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 Wir sind aus der Kür. Es ist eine Nr. Wir gehen auf den Desert. Und ... Wir gehen auf den Desert. Du hast es was du willst. Es wird ein bisschen Hunk. So kommen Sie rein. Und dann sind wir gleich. Es wird es ziemlich hoffert. Es wird es ziemlich hoffert. Es wird es ziemlich hoffert. Ich glaube, es ist nicht hoffert. Ich glaube, es wird es un-iloffert. Ich werde es dir so machen. Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben einige Hunker. Wir sind in der Nacht. Oh ja. sondern direkt beim nächsten der wüsten müssen gebiet ist das heimatgebiet von hauck das wenn ihr jetzt theoretisch mit dem ersten faktor hauck angefangen hätte werden dass ihr euch stark liebigt gewöhnt every like the days actually boost that specific element so for example is not the earth base spells or air weapon and chance stronger it's pretty cool it's a very good free frequent mechanic what's I doing get lost did it yeah when you're gonna ever get lost in this place are you talking about okay sorry I must be countries with another runner yeah sorry yeah when you're first learning this game this place is it's really easy to get lost because and it's really bad if you take a wrong turn here because you get trapped and you have to fight enemies to get out so it's a pretty significant time loss you lose lifetime loss and you lose some time in the day night cycle so it's going to get the right way every time and it's a much faster than the next boss here and it's a refight once again and that's been this time again Bill and Ben but we have this time no pumpkin bombs on the other side so we don't need them in this case just because now we are gonna have a good level that we can Brace to these are 19 but they are still really annoying but they don't have a lot of just so fun and they can see that is now all just not just these guys have a jutsu's then one of them but they are already a lot of them some of them have a very very nervous attack with debuffs they can even be a pretty pre transformed so they can even the max hp that can be more than uh this is also pretty nerfish we hope we hope that they are not so many debuffs Okay, so now he's going to buff, because these guys can have double attack attacks for twice, and he's going to have both Kevins or Bigs and Radius. Here he's going to buff not only the attack of Kevins, but also the defense power, so that even if he's going to split into two, they won't do so much damage as else. If they hit a bit of damage, they will also make a lot stronger attack, so you have to pay attention to her. Yeah, based on her constitution. Mm-hmm. She can take several damage. Basically, like I said, she's basically your tank slash multipurpose character. Yes, that's why I say. You instantly died. Just accumulate damage and just die. Would you like to attack? Do you like to attack? Maybe? Okay. Yeah. So, when they're close to death, they can do this attack called Shadow Dive, which is very, very damaging. I think you can one-shot Kevins, pretty much. Especially without the defense boost. I think that guy of the life is casting Shadow Dive. Oh, there it is. Yeah. Now he's not buffed, so... Okay. Oh, he actually didn't... He survived. He survived. I think he died. Well, now he might be bad. Yeah. See, that's the best part is... You're alive, queue up your healing item, and then get killed before you actually use the healing item, and then it just doesn't... It's all up again. It's not that good. But, as I said, they already have good damage. And they're just that... Oh man. It's really dumb. As you can see, they are going to keep the damage in. So it's not a sugar-lick here. Yeah. But the problem is, as I said, when Kevin is dead, he loses all the buffs. And that's the biggest problem. Okay. But he's done. Yeah. Okay. Here you go. Now we start pumping Kevins constitution. Eine Sache die ich noch gar nicht besprochen hatte, die aber auch durchaus interessant ist für das ganze Spiel. Es gibt in dem Spiel die Möglichkeit die Klasse zu wechseln bzw. sich in der Klasse weiter fortzuschreiten. Es ist eigentlich ziemlich interessant und für Dupla Nintendo auch ziemlich komplex, aber letztendlich hat jeder Charakter zweimal die Möglichkeit seine Klasse zu wechseln und sich somit stärker zu machen. Jeder Charakter hat jeweils die Möglichkeit entweder Licht oder Dunkel zu gehen und beim zweiten Mal hat man wieder die Möglichkeit wiederum Licht oder Dunkel zu wechseln. Das heißt es gibt vier verschiedene Möglichkeiten seinen Charakter quasi in der Endstellung zu haben. Es gibt entweder die rote Licht-Licht, Licht-Dunkel, Dunkel-Licht oder Dunkel-Dunkel. Das gibt es für jeden Charakter. Und jede Weiterentwicklung hat auch andere Stärken und Schwächen. Das ist super interessant, weil es gibt da unzählig viele Möglichkeiten wie man seinen Charakter halt auch nach seinen eigenen Vorstellungen quasi ausrüsten und weiterbilden kann. Die zwei NPC-Dunkel werden die Stärken und sie gehen durch die Luft. Das ist eine Levitatio. Ja, es ist etwas random. Es ist ein Schicksal, ja. Ich habe einen Salamander hier. Es ist ziemlich cool. Er ist ziemlich angenehm. Ich werde jetzt die Rope hier benutzen. Ich werde das hier ausgehen. Ich werde das hier ausgehen. Die Spirits haben wir in der Ziele ausgehen. Er ist wahrscheinlich ein paar Minuten. Ja, wahrscheinlich ein paar Minuten. Ich habe das früher vergessen. Ich habe das vorgenommen, aber das ist vielleicht schon ein paar Minuten. Ja, das ist es wahrscheinlich ein paar Minuten. Ja, wir haben die Rope hier benutzt. Wir haben die Spiritsgeist-Internet durch die Spiritsgeist-Internet. Wenn du in der Spiel spielst, hast du in der Spiel das Spiritsgeist? Dann gehen wir raus. Der nächste Ort ist wahrscheinlich eine der worstensten in der ganzen Runde. Die Moon Forest. Definitivamente Saving before I go into that place. Definitivamente, ja. That place ist ein Nightmare. Casually in der Speedrun. You're gonna see a lot of Kevin's cousin, brother, half-brother. Are they actually related? No. I'm just saying, stop. Yeah, they are pretty bad. They deal a lot of damage. You think Kevin's OP in this game is watching receive the enemy counterpart. These guys are usually not that aggressive. Yeah, usually they just like miss. Not actually miss in the game. It doesn't say miss. They just swing their horn and just completely whiff. Yeah, I've never seen that. That was actually surprising. They are not that aggressive. Yeah, we should... It's alright. No biggie. So, now let's go to the Moon Shrine. And that's, I would say, almost the most difficult part of the whole game. Also, one of the most difficult parts of the game. Oh, definitely. Yeah. Yeah, I've seen the worst here. I've seen the worst here. I've seen the worst here in the Terracan. I've seen one of the worst spots here. So, now we're going to the moon. So, now we're going to the moon. In the moon, in the moon, in the moon, in the moon. And that's the main area of Kevin. There's some honking going on. There's some good things. Also, in this cave is permanent night. It's always night. That's a good thing. Kevin is always a werewolf. What's a bit of a bad thing is that the enemies are also werewolves. And, in that time, the enemies are still running. And the enemies are almost Julgian as they did. Also, they're absolutely strong. And they're really going to go to the end. They're going to die night time anyway. So, right now it's day. When you enter Mentos, this city will... You'll see a Blonde. And you'll see the second level we won't go to a point. So, you won't have to worry about that. That will take a bite. mitnehmen. Gibt es zwei Gründe. Erstens, wir sind natürlich logischerweise deutlich stärker mit dem Klassenwechsel. Und zweitens kannst du irgendwann deine Statuspunkte nicht mehr weitermachen, weil die cappen. Die sind irgendwann einfach bändet. Also das heißt, mit Kevin kannst du in der jetzigen Form niemals mehr als elf Stärke kriegen. Geht nicht, vom Spiel aus gesehen. Deswegen musst du allein schon, um dieses Cap aufzuheben, musst du schon den Klassenwechsel machen. Aber auch so bist du einfach stärker. Und der erste liegt halt so ein bisschen auch auf dem Weg. Von daher passt das. Der zweite, der für den zweiten bräuchte Level 38, glaube ich, und noch ein Secret-Item. Und das braucht man nicht für einen Speedrun. Also ich sag mal, du wirst den Speedrunner, der Speedrun wird ungefähr so mit Level 31, 32, wird er das beenden. Das heißt also, kommt es noch nicht mal ansatzweise an die zweite Form ran. Er wird jetzt hier saven, halte ich für absolut legitim. im Marathon, weil wie gesagt, kann man richtig schnell verprüht werden. No. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't. Don't take my advice. That's, that advice was very bad. Alright, this next screen. Now, you can just stutter step here, but this is one of the hardest things to stutter step. You don't want those werewolves there to activate immediately. Okay, so when I said that the werewolves We're pretty bad. We're going to do level 21 versus level 12 characters. Kevin's not the only werewolf, or Bic's not the only werewolf, that can deliver some damage. All these werewolves are really painful. If you want to just fight these guys, because there's a slight possibility that Leeds can get a level 12 here. It's very important that it happens. If it doesn't have it, it's not a big deal, but it's... It's really good if it does, because you're going to have a higher chance of survival than the next boss. You're going to get some money also. Nice! But she's locked out of Khan. Oh, but... I mean, it's fine. You guys are going to have 204. Yeah, 204. 204 is a very... So, now we're going to get to the next boss. And... Yeah, Luga, the next boss. If you've already thought that the opponent would have a good deal, then you should have to wait for the boss first. If the boss is the same as the werewolf. And... The boss is basically the former mentor of Kevin. And... This next boss is a problem. Alright, so... I'll go ahead and donate 20 dollars per Skydance. 20 dollars per Skydance, let's go. For each Skydance? For each Skydance. Ah man... Meiner Meinung nach der schwierig... Also... Nicht nur meiner Meinung nach, ich denke mal auch der Meinung von Feral nach. Der schwierigste Boss im ganzen Spiel. Also der macht brutal viel Schaden, wirklich. Das ist... Der macht so schnell Schaden, da kannst du wahrscheinlich gar nicht hinterher gucken. Ähm... Es ist unheimlich wichtig, sich von diesem Boss nicht in eine Ecke dringen zu lassen, weil sonst... Verprügelt er einen gnadenlos schnell. Äh... Stattdessen will Feral jetzt hier versuchen, den Luger, also den Boss als... Ähm... Den Boss an sich selber in eine Ecke zu drängen. Und dann so viel Abstand wie möglich zu halten, dass er den Boss gerade noch so erreichen kann. Das ist aber unheimlich schwierig, das über den ganzen Kampf durchzuhalten. Als wäre das für mich schlimm genug, dass er sowieso schon ordentlich Schaden macht. Sobald er zwei Drittel seine Schaden... Äh... Sobald er zwei Drittel seine AP verloren hat, also nur noch ein Drittel AP hat... Kriegt er zusätzlich noch einen Enrage. Und dann wird er sich nochmal weiter in eine andere Wehrwolf-Form verwandeln und kriegt... Einen... Einen von vier Moves. Äh... Einen von vier Special Moves. Und einer dieser Special Moves... Killt einfach alles auf dem ganzen Bildschirm. Und da hast du überhaupt keine Chance, das zu überleben. Äh... Von daher kannst du nur hoffen, das ist der Suzuka Skydance. Äh... Wenn der gleich kommt, dann kann man schon mal schön äh... Die Bible Thumbs rausholen. Also absolut wichtig hier sowohl Attack als auch Defense zu buffen. Weil ohne Defense-Buff wird man hier komplett... Chancenlos sein. Ähm... Like that... Ah, thank it. Well, you got the... You got the... Next to the bridge is a really good place. Up there, that's probably the most... The best place for him to be. Ja... Oben links... Links neben der Brücke ist der beste Platz. Weil da ist es so eine kleine... So eine kleine Nische. Genau da möchte er ihn möglichst lange drüber halten. Aber ihr seht schon, wie viele Schaden er macht. Äh... Uh, ich glaube da ist jemand gestorben. Oh ja... Oh... Oh... Das ist nicht gut. Genau das ist der Punkt, wie ich meinte. Das ist jetzt richtig schlecht, denn Kevin hat mal wieder die Buffs verloren. Und das ist das, was eigentlich nie passieren sollte. Und jetzt wird er deutlich weniger Schaden machen. Und jetzt macht er irgendwas. Und hoffentlich ist es... Wow! Okay. Das war super gut. Also das war richtig richtig gut. Ähm... Er war gerade dabei was zu casten, deswegen konnte man es jetzt nicht sehen, was er machen wollte. Aber er hat ihn da sehr gut in die Mangel genommen und deswegen... Letztendlich guter Fight, auch wenn er einmal gestorben ist. Guter Kampf auf jeden Fall. So, da ist ein anderer Boss, ein Archdemon, der kann einen Moon Saber auf sich nehmen. Und er macht ihr 1 Damage nachher, statt 30 oder 40. Also es ist lustig, dass er sich mit einem Saber buffert. Also wenn er hier nicht stirbt, guter Kampf für Marathon. Ja, du hast es geschafft. Ich glaube, du hast wirklich einen Luger. Oh, dude, Luger hat mich verbreitet. Ich habe zwei der letzten drei Runen gemacht. Ja, ich habe die. Ja, Moon Saber ist... The only thing that Moon Saber does for you, ist das Drain your opponent MP. Das ist es. Wir haben keine Spelle, so... Nope. Nope. Es ist wirklich nicht wichtig. Ich meine, ich werde nicht nur Spelle, aber... Es sind sehr spezielle Spots. Ja. All right. Wir haben Fireball. Wir haben Fireball. Wir haben eine $10 donation von Anonymous. Er sagt, Hi. Hi. Hallo. Hi. Hallo, Anonymous. Hallo, Anonymous. Hallo, Anonymous. As a reminder, there are donation incentives coming up. There is still the Unarmed Chaos fight in Final Fantasy. That's currently 95 of $300. And that's the next game. It's the end of the game, but... Do get your donations in for that. There is naming the fighter, the two red mages and the white mages. Okay. So, now we have the next one. And now... Let's go for the last one. And then... If you donate at least $5, you can get a reproduction cart in English for this game. And if you donate at least $10, you can get a... You can be in the raffle for a knitted rabbi hat. Alright, that's pretty good. I need to get a long level up. She's way behind on the XP, as you can tell. Yeah. She's level 11. Bunny's been dead a lot, so... She misses out on a lot of XP. Unfortunately. So... We're just gonna get out of here. This next screen can be really bad. Oh yeah, this is... I got the Dark Ali here. Yeah, and this here is... This here is... Ohhhh... The... Man can see exactly how nervous this would be, because they just... Oh god, please, please... Okay, he's coming through. Okay, he's coming through. Ohhhh... Who did the chief shout at me? Seriously? It's a punch in there. You can see how... 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 How brutal you are just walking around the whole time. I remember everybody... Both of them were there. Yeah. Maybe you would have died in the next screen movie. That can be really... Really dangerous. Because on the way over, you know, you can stutter step and get through. But on the way back, they just like... They can just corner you. Get your hunks in. So it's next place. Lampflower Forest. It's the last area we're gonna go before we get our ultimate spirits. It's a very annoying place. Very annoying enemies, in fact, that can put you to sleep. Oh yeah. Mhmm. So... We do these... These areas in a certain order because... You have the... You have the Luna here. You cannot go through here. If you don't beat Bill and Ben and you have Salomando, you cannot get through... So... Now we have the last... Well... First... 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 You're gonna go and just follow the... Red... Flowers... To get through your destination... This next town... Dior... Everyone's here is afraid of you because Elves are... Not like... They don't see humans as their equal... And you're just afraid of... People? Now we gonna stop to the Elder here and... Und er hat uns die Geschichte, die wir haben in der Karriere. Wir müssen uns helfen, um die Träume zu bekommen. Du hast mich allein, dead. Aber ich bin zurück. Du kannst mich nicht immer wieder töten. Die Grass-Mann kommt wieder zurück. Ich finde, dass sie eigentlich ein Half-Elf ist. Ja. Sie ist eigentlich 15, 16 Jahre alt und sie ist etwa 8 Jahre alt. Und das waren ihre Graves, die du gesehen hast? Ja, in den Beginn. Ja, die nur zwei Graves. Die nur zwei Leute, die hier immer sterben. Ich glaube, die Elfen, die wirklich lange dauern. So, dieser Wald ist ein bisschen besonders. Man kann quasi den richtigen Weg daran erkennen, wo eine Blume rot aufleuchtet. Das heißt, normalerweise könnte man... Im Prinzip ist es ein Labyrinth. Aber man kann einfach... Oder man hält sich immer daran, wo die Blume gerade rot aufleuchtet. Das werdet ihr gleich sehen. Und um mich mal zu demonstrieren, wie knapp die Kohle so sitzt. Das könnt ihr mal sehen. Er hat jetzt hier gerade quasi alles verkauft, was möglich ist. Und er kauft die beste Waffe und hat einfach nichts mehr übrig. Null. Er hat noch 64 übrig. Also ihr seht, Geldmanagement ist unglaublich wichtig in dem Spiel. Und das ist einfach ziemlich schwierig während des kompletten Spiels einfach immer die beste Ausrüstung zu haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum man keinen zweiten Damage-Dieler mit reinnimmt. Also vielleicht haben sich schon manche Leute gefragt, okay, warum nimmt man jetzt Angela mit, die sowieso nur tot auf dem Boden liegt. Man könnte auch zum Beispiel Hawk mitnehmen, der auch ordentlich Schaden macht, aber... Letztendlich ist es einfach so, das kostet so viel... Wir haben schon Probleme, nur Kevin auszurüsten. Und ein zweiter Charakter ist einfach komplett unrealistisch, das mit dem Geld, was wir im Moment zur Verfügung haben, da durchzuziehen. Das ist... Ist halt einfach nicht drin. Man müsste viel mehr Farmen dafür, das würde halt dann viel länger dauern. No Skydance? No problem. Nice. Thanks, Nerm. What a boss. This goes towards naming the main character in Quest for Glory. Good luck and or blame ever hate. Nice. I like it. Alright, so we're gonna get out of here now. And we're gonna fight the next boss, which is the most annoying boss in the entire game. It's not necessarily hard, it's just annoying. If he wants to, he can waste a lot of time. And you'll probably see why. It's ridiculous. Yeah, and like the next boss, Gilderwein. That's a relatively big plant. It's really annoying. It's really annoying. It's really annoying. Yeah, this is the only time we'll see it. It's really annoying. It's really annoying. It's really annoying. It's really annoying. And if you have fun, he does it so often, that you just spend a lot of time with it. Let's go, Gilderwein. Alright, so candies are really useful in this fight. You'll see why. First I'm gonna use the Chibiku Hammer to enrich Kevin and get the extra attack buff. And he's gonna start attacking. This guy spawns extra enemies. So, do you want to kill those enemies as soon as possible? Yes. Why? That's because it causes lag. And also, they can just annoy you. That the Assassin Box can put you to sleep. So far, so good. He's missing every other attack though. So I'm saving the special for when these guys come. So I can hopefully kill one shot. Because after a while, the boss will be immune. So far, until you kill all the other monsters. But yeah. It's pretty good. So if only one character is sleeping, it's not a problem. Because you still have two characters with which you can do the attack glitch. What? That's amazing. It's pretty good. The first phase is already over. It's pretty sick. It's pretty sick actually. The last phase is over and over again. On Kevin. And then, the reason I bought more candies and why they're useful is... For some reason, when you use a candy on someone who's asleep, it wakes them up. So you can use GBGO Hammer twice, like we did before. But it takes longer. It's faster. It's just using a candy. That's just a desperation attack. Counter Magic. I have a spell that doesn't really work. So it's also blocked. It's pretty bad. If the fight is too long, the boss makes a pretty strong attack. It makes a pretty bad attack. But... That's... The way I'm surprised. Because as Farrow said, he has his waste time. And he actually goes into his second phase really, really fast. Which doesn't happen very often. It's the first time I've ever seen it. Can you use it as like 3 Sleep Flowers and then he kills me in the second phase? Yeah, it's already a bit bossy. Yeah, I think you should better heal here. Because otherwise... It can always happen that the boss gets a bit more out. There you go. The classic Sleep Flowers. I see. I see. That's exactly what the boss does actually like. So yeah, he's gonna use the candy here and Kevin's gonna wake up. But in any case, every item works. One point away from that. There we go. There we go. There we go. That's all really good fight. Good fight. Very good fight. That fight was ridiculously good. We've been going on for a while. So could we get a roll call on the couch? Oh, yeah. Sure. I'm Feral Fake Man. DMC Aether. Big Fawn Balls. And Nier. This is Psyche Netsetsu 3. Also we have to call it Psyche Deathsetsu 3. Yeah. The second Deathsetsu. Deathsetsu. So we get the last. Yeah. Spirit. Now we got all eight. Drive. Nice. I used to think that Sprite is going on. So now we can open the portal to Mana Land. And so that's what it looks like. And then we can repeat the Mana Swords. But apparently she's just like... And hopefully the whole world will retten. Because that's what we always do in such games. And we have a $100 donation from Charred Resisters. Ooh. Nice. Went to sleep after Kingdom Hearts. Woke up before Saken Ben Setsu 3. I love this marathon. Thanks to all the runners and volunteers for their hard work. Money goes to learning Megid in Phantasy Star 4. Thank you for your donation. Thank you for your donation. Megid is good. Appreciate it that you were watching this Sestit reaction with us. I'm going to take this statue. Just because? Just take the statue. I highly recommend that you take it. So first I'm going to open the portal to the Mana Holy Land here. It's a pretty lengthy cutscene that every runner of this game hates. Yeah, if you were a cheater and used Turbo, it would be actually quite nice. Thank you. Because it's a very long break. Thank you very much. We get a mash through it. So there's no rest for the wicked. I'm trying to spend the whole time, but it doesn't work at me. I don't know. Paypal doesn't do it. Oh, that's terrible. Well, what's wrong. We compete in the League Wars. We compare our times to the Nico Runners. I use Turbo Controller. Because we use J. We use J. RTA timing also. And Froak has me cheater because I use Turbo Controller. Smash it out, man. It happens. It happens. When you've done like 400 attempts at this game, you just kind of try out mashing the same cutscenes. So yeah, you get to the middle portion of the world map and divide this island in this pretty lengthy cutscene. Do you mind explaining what J. RTA means? Basically, it's the timing method that we also use when we compare our times to this island. And this spans all games. It's not specific to this one. Where we now have the 8 Mana Geist League to use to open the portal into Mana Land. And then eventually go back. Basically, you start your timer at the time you turn out your console until the end pops out after the credits. Like a standardized method to RPGs in the Japanese community. Not necessarily platformers, because platformers stay very true to the western side. Which is just, you know, you put like Game Start and the final hit and final boss. But for RPGs mostly, it's from power on to the end. So when J. RTA does. Yeah, right now we're using the English patch. So we started the timer on selecting the last character and we'll end it on the last hit of the boss. So, now there's only one problem with the whole thing. That's why our Helps didn't have to do that. And we're going to open the portal into Mana Land. It's a pretty cool music ball. However, it's a bit more in the air than you thought. And they don't have the chance to go into the portal, because it's in the air. But the most of the games played in the Japanese community are used to it. The games have been adopted even with that. The portal open is open. And they think, well, thank you for the opening. And then we're going to go in. Now you'll see every single person in the portal. And we're going to go in and think, yeah, great. Yeah, so these are the three factions. They're all coming to the Mana Holy Lands. Or, we opened the portal to the Mana Holy Lands. Which was exactly what these enemy factions wanted. So now they all come in their various aircrafts. And they're... Each of the three factions comes in their own airships. And the first one was still pretty normal. But the other two are very cool designed, in my opinion. One of them were the... Soldats from Altena. And now the Beastmen. They have a very interesting method to fly. Yeah, yeah. Yeah, this is basically about midway probably, timewise. So these guys... You know... The Eagles. We've seen it in the other media. So that's... That makes sense, I guess. Is that the Hobbit on the bottom left there? Yeah. The Eagles are coming. On the bottom left there. And... Um... Like every faction has its own... Own ship. Like all the factions are like the Beastmen. And then there's also the... The... The Diebe. Or the Diebesfraktion. And there was also a very interesting... I prepared a very interesting... Into the gates. If you can see it here. The best airship. The best airship. The best airship. If I saw a giant ship coming at me being propelled by balloons, I'd be pretty freaked out. I'd be very, very scared of these guys right now. The wind just happens to be in their favor flying in that direction. Yeah. Everything works out for them, man. We just got... Blown to smithereens with missiles. But we didn't take any damage. So... Nope. Yeah. They're all... Flashbangs, I guess. Gate to... High... Can't reach. So yeah. Now we... We need... Air. Some sort of aerial... Transportation. Buscabu can't fly? Right? It's really weird. Yeah. I should be able to... So, and now is our... Getreue Schildkröte Buscabu. Nur... Aufm Wasserhelbel fliegen können. Bis wir uns jetzt nachher irgendwas umschauen was und... Ja. Womit wir fliegen können. Oh, come on. Are we gonna have to say goodbye to our boy Buscabu? Yeah, certainly this is the last time we used Buscabu. Mhm. Yeah, and this was the last time we used Buscabu. One last honk. One last honk. One last honk. One last honk. Pretty good times we spent together... This journey. So we're gonna get our next method of transportation here. We're gonna head back to... Uh, if you guys remember, we went, uh, Path to Heavens. Which is one of the early... Parts of the run. We're gonna go back there. Uh, to it... We're just gonna retrieve our next method of transportation. Farewell Buscabu. We salute you. Your honking will never be forgotten. Never. Having honked the last Buscabu, I stared at the ceiling. And how much I still honked at her if she didn't move. Shout out to Highwinds. So yeah, it's... These guys are the same level as before, so we don't really care about them. They only deal, like, one damage. The only one... Except to Angela. Or to Bunny. Bunny will still probably die. Bunny will die. Yeah. Oh, she's still alive. Bunny must die. Bunny must die. Bunny must die. Alright. So we're getting through... Here, um... We're gonna get up to where the... Rolantic Castle was. And from there we're gonna get to the left side. They're just gonna go up in a new path. And... There the enemies are way more, uh... How... Like... Level 25, I think. I don't know if I want to go correctly. Um... They're pretty high level there. So... Und... 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 Wird jetzt hier mitgeteilt, weil... Wenn man... Wenn man rumgehen würde... Könnte man erfahren, dass... In Rolanta... Wohl eine Möglichkeit besteht... Ähm... An die Möglichkeit... Oder an die Möglichkeit zu kommen, da... Das... Irgendwie zu fliegen. Macht natürlich auch Sinn, weil Rolanta ist wie gesagt... Dieses... Das Schloss, was hoch im Himmel quasi steht und... Generell mit dem Wind auch verbunden ist. Also wenn wir uns direkt auf den Weg machen... Mal schauen, was da so abgeht. Und... Strafe... Da... Da... Your Angel is two voices. No voices. How about that? Miss Radia. Alright. So... You opened a new path, da... Also... Look at that... There's... 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 So much... Um... Ah... You did it! You gave me an Nth! Only because Pi was locked out, sadly. That's true. Everyone lands Pi. Yeah, 108. Alright. Alright. So... 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 3 spiel eigentlich vor secret of mana ist im prinzip ist ein vorgänger also story technisch gesehen es ist ein anderer aber es ist gewesen natürlich flug wie mit lufti können wir uns dann tatsächlich endlich in das mana land begeben und ebenfalls da rein begeben und hoffen dass wir noch retten können was noch zu retten ist ja zum mana land gibt es eine spezielle sache genauso wie die dass der mondwald so gesandt dass es immer nacht ist ist es im mannland immer tag das ist natürlich äußerst nervig denn somit kann kevin leider nicht in werwolf form gelangen und somit machen wir auch ganz schön viel weniger schaden das wäre insofern kein problem da es hier kein boss fight gibt allerdings geben diese ganzen pogo pushe hier gibt es verschiedenfarbige pogo pushe und die geben richtig viel erfahrungspunkte und deswegen wollen wir die eigentlich mitnehmen und das ist der grund warum wir ganz am anfang ganz viele von diesen attack attack buffs schuppen gekauft haben genau diese hier diese orangenen und damit werden wir jetzt einfach die attack bar von kevin hoch buffen und damit macht ebenfalls ordentlich schaden als wäre ein werwolf form quasi und deswegen wollen sie die erfahrungspunkte mitnehmen die blauen also die die gelben sind irrelevant sind auch ganz schnell kaputt aber insbesondere die blauen und die roten wollen mitnehmen weil wir seht die blauen geben 214 und das ist sehr viel für diesen zeitpunkt und er braucht ein bisschen erfahrungspunkte um rechtzeitig die klassenwechsel machen zu können weil wenn er jetzt zu lange wartet dann werden die boss irgendwann zu schwierig ist wegen er will ab einem sehr bestimmten zeitpunkt will er level 18 kriegen damit dann anschließend die klassenwechsel machen kann theoretisch könnte man die klassenwechsel auch schon deutlich früher machen können also das muss man nicht jetzt normalerweise wäre man hier schon locker locker weitaus über level 18 aber speedrun ist ein wenig rein was meine 7 ja 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 ich schließe das rein ist es wäre es ist kevin sie mit dem weg die image wie kassi level up wenn die level up die löser was wird wird es later an es war Es ist sehr wunderschön. Es ist eine der schlimmsten Dinge in dieser Runde. Es ist sehr wunderschön. Du bist immer wieder auf und musst du re-Buffen. Ich glaube, ich kann LR das Schrein. Ich weiß nicht. Ja, du musst deine Läge adjustieren. Die Kancels hier. Die Läge und jede Schrein ist anders. Ja, du kannst LR. Das funktioniert. All right, so Lee is already also getting levels. Basically, we're gonna end up with level 16, if possible. High 15 is also very acceptable. And you can see the level difference already. 26 versus 15. Except Bunny, she's 14. She's lagging even harder. Yep. There we go. Like, the enemies keep leveling up. And you can... Ja, das Problem ist leider an den ganzen Buffs, ähm... Ist, dass die leider nur einen Bildschirm lang halten. Deswegen mussten wir auch so viele holen, damit wir... Damit er quasi Kevin jeden Bildschirm neu buffen kann. Und, äh, jeder Bildschirm hat quasi, äh... Eines von jeder Farbe, ein Poge-Push von jeder Farbe. Er will die jetzt alle jetzt mitnehmen, wenn's irgendwie geht. Uh, the King Revites, like I said, are really pretty dangerous. You let him do the... Uh, Rivet... That... That tag, Rivet Storm, he didn't do that. Uh, fortunately, because I think I would have killed Kevin. Probably, I'll take this just for fun. Yeah, take it. Uh, we got like two more Screens to go. Before the Mana sort. There we go. We got two Scales, so... You need eight Scales to get through this. Uh, we pick up nine, because, uh... Black is a backup. Uh, Pharrell had to use one, not Korva. He has used Anti-Magic and killed his boss. Soooo, it's not a bad idea to, uh, pick up extra deck scales. Ja, you're gonna see a lot more of those Scales. So, und jetzt werden wir gleich auch so, äh, der einzigen, etwas längeren Cutscene in dem ganzen Spiel kommen. Ähm, und das werde ich gleich direkt mal als, äh, Toilettenpause nutzen, weil ich sonst nicht die Möglichkeit dazu haben werde. Äh, das macht aber nicht, denn während dieser Cutscene wird eine ziemlich- ziemlich epische Musik spielen, und äh, das ist glaube ich auch besser wenn man in der Elbe einfach die Klappe hält. Das ist eigentlich auch so die Pause, die man quasi während eines Speedfunts, das ist die einzige Pause, die man nutzen kann. Das ist halt so ungefähr die Hälfte des Rums und er muss hier echt aufpassen, dass er jetzt hier nicht mehr drauf geht. Das wäre schon echt, ja, wäre schon nicht so geil. Aber jetzt glaube ich, ich werde gerade gespeichert und nur sich gehalten. Oh naja, ist dann da. Ja, Becci. Guten Morgen. So und jetzt werden wir gleich zum Mana Schwert kommen, die werden das Mana Schwert da rausziehen. Epische Musik am Start, könntest einfach gucken, ich werde kurz die Klappe halten und werde eine kleine Pause einlegen, bin sofort wieder da. Das Casino ist wirklich gut. Mhm. All right. What's our time? Okay. 254. Not bad for English. It's like a 248 in J. Yeah. 248, 247, which is not that bad. I think that's what I had in my PB-ish. Mm-hmm. 247, I think. All right. So not too bad. Not too bad. It's got syntax a little bit, but the music's awesome. So yeah, it's just showing all the monikers. Yeah. A lot of stands. Good job. You did it. Sub three. Time to go to sleep. No, I'm just kidding. You can just lean here and do your thing. Okay. So what's going to happen from here on out is I'm going to give you a general idea and I'm going to leave most of the commentary to Furl. I'm going to just do some stuff here and there, but what's going to happen from here on out is we're going to go to the midpoint game, as I call it, Salstina Castle. And we're going to do like a little bit of story thing. And then we're going to go back to Bizzle, the black mark, and we're going to buy a bunch of items. And then we're going to head up to kill the mana beasts. The eight mana beasts, each corresponding with a crystal. Yeah. And then we're going to do the end game dungeon. And that's going to take up the second half of the run. The second half is a lot more exciting than the first, because the first had a lot of cutscenes. The second half is mostly just go from location to location and kill each mana beast. D54, 36 or something? That's a good time. So yeah, it's pretty fast-paced. So yeah, now we have the mana sword and we get to talk to the mana guys. So I'd like to give a shout out to all the people that have helped make this event possible. We have the Yeti, Y-E-T-E-E. They are partnering up with us again, bringing us seven T-shirts, awesome T-shirts. Head over to the Yeti.com. So, also wir haben das Maraschpferd ausgezogen und können uns jetzt theoretisch auf den Weg machen, um das ultimative Böse auszuschalten. Und das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo die, also ab hier wird das Spiel komplett anders, je nachdem welchen Startcharakter man gewählt hat, oder welche Story man halt gewählt hat. Nochmal zur Wiederholung, es gibt drei verschiedene Storylines im Spiel, je nachdem welche Charaktere man mit welchem Charakter man gestartet hat. Und wie gesagt, das Spiel ist komplett anders, je nachdem was man, oder nicht komplett, aber von gewissen Orten ist es anders. Das heißt, je nachdem welche Storyline man hat, wird es hier auch einen anderen Sieger jetzt geben. Im Prinzip schalten sich jetzt, also von diesen drei Fraktionen wird nur eine übrig bleiben. Und je nachdem welchen Charakter man halt gewählt hat, ist halt eine andere Fraktion jeweils der Sieger. Ich nehme euch mal die Faktionen, die verletzt wurden. Ja, also es sind drei Faktionen, und dann, äh, und die zwei, die nicht in der Storyline, die du wählst, werden sie quasi verletzt. Also das ist das letzte, was wir sehen, von ihnen. Und von hierher an, dann sind alle Magier. Also das ist der Archdemon, Bijuu. So, da ist in unserem Fall, haben wir jetzt die Dragon Emperor Route. Von daher bleibt jetzt, äh, der Koren übrig. So wie die Königin. Ähm. Und wie wir sehen, ist, äh, unsere Fee gefangen in der Wand. Ja. Und wie wir sehen, ist, äh, unsere Fee gefangen in der Wand. Und das ist natürlich nicht gut, weil, äh, die sagt uns eigentlich in erster Linie, wo, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, und die sagen uns jetzt eigentlich, okay, wir würden die Fee zurückkriegen, wenn wir denen dafür das Mana-Schwert geben. Auch wenn ich persönlich denke, dass das nicht so ein guter Tausch ist, ähm, ja, die gehen trotzdem dahin und wollen die Fee zurückkriegen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele das letztes Jahr waren, ehrlich gesagt, hab ich, äh, gerade keine Ahnung. Aber, kann man auf jeden Fall drohen, ich bin überzeugt. Ähm, name other than Garret or Furret for Red Mages. Or name other than Minyu for the White Mage. Or if you want to, äh, make sure those names get met. Donate further, get those donations in. And all these donations are going to Maloney. We appreciate all the support that you, we've had so far in this marathon. Mhm. Absolutely. And thank you for all your generous donations. So this part is basically, um, we basically get blackmailed by the enemy faction and they captured Ferry. Um, and basically they're saying, come to our base and give us the Montasword and we'll give you back Ferry. Um, not quite sure why we do that, because the Montasword is, you know, way more important than, uh, than a Ferry Spirit. Which is not even the only, can I spell? It's not even the only one, because there were other fairies as well. But yeah, so depending on which faction you're doing, you go to a different place. So this is, uh, Altina, which was Angela's, um, home kingdom. And then Archdemon, you would go to Navarra, which is where Hawk, Hawk is from. And Dark Lich, you go to the Beast Kingdom, which, uh, Archdemon, uh, Navarra is pretty easy. But Altina and Beast Kingdom are pretty vicious. So it's nice, nice to get through. Yeah, you can get in that little bridge and just get, uh... Now we're, like I said, calling and, uh... Yeah, we're deciding, uh, in some reason we're deciding, uh, to, 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 uh... And that's nice. I can actually cast it on you and it basically does 99 damage to the target. So yeah, so now that we gave them the Mana Sword, we're about to go around and, like Aether said, kill all the God Beasts. And that's routed around, basically, making sure we don't fight them on their day, on their elemental day. Because they're stronger and have more, more importantly, they have more health. I think they have 50% more health. It's on their day? Yeah, it's... Penning is overrated, of course. Which is really annoying, so it's routed out in that way. And also, each time you kill a God Beasts, the remaining ones get more powerful, they go to two levels, yeah. We'll kill a couple, do our first, and the only class change. You can do two class changes in this game, but it's just not worth it, do the second one. So, and we will now see, we're going to use the Bösen Mächte directly to the Mana Crystals. To break. And the reason behind these Mana Crystals is actually following. And that's the one. The Mana Crystals, yeah. Yeah. So, yeah. You are not gonna burn it. Und, ja, das Problem ist natürlich jetzt dadurch, dass die alle anfangen zu zerbrechen, werden die Gottesbiester auch freigelassen. Und, ja, die Gottesbiester haben diesen Namen nicht umsonst. Das heißt, wir brauchen ordentlich Vorbereitung dafür, weil die sind schon ganz gut im Schaden austeilen. Das heißt, das erste, was wir jetzt erstmal machen, ist wieder zurück zum Schwarzmarkt gehen. Denn unsere Ressourcen sind ein bisschen dem Ende entgegengegangen. Deswegen werden wir uns erstmal schön wieder aufstocken. Und, das ist auch das letzte Mal, also das zweite Mal und das ist auch gleichzeitig das letzte Mal, wo wir den Schwarzmarkt besuchen werden. Das heißt, ab hier werden wir jetzt Ressourcen für das komplette restliche Spiel kaufen. Deswegen wird er sehr viele von den Attack-Schuppen kaufen. Und dann, nachdem, hat jeder noch eine, die es so ist, willst du das in den Backpack legen? Und ich sage, ja. Und ich glaube, es dauert etwa drei oder vier Sekunden für jede. Ja. Und Aether wird etwa 40 oder 45 Dinge in den Backpack legen. Ist es nicht besser, dass wir 9 Klauen kaufen, weil wir natürlich auch viele Bosse bekämpfen müssen, die unterschiedliche Elemente haben und unterschiedliche Schwestern damit? Ja. Und dann ist es auch noch ein paar Mal. Und dann ist es auch noch ein paar Mal. Ich glaube, es könnte auch noch ein paar Mal. Denn du musst es für alle 9 machen. Das ist das, was man jetzt hier gerade sieht. Er braucht 3 weitere Items in den Backpack, wenn er die Defensskäle danach gekauft hat. Ja, und jetzt haben wir viel Potohol. Denn wir haben keine Angele, oder Carly. Und wir haben viele. Ja, und da wir nicht wirklich eine gute Möglichkeit haben zu heilen, wird er jetzt sehr viele von diesen Potohol kaufen. Die können, wie gesagt, falls es nicht da gewesen ist, die ermöglichen es einem die ganze Party auch zu heilen. Für einen sehr guten Betrag. Also ich glaube, er wird wahrscheinlich so locker 25 bis 30 davon kaufen. Ich denke, weil es auf dem Marathon ist, wird er ein paar Safety Items davon kaufen. Und dann kommen wir wieder. Das sollte genug sein. Und dann ein paar Light Coins. Ich glaube, ich brauche 4. Wir brauchen diese später noch mehr Stat-Breakung. Weil die Weise der Spiel funktioniert ist, dass es da sind, wie Aether gesagt hat, für die Stats, die du kannst, per Class haben. So wir maxed Kevin aus auf 10 Strength in 12 Con. Und ich weiß nicht wirklich, welche Lysa's max Stats sind. Für die 1. Klasse? Ja. Für die 2. Klasse? Für die 1. Klasse? Ich glaube, er hat eine Change-Constitution gehalten. Also ja, die Klasse-Change bunt das auf. Und jetzt, als du die Klasse-Change bekommst, und ab hier kann man im Prinzip sich frei aussuchen, welche der Gottesbieste man als erstes kaputt machen möchte. Das ist einem völlig selber überlassen. Mehr oder weniger. Bis auf einen. Also das Schatten-Biest muss als letztes bekämpft werden. Ansonsten ist das jedem selber überlassen. Leveltechnisch macht es keinen Unterschied, denn im Moment haben alle... Also grundsätzlich ist es so, dass alle Bieste im Moment die gleiche Stärke haben und auch die dazugehörigen Monster. Sobald ein Gottesbiest zerstört wurde, werden alle anderen entsprechend stärker. Aber es ist jetzt egal, womit man anfing. Im Moment hätten jetzt alle hier Level 28 etc. Und wie gesagt, mit jedem Gottesbiest, was man kaputt gemacht hat, wird alles andere entsprechend stärker. Aber ihr seht schon hier, die Gegner sind Level 28, wir sind Level 15. Also wir sind schon deutlich underlevelt hier. Der erste Boss hat... Ist direkt gleich mal der interessanteste. Ähm... Denn es gibt da eine sehr interessante Strategie für. Und zwar besteht der Boss aus einem Hauptkopf und zwei so Ranken, die immer... Ähm... Also eine Attacke davon ist, dass diese Ranken auf einen beliebigen Charakter drauf schießen. Und die werden den so lange verfolgen, bis sie ihn getroffen haben. Jetzt ist es allerdings so, dass der Charakter genauso schnell ist wie diese Ranken. Und... Äh... Er wird jetzt erstmal zwei Sauber-Casters. Er wird jetzt erstmal einmal so einen Kürbisch schmeißen und dann nochmal irgendwas. Ähm... Und dann wird... Ähm... 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 Das... Okay, das ist gut soweit. Kevin ist tot, das ist sehr gut. Ähm... Jetzt wird gleich die Ranke auf einer der beiden Charaktere drauf... Äh... Versuchen an zu attackieren. Jetzt sehen wir es hier. Und er wird jetzt einfach die ganze Zeit wegrennen. Äh... Ähm... Und solange der das nicht gemacht hat, macht der Boss absolut gar nichts. So was er jetzt also gemacht hat, ist er belebt jetzt Kevin wieder und bufft den hoch. Und wird jetzt mit dem Auto-Attack dafür sorgen, dass Kevin jetzt einfach den Boss verprügelt. Währenddessen wird Aether mit Lisa halt die ganze Zeit im Kreis rennen, sodass der Boss letztendlich niemals mit diesem Kürbis niemals Lisa erreichen wird. Das heißt, er wird jetzt die ganze Zeit so rumrennen, bis Kevin den irgendwann... ...kaputthaut. Ähm... Das Problem ist, dass die AI ein bisschen verbessert oder ausbaufähig ist. Deswegen... ...macht Kevin das manchmal nicht so, wie man das möchte. Ähm... Ja, genau das passiert hier gerade. Das ist sehr nervig. Man, das ist... Ah, das ist sehr, sehr unlucky. Das kann man leider nicht wirklich, ähm... Kann man leider nicht wirklich beeinflussen. Das hat jetzt gerade leider nicht geklappt. Das ist dann ziemlich lustig, wenn man das sieht, aber... Ich habe eigentlich nie das passiert, wo Kevin einfach nicht attackt. Das ist wirklich wunderschön. Aber idealerweise... Ähm... Das ist echt nicht so, wie er attackt. Idealerweise... Er attackt und er kitet und er sterbt. Aber... So, was wir jetzt machen müssen, ist... ...weather zwei Magik-Attacken... ...und dann haben wir ihn noch physikal machen. Und jetzt... Es ist ein 50-50... ...und der Kevin ist nicht physikal. Wenn der Tiger ist Kevin... Es ist gleich halt... Wie schon gesagt, ein 50-50... Also jetzt muss man hoffen, dass der mit dem Kürbis... ...Lisa attackiert und nicht Kevin. Nice. Nice. Sehr gut. Und jetzt sind wir im Loopt und... ...perfekt. Und wie ihr seht, ist das ein bisschen verbuggt. Weil Kevin macht einfach die ganze Zeit eine Special-Attacke. Ähm... Und... Ja. Sehr gutes Boss zu sein, auf jeden Fall. Sehr interessanter Taktik. Ja. Ja. Und wenn du ihn im Meilen im Hintergrund dieses Spezial... ...hell einfach das Infinite-Special wiederkirchen. Ja. Ja. Es ist nur das Big-Minin, weißt du? Ja... Ja. Hier geht's. Ja. So, ja. Ja, wir haben diese Boss down. Guter Boss. Also... Schade, dass es halt nicht beim ersten Mal geklappt hat. Aber das ist manchmal... ... kann man es einfach nicht beeinflussen. Das ist ein bisschen random, leider. Ich glaube, er ist absolut verrückt mit Spellen. Ja, du willst wirklich nicht, dass du ihn nach dem. Es war gut, dass Kevin in Beginn stirbt. Der erste Atac kann Kevin target. Und dann, du kennst du in der ganzen... Du bist irgendwie stuck. Es war gut, dass er stirbt. In den beiden Charakteren, du kannst du einfach nur die Person an, und dann Kite. Und du verlierst du ein Low-Up? Das ist gut. Okay, so now we're going to go to the second God Beast, Zambi, the God Beast of Fire, and after that one we want to be level 18, so that we can, level 18 is a level requirement for class changing. So, again, we'll buy a weapon for Kevin. So, if, it shouldn't be an issue, but, we're going to go to the next area, to the fire. Okay, so we're going to pick up all of these mana crystals, and then destroy the God Beast. Oh, wait a minute, yeah, I'm sorry, I don't know the English Nathan kind there. Siren is lightning, I was even thinking past that, so Zambi, did you equip? No, I'm going to do it like when they run into the cave. So, if they don't end up being level 18, we'll have to go in and kill a few more items. I forgot something. But it should be okay, XP-wise, that is. I think I forgot something. Uh, I know, that's fine. I thought I forgot the coins, but... So, yeah, inventory management in Archdemon is actually quite, quite simple. But in Dragon Emperor and Dark Lich, you have a lot more items, a lot more claws. So, inventory management becomes much more of an issue. So, it's really hard to transition cancel, because it's so laggy. So, it's really hard to transition cancel, because it's so laggy. You see, it's very hard, that he's at level 17 and 16. Uh, also, Angela interests us a little bit, because Angela will be the most on the ground. So, Angela will not make any class, uh, class, uh, class changes. Uh, it will only be with Kevin and Lisa. That means, he will now hope, that he will be with Lisa after the next boss fight level 18. And, uh, Lisa is still at level 16. Uh, Lisa is still at level 16. That could actually be a bit slow, but... Uh, I think there are two screens that will kill. Uh, and this is like... one of the few times you actually... Well, we use all of her with Angela to, um, stat break. But this is gonna be an instance where you actually use her magic. ...we use the magic... ... because she's weak against Eisen. The only one is the same thing as a spell. ... you use the magic as a spell. So this one is actually required. And we will get it, but this is... ... we will get it to... ... for EXP. Alright, well, suddenly... ... that must be enough. Also normalerweise, wenn diese vor Level 17 kriegt vor dem Bossfight, müsste die genug Erfahrung kriegen, um anschließend Level 18 zu werden. Und wie gesagt, nach dem Bossfight möchten wir Level 18 wohl mit Kevin und Alta Medita haben, damit wir mit den beiden dann den Klassenwechsel machen können. Das Problem an der Sache mit dem Klassenwechsel ist halt, dass man das nur an einem Mana-Kristall machen kann. So, da jetzt aber im Moment alle Mana-Kristalle zerbrochen sind, können wir da nicht den Klassenwechsel machen. Das heißt, wir müssen zurück in das Mana-Kristall gehen und da den Klassenwechsel machen. Das ist halt ein bisschen außerhalb des Weges, aber wie gesagt, wir müssen den Klassenwechsel machen, sobald wir Level 18 sind. Andererseits verlieren wir unheimlich viel Power einfach. Aber ja, so das ist Zambi. Feuer. Für einen Grunde genommen ist er weckert auf die Erde. Und wir benutzen keine Eis-Klaue, wir benutzen eine Erde-Klaue. So, wir benutzen das und dann, um, um, eine Art Enraging-Klaue, also wir haben wahrscheinlich Öl, weil er nur 1hp hat. Und dann gehen wir einfach mit Ham. So, dieser Boss ist weirr. Zambi ist, ähm, eigentlich jetzt nicht sonderlich schwierig, also, im Prinzip hausten auch mal auf jeden Fall mit Kevin und... ...und, das war's eigentlich. Ähm, weil wenn du nur zwei Charaktere im Leben hast, dann reduziert das Lack viel. Also, idealerweise... ...heorisch gibt es hierfür zwei Teile. Es gibt's Teure schon einen Ofen, oben in der Mitte, den man auch noch attackieren könnte. Äh, wenn man den kaputt hat, dann würde man dem Boss mehr Schaden machen, aber... ...letztendlich, man macht so schon so viel Schaden mit Kevin, dass man das eigentlich überhaupt nicht braucht, es ist nämlich nur ein Time Waste. Deswegen kann man einfach nur direkt mit dem Boss draufhauen und dann geht er auch relativ schnell dauern. Also, mit dem Bossfall kann eigentlich nicht so viel passieren, es sei denn, er vergisst dir jetzt zu heilen, aber das, äh... Dafür hat er sich extra die ganzen, ähm, die ganzen Proto-Oils gekauft, damit er regelmäßig heilen kann. ...und macht ihr Spell stronger. Aber die andere Sache ist, dass Intelligenz also boosts your... ...I should go. ...inteligenz also boosts your Magic Defense. Oh, wow. ...which, ähm... ...basically macht es so that... ...she survived a lot more Spells than we would have preferred her to. But yeah, now that she's dead, it'll be a lot less laggy. ...for reasons. And so, from here on out, um, I mean, you saw it before, with some of the bosses that I was fighting, uh, we're trying to zero one here to save Kevin, Bic. Um, so this is the, this is the original, okay, so, like, originally, it was known that you could, nice, that you can save the character that you're controlling if they die, if you heal them with another character. You cannot save the character you're controlling by healing them with yourself, so if you only have one character alive and you die, you're dead. But we keep two characters alive. If Kevin dies, we heal with Lease, like we just did in Survive. So that was the original zero one that was known. And then, at some point, I was messing around with it and discovered that... Ah, see, level 18. I mean, Lease. Also, there you go. Ah, there we go. Okay, we're fine. Let's discover that if the character you control dies, you can actually hold select and mash X. And it'll switch to the other character and... Ah, so, alles gut gelaufen. Und wie gesagt, wir sind jetzt genau level 18 mit... Sowohl Kevin als auch mit Lease. Und jetzt wird er erstmal direkt den Klassenwechsel machen. Es ist außerdem wichtig, dass wir das direkt machen, weil wenn... Also, was passiert, wenn er... Wenn er... Wenn ein Klassenwechsel gemacht... Dann werden die Statuspunkte auf einen bestimmten Wert gesetzt. Das heißt, dann wird gesagt, okay, Kevin hat nach dem Klassenwechsel 14 Stärke und so und so viel Beweglichkeit etc. Das heißt, es gibt diesen Fix. Wenn wir jetzt erst den Klassenwechsel später machen würden, würden uns quasi die Statuspunkte, die wir zwischen... Also, die wir jetzt kriegen würden, würden uns quasi verloren gehen, weil die Punkte dürften wir halt nicht nochmal neu setzen. Weil, es wird jetzt für den Klassenwechsel keinen Unterschied machen, ob wir mit Level 18 transformieren oder ob wir mit Level 75 transformieren. Aber die Status, die Eigenschaften bleiben die gleichen Werte. Deswegen müssen wir das direkt machen, weil sonst gehen uns sehr wertvolle Punkte verloren. Das ist noch ein Grund, warum man das direkt machen möchte. So, wie gesagt, es gibt mit jedem Charakter Licht und Dunkel. Mit Kevin werden wir direkt auf Dunkel gehen, logischerweise, weil Dunkel macht mehr Schaden, deutlich mehr Stärke und mehr Schadenspotenzial. Mit Lisa gehen wir auch Dunkel, weil Lisa mit Dunkel direkt Zugriff zu Debuffs erhält. Und die sind sehr wichtig, vor allem für Bosse. Am wichtigsten ist dabei der Defense, der Verteidigungs-Debuff. Sobald ihr den erlernt, wird jeder Boss eigentlich immer mit dem Verteidigungs-Debuff erstmal abgeworfen, damit er nochmal mehr Schaden kriegt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich gut. Und du hast Kohl-Pallett-Change. Und du willst sicher, dass du nicht machst A, weil wenn du nicht machst A, dann wählst du die falsche Klasse. Und Buddy, wir benutzen sie auch nicht, weil sie ist tot in der meisten Battles. So, und dann haben wir... Man muss ja sogar echt aufpassen, weil wenn man da einfach nur um A masht, dann wird man automatisch schlicht und das ist nicht so gut. Nicht, dass ich schon mal jemals aus Versehen Licht geskillt hätte. Okay, und da geht's jetzt weiter zum nächsten... Gottes Biest. Und dann haben wir eine We-Heal-Spell. So, das ist gut. Es ist nicht wert, wenn du es aus dem Weg machst. Ja. Es ist einfach zu schwer, weil sie immer sterben. Wir haben keine Armour, also sie haben einfach sehr vieles Abwalt. Das ist die Initial-Equipment, basically. Also, jetzt gehen wir zur nächsten God-Beast, die Land-Number. Und dann werden wir später noch mehr Stat-Breaking machen und ich werde später noch mehr in den nächsten Mal sehen. So, und ab hier wird's teilweise richtig, richtig hart, durch die Monster durchzugehen, weil wir werden ab hier eigentlich nicht... ...wir werden ab hier nicht mehr wirklich Monster-Böten zum Erfahrungen sammeln, sondern eigentlich kriegen wir nur Erfahrungspunkte durch die Bosse. Das reicht uns eigentlich völlig aus. Weil jetzt brauchen wir keinen Erfahrungspunkt mehr für einen Klassenwechsel. Und deswegen werden wir jetzt einfach, oder werden die beiden, ich sag mal wir, das fühlt sich gemeinsame, gemeinschaftlich an. Deswegen wird Aether jetzt hier einfach nur durch die Monster durchrennen. Allerdings machen die Monster halt, weil die ungefähr, also mehr als so hohes Level haben wie die Charaktere. Wenn die halt ordentlich Schaden machen, obwohl die aktuellste Rüstung da ausgerüstet ist. Also ich speedrunne das auch selber, jetzt nicht im Moment, aber ich hab das mal ne Weile gespeedrunnt. Also ich war so der Erste, der so, ähm, das außerhalb von Japan, äh, so gerannt hat eigentlich. Ähm, von daher, ich hab quasi so ein bisschen die Grundlage dafür gelegt. Ich hab aber, also ich hab, also ich hab, meine Zeit ist, glaub ich, immer bei 5, 26 oder so. Ähm, ist noch deutlich ausbaufähig, aber ich hab ein bisschen, äh, das Interesse verloren so in letzter Zeit. Aber eigentlich ist es ein cooler Speedrun, macht schon zumindest Bock, aber ist halt auch ein bisschen lang, und deswegen kann ich's auch nicht so immer machen. Und wie gesagt, von hier aus ist es halt jetzt, ähm, die Gegner sind sehr, 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 sehr nervig und auch sehr gefährlich. Vor allem, die, äh, diese Drachen, die immer diesen Salz von nach vorne machen, die machen ordentlich graden. Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, mit dem Klassenwechsel kriegt jeder Charakter auch eine zusätzliche, äh, Special Attack. Also, bisher war ja immer nur, man hat ja diese 4 Leisten, bei dem, also in jedem Fall, wenn man einen Gegner trifft, kriegt man ja 1, 1 Punkt da drin. Und ursprünglich war's so, wenn ihr 4, wenn man 4 Punkte dran hat, dann kann man diese Special Attack machen, und die macht dann doppelten Schaden. Und jetzt kriegen wir 3 zusätzliche Leisten, also wenn ihr jetzt seht, äh, unten und oben rechts sind halt Lisa und Kevin, ihr seht ja, die Leisten sind ein bisschen länger. Jetzt haben wir 7 insgesamt. Und wenn man die jetzt komplett auffüllen würde, dann würde man noch eine bessere Spezial Attack machen. Die ist ja meistens ganz cool animiert, und, äh, macht auch eventuell dann zum Beispiel Schaden an allen Gegnern. Allerdings ist die Power, also stärketechnisch, nicht stärker als die einfache Special Attack. Ähm, von daher macht es überhaupt keinen Sinn, ähm, die, also das bis nach ganz oben hin zu Chargen. Äh, deswegen wird er nach wie vor immer nur den einfachen, die einfache Special Attack benutzen, weil das völlig ausreicht. Uh, das ist ganz gefährlich, was er hier gerade macht. Ja, das ist schon, ja, der hat, ah ja, der gute Mann, also das ist schon, wenn der da einmal getroffen worden wäre, dann wäre das, glaube ich, ziemlich vorbei gewesen. Der Dungeon ist meistens nicht zu gefährlich. Um, um, wir haben meistens nicht Probleme, wenn wir es durch die ersten, die erste Statue kommen, wenn wir es nutzen. Wir haben noch mehr in der, oh ja, wir haben noch nicht zurückgekommen. Nein, ich werde jetzt noch Items abzurechen. Oh mein Gott. Äh, Items abzurechen. Hey, ihr könnt jetzt ja gut sehen, wie nervig die Gegner ja alle sind. Und das wird sich ab jetzt eigentlich durch das ganze, das ganze restliche Spiel ziehen. Ich denke, er wird mit Porto-Oils für den meisten Teil. Das ist, warum ich viel gekauft habe. Ja, das ist, warum er viel Porto-Oils gekauft hat, weil wir nicht, äh, wir haben Chocolates. Das ist eine ganz gefährliche Situation, wo ich gerade drinne. Okay, also, man muss absolut vermeiden, in der Ecke gedrängt zu werden von den Gegnern, weil dann ist es ganz schnell vorbei. Es gibt, es gibt jetzt nicht irgendwie, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wenn man einmal Schaden gefressen hat, dass man dann irgendwie für eine Zeit unverwundet ist oder so. Sondern, wenn man einmal in der Ecke ist, dann wird man komplett auseinandergenommen, normalerweise. Ähm, ich denke, er liegt ganz gut in der Zeit im Moment, ja. Also, ich bin, wie ich hab ja von Anfang an gedacht, dass 5.30, vor allem für die englische Fan-Translation, weil die ist halt auch ein bisschen langsamer, naturgemäß. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich glaub, dass 5.30 ein bisschen eng wird, aber, äh, könnte funktionieren. Ich denke, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, hier, aber ich weiß nicht, dass das Stat-Rick ist, also sehr wichtig für die Reise zu fahren. Ja. Wir kämpfen Land Number. Die Erde-Boss, wir können das, was die Siren Squad, das alles, was die Siren Squad ist. Ähm, alles sieht gut aus. Also, in einer solchen Bossen, wird man ein pattern sehen, wie es einfach nur Claw, Kevin... Nächster Boss, Land Umbar, Land Umbar, keine Ahnung wie der auf Deutsch heißt, ähm, eigentlich nicht, nicht so schwierig, also, benutzt er wieder die Donner, das Donner Element, weil er halt Erde, logischerweise, schwach gegen Donner ist und, ja, hau da einfach drauf, bis er kaum gefällt, der hat nicht so eine starke Attacke eigentlich, ist manchmal ein bisschen schwierig zu treffen, weil seine Hitbox deutlich kleiner ist als sein eigentliches Model, aber, ja, es gehört halt nichts, nichts anderes Schwieriges. Und dann wird er versuchen, So we try to do double specials and ideally not miss. Angela should be up there. Your character follows your main character sometimes. I don't know what's the double specials. For some reason the first double special didn't deal double special damage. Do you know what happens? Sometimes that will happen, even though you use a special. If you get a double special, not all the double special, not all the second hits actually do the proper amount of damage. It's really weird. But in general, this boss isn't too dangerous. You can do annoying stuff, and we don't have Carly, so we don't have the healer. We have to use Pot Oils because there's no more Chocolates. And the side effect of this is that it heals Angela, and so now she'll survive longer, which is less desirable. But one plus is that AoE spells are divided among targets, so the more targets are alive, the less damage you deal. So this is a desperation attack. Oh, that's lag. That's amazing. Yeah, super lag. So we know that he's getting at least closer. But yeah, so one good thing, like I said, is that he took less damage from the spells, because Angela is still alive. This song is pretty, pretty balling. I'm a fan. Yeah, I think it was just Angela hitting, and I don't know, I just hit him, it's really weird. So there you go. Yeah, one punch away from that. I missed like, I think Kevin missed like three times in a row. Yeah, he just wasn't connected. He was just dead there. That happens so often in this game. So now, like I said, by the boss can actually not so much happen, so we're going to do a waste of that break here, and it's a bit more important on the menu, but it's the most important on the menu, and then you use some wind drum on the plane, and not the bosses at the same time. So we're going to do a new, and we're going to do a new stat break here. We're going to do a new stat break here, so we're going to do a new stat break here. And what he's doing here is, Kevin got through the boss kill, he got a level up. I think he's going to do a new stat break here, but I think he had to do a new stat break here, so he got a new stat break here. Do you think I'm going to do a new stat break here? All right, so we're going to get Clammy's items to fight Dengard, the last one would be a level up. Ja, wir werden hier wieder zurück, bevor Dolan kommt. Also Aether wird in der End zweit bleiben. Der nächste Godbeast, der wir kämpfen haben, ist Dengard. Das ist die Godbeast der Wind. Und wenn du ein bisschen zu langsamer bist, deine Tage sind nicht zusammengehalten. Und du willst nicht Dengard gegen Dengard gegen Dengard. Weil Dengard ist der Spirit der Wind. Ja, wie ja gerade schon gesagt, er wird jetzt zweimal im Ende übernachten. Weil jetzt gerade war Jins Day und wenn er halt zu lange braucht, dann kann es sein, dass er den nächsten Boss jetzt an Jins Tag bekämpfen muss. Und da der nächste Boss der Luft, das Luftbeast ist, würde er an dem Jins Tag deutlich mehr Schaden machen. Und das wäre extrem schlecht, weil dann wird er... Ja, das ist dann eine gute Chance, dabei zu sterben. Und das Spiel hat vergessen. Wir werden so ein ähnliches machen, wie vorher. Während der Luftbeast ist, wir werden die Luftbeast zu töten. Wir werden ein paar Enemies killen. Und wir werden die Luftbeast zu denken, dass wir die Luftbeast zu denken. Und wir werden das einfach nach jeder Godbeast zu machen. Und wir werden die Luftbeast zu machen, um zu machen, dass wir die Luftbeast zu machen können. Und wir werden die Luftbeast zu machen. Ähm... Dadurch wird das Spiel wieder erinnert, oh, Moment, Kevin hätte eigentlich schon ein Level-Up kriegen müssen. Gehen wir dann immer ein Level-Up. Aber wie immer dauert das ein bisschen. Deswegen wird er da jetzt rausgehen, sobald er den Level-Up mit Angela bekommen hat, damit er das Spiel noch ein bisschen laggen kann. Jetzt rennt er komplett nach links, wird erneut die Lichtmünzen werfen. Ähm... Wie gesagt, normalerweise hat Kevin schon die ganze Zeit das Level-Up eigentlich bekommen. Aber er versucht das Spiel jetzt so lange zu verzögern, bis das Spiel einfach komplett vergessen hat, was Kevin eigentlich... Ähm... Für Statuswerte machen könnte. Oh... Ich hoffe nicht, dass Ender ist nicht gestorben. Oh... Okay, das ist noch gut, weil jetzt hat Lisa ein Level-Up bekommen. Es darf nur nicht Kevin ein Level-Up bekommen. Okay. Jetzt wird Kevin ein Level-Up bekommen, nachdem er hier reingegangen ist. Und das ist der Stat-Break wieder. Wie gesagt, da ist jetzt so viel Zeit wieder vergangen, zwischen dem eigentlich gedachten Level-Up und dem tatsächlichen Level-Up. Ähm... Dass das Spiel, wie gesagt, das jetzt komplett vergessen hat, was da jetzt ursprünglich geskillt wurde. Und deswegen wird er jetzt mehrfach auf Stärke skillen können. So, idealerweise werden wir 16 Stärke bekommen, bevor... ähm... äh... Zabel-Fair... 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 Ja, ähm, wir werden jetzt den nächsten, natürlich jeder Boss, den wir können. Ich will nicht, ob ich ihn evtlern kann. Okay, wir können ja wohl dann... Der nächste Boss, Dengard. Dengard ist, wie gesagt, das Luft-Biest. Ähm, und... Ist immer abgesehen davon, dass das meiner Meinung nach super geil aussieht. Also für Super Nintendo ist das... Also krass gute Animationen, einfach Design auch. Ähm, muss man diesem Boss quasi viermal killen. Also das ist... Man macht ein bisschen Schaden und dann geht's in eine andere Phase über. Aber es ist letztlich viermal die gleiche Phase im Prinzip. Ähm, hat außerdem... Mal wieder die besten Bossmusik, meiner Meinung nach, im Spiel. Aber ja. So, you have to rebuff, you have to re... Apply an Earthclaw to Kevin. You have to rebuff his ints. Ähm, so if we were to protect down, we would have to do this every single time as well. Ähm, so this Boss is really annoying. Ähm, and Flammy is like... Er möchte jetzt hier natürlich auch die Erd... Das Erdelement, ähm... Ähm... Auf Kevin jemals draufbringen. Und dadurch, dass es hier viermal... Also dadurch, dass es vier Phasen gibt, muss er leider auch jedes Mal neu buffen. Ist leider das nervige daran. Und... Und... If Faether can nail his Double Specials... Ähm... This Boss would go pretty... Pretty quick. But again, it's... It's laggy. So it can... It can be difficult to get the timing down on the... Double Specials. Well, dem kann ich nur zustimmen. Nichts. Nestside war am besten. Was soll man da sagen? Ähm... Ja. There we go. So, jetzt ist die erste Phase vorbei. Jetzt kommt die zweite. Jetzt wird's einmal... Horizontal. Aber sonst ist das eigentlich der gleiche Kampf. Muss aber sagen, Horizontal ist der Boss ein bisschen schwieriger zu treffen. Einfach weil die Hitbox ein bisschen komisch designt ist. Deswegen ist Horizontal meist... Also ein bisschen schwieriger als vertikal. Die vertikale Ausrichtung. Do-do-do-do. 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 Do-do-do-do, do-do-do. Do-do-do, do-do-do. It's good music though. So... true of that. This is going to be some physical... Yeah, Amp-Heart Party. So he's probably going to transition change again. Das ist eine große Dämmung. Es ist natürlich sehr leicht zu wissen, wie viel Leben der Mann hat. Weil er es alle 25 macht. Man muss natürlich stärkere Attacken kriegen, aber normalerweise haut man den Boss so schnell um, dass er eigentlich gar keine Chance hat, die letztendlich zu benutzen. Weil beide anderen gestorben sind, muss er jetzt einen wiederbeleben, weil sonst wird er nicht diesen Attack-Cancell-Glitch machen können. Deshalb müssen wir die Reviven. Und das ist warum, der aktuelle Co-Op ist eher wunderschön. Weil man diese Animation-Cancell-Glitch machen kann mit dem anderen Spieler. Also muss man alle drei Charaktere leben und mit der AI-Cancell-Glitch machen. Oh, das ist jetzt die letzte Phase. Er bufft sich zwar jetzt selber nochmal mit Beweglichkeit, aber das ist völlig irrelevant. Ja, das ist völlig irrelevant. Eine Sache, wie wir denken, ist, dass beide Spieler gleichzeitig nutzen können, um eine CPU zu LR oder AI-Cancell oder LR-Cancell. Um, wenn man zwei Spieler attackieren kann, dann könnte es vielleicht besser werden. Oder vielleicht kann man auch die Aufmerksamkeit haben. Das ist das für die Task. Ja. Aber wir haben nicht genau den Weg. Ich glaube, ich glaube, Rom, RomScout und Fluxel haben einen Co-Op für dieses Spiel gemacht. Und was passiert ist, dass ein Charakter ist Karlie und ist einfach tot. So ein Spieler war hier mit einem deaden Charakter und sie waren einfach mit der AI-Kanzel. So es ist quasi das gleiche, aber nur ein Spieler ist einfach aus ihrer Meinung. Ich denke, er stirbt, aber das wird mich nicht mehr, wenn er nicht stirbt. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Oh, das ist nicht gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Okay, okay, er hat... Oh, okay. Er ist tot. Das war super riskant. Das war... Oh, okay. Ist er okay? Okay. Ich kriege hier meine Atomfaktoren, das ist okay. Ich kriege mich nicht mehr, um, Attacks. Uh, really quick here. Um, so we are aware of a number of issues that people are having, donating from outside of the United States. And, um, we are currently investigating the issue, um, but I do not have any time frame as to when that will be resolved. So, hang tight. I know, obviously, since, uh, it's, you know, primetime in Europe right now, not the best thing to have happen, but I do apologize. And we do appreciate the attempted support, and hopefully you guys, uh, continue to, um, throw in all the support you can, and I do apologize that we're having issues, um, currently. But, uh, some special shout-outs for the couch, really quick. Uh, hey guys, Jenny here. Just wanted to throw in my money, as well as give a huge shout-out honks to the couch and SD3 crew. It is amazing to see this fantastic game getting some love in a bigger marathon, as well. Good luck on the run, and let's see Vic fight Neo X-Dev. Also, uh, ya hallo to the couch. Ya hallo, Jenny. And then another one from, uh, a certain squid-like person. When I see SD3, my hand automatically goes to the donate button. I press the button, and I feel I help all people in need. I'll be coming marathon world record. Good luck with your run, people, and nice shirt you got there, Farrell. Yeah, Ultraspoogie. Happy as, uh, a fellow Ultraspoogie member. And once again, we are working on fixing this problem as soon as possible, and thank you for your patience, everybody. Um, so, um, similar to before, uh, after we called Dangard, we got a level up, but since we were already on Flammy, uh, we didn't have to do anything. Snowman! Uh, but, in the previous screen, you might have noticed something a little weird, where Kevin leveled up, but Aether didn't actually kill any enemies. Um, this is actually another form of stat break that we'll probably use. Um, um, used in every situation. Um, 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 for some reason, uh, for some reason, the game, um, um, uh, God, okay. Um, when anything, when we have a level up stored up, and, uh, something dies. Like, the game doesn't care if it's an enemy or your ally. Um, it'll figure, it'll go through things again and be like, oh wait, you leveled up. Um, and that actually counts towards stat break as well. But what you do, so what we'll do is basically, uh, um, we'll go through, after each mana beast, we'll try to get on Flammy before the level up happens, and then basically let Angela die. And when Angela dies, we get the level up and get the stat break, ideally. Um, and so this is, like, that's my favorite part, is like, you just let your character die and somehow get levels and level up more efficiently. Like I said, here, I just want to go so fast without anything to be able to do. The opponent of his equipment, he's the ice fire beast, so we're gonna use, uh, Cerberus claw, fire claw. And he's actually really annoying. He has, uh, cycles that he can do. Um, he starts, uh, above the ice. And he'll go below the ice and cast spells. So he'll waste roughly 50 seconds, um, and then come back up. What you can do is, you, uh, each attack does about 300 damage and doubles deal 600. So Aether's gonna try to do double specials, um, and basically take him out before he goes underneath the ice, which is the one cycle. Um, so, the next boss, Figment, um, is the ice boss. He has, uh, two phases, um, and it's much more consistent if you have double specials. Und zwar macht er jetzt gleich ein paar Spells und wird anschließend unter das Eis verkriechen, wo man ihn überhaupt nicht attackieren kann. Es ist möglich, den bereits in der ersten Phase so kaputt zu machen, dass er quasi, dass man die zweite Phase quasi überspringt. Das wird locker mal zwei Minuten schneller dann sein. Ähm, ist aber extrem schwierig. Er muss da jetzt ein paar doppelt specials hinkriegen, damit er vom Schaden her da rechtzeitig hinkommt. Ridiculous. I don't actually know how much life this guy has. But obviously dealing with two, two, three, 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 four... Ähm, muss man jetzt mal schauen, ob er das hier hinkriegt. Aber macht bisher guten Schaden. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Also, es ist wirklich unheimlich schwierig, den in der ersten... Ah, schade, ey. Oh, he didn't mind up yet. Er... Er... Er hat, glaube ich, nicht viel übrig. Er hat schon wirklich viel Schaden gemacht. Und es ist, leider sehen wir jetzt die zweite Phase, aber... Also, wie gesagt, das ist unheimlich schwierig, den in einer Phase kaputt zu hauen. Ich denke, der zweiten-to-last-Jump, den er gemacht hat, Cammy hat so viel verloren. Ja, Bix fühlt sich ein bisschen schmerzt. Also, nicht genau wie es kann sein. Ja, so in theory, if you know that Figment is almost dead, you can start casting spells with Angela, because she does have Fireballs. Nichts Besonderes, einfach weiter gucken, gibt nichts zu den innen. Can't counter you. Ja, he'll counter you. And Figment's counters are really, really painful. They'll do a lot of damage if they can snowman your guys. And then when he comes back up, you're a snowman. So, you do not want him to counter. So, that's why you would only want to do that if you know he's almost dead. But he should... He'll probably mind up soon. And then die schon. Or just die. I can't believe that dude. Oh, man. Das ist echt unglücklich. Also, er hatte echt... I think that was like 300. 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 I think that was like 600. 600, 800 HP. So, he didn't even mind up, which is his desperation attack, which is very odd. But, so yeah, that's... But luckily, Aether gets to buy me and Bic some beverages later, because he missed the one cycle. Yeah, that boss is not getting the one cycle, just like a minute, roughly. Yeah. So, yeah, again, mash Flammy to get the... Be in the stat break state. So, we're going to go through the... Back to Mintos. This is going to be the last instance of shopping. So, he's just going to load up on all the healing items that we'll need for the rest of the game. And then let's bunny die and get more strength. Yeah, this is the last shopping trip we're going to do in the game. The rest is going to be just me going to the final dungeon after killing the last couple of mana beasts. Yeah. So, we're going to be putting a lot of stuff in the backpack. Again, this is going to be more stuff than you would need. Only one magic group. Thank you. There's going to be more healing items than you would need in Dark Lich or Arch Neiman, again, because you don't have Carly and you need other methods of healing. But it's not like we're hurting for money. So, it's really... We are going to buy more weapons and equipment. But in general, I'll probably be fine on that count. I don't have something else in my inventory. Oh, the Lightcoin. You still have the Lightcoin? Yeah. That's why the robe went to the backpack. I thought you swapped the Lightcoin out for the... No. Or something else though. Yeah. Yeah, there's something going on. Oh, the Sarenkoa... So, let's see here again the backpack and how you can sort a little bit of something out of it. Or depending on the need, what you need that for? Or... What's in comparison to the secret of mine? Is that a really good thing, if you can just give yourself a different item combinations for every boss? So, I'm going to go to the... And this is again... So, this part of the forest, at this point, it's not so bad. They can still wreck the Bunny, as you can see. Which is good, because we want her to die. But the character to... To Bic and... So, there you go again. So, now we're going to go to the... So, you can see, like... He's just... ...and yeah, the Gegner here are just a little bit weak. Allerdings is the... ...Mond-Turm, in which the... ...Mond-Biest then also... ...dort sein wird. Logically, they're also... ...gespicked with the... ...Werewolves, and these are... ...yeah, I have to say... ...mine again... ...mine again... ...but once we get to the Moon Tower, I think it's called. Hopefully take a safe to safe before that. I'm going to do it, yeah. It's the same one I took for Lugar. That one... That's the one the enemies get leveled up, and... ...but the Wolves just deal insane amounts of damage again. So, it's really dangerous, and very, very scary. So, that's why it's definitely advised to take a safety save here. Yeah, this tower is pretty bad. It's brutal. It's sort of a world-like problem. And basically all the... ...sort of the... ...sort of the... ...sort of the... ...and they can... So, it can be... Like, it's usually not too hard to get by them, but... ...they'll just kind of chill and hang out with you and punch you in the face. I think you are guaranteed to get Wolves actually. Yeah, it's 100%. The type of Wolves changes, I think. But you're going to get Wolves. The screen doesn't have any enemies, so you can chill. Coming out of the next couple of rooms, it's going to be filled with enemies, so... Yeah, and now the next stages... ...there will be the upgraded Warwolves again, and... ...and there you have to pay attention to... ...that you don't have to get completely lost from them. ...because, like I said, they make so much damage... ...and they can kill you... ...so they can kill you, if you're bad... ...if you have to react like I am. So here are still all of them... That's the Silver Wolves, that's even the weaker ones... ...and they make a lot of damage... ...and there are even more damage. Exactly. So like 60 damage a hit. Not as bad as Bald Wolves. So he's just going to menu glitch these Wolves. Nice power down. Alright, still dealing all of the damage to Kevin. So the Bald Wolves are the... I think they're pink or red with anger or blood. Probably blood. Is that their name? Nah. Yeah, that would make too much sense. Ooh. So... Thanks for the bunch. There they are. Purple, of course. Yeah, and there are the Bloody Wolves. Those are the red ones. And before them you have to... ...unheimish. And before them you have to not be careful. Yeah, that guy did like 200 damage. Or that might have been to Bunny. Ooh. Please, Eva. Please not. Please not. Oh, please not. No one else is alive. And he can't revive it. He tries to get out of the menu glitches. Also, if you want the entire menu glitches... ...nochmal, then... ...in principle... ...cancelt that so a bit the attack of the opponent. ...no, but you can get a bit of a bit of glitches. That works, unfortunately not always. So... I think one or two more. And then I can go... I'm ending this. Hello. Walking backwards. Let's see. Munda, uh... Okay. Should we find... Yeah, dude. Check out that damage. It's disgusting. But once we get through it, the boss is actually quite free. I'd send that... Don't land. There we go. He's got a signature move that you may or may not have borrowed from a different... That's true. From another source. Next boss, Dolan. Meiner Meinung nach, the best-line-teste boss. Also, der sieht halt schon... I find, der sieht einfach ziemlich cool aus. Es sitzt aber nicht sonderlich schwierig. Der macht eine Attacke, die so ein bisschen aus wie so ein Kamehameha. Die macht ein bisschen Schaden, aber ansonsten nichts allzu schwieriges. Ab hier funktioniert. Jeder Boss hat eigentlich immer gleich im Prinzip. Lisa haut sämtliche D-Buffs von ihr einfach drauf. Das heißt also Defense, also Verteidigung runter. Eventuell bei Bossen die zaubern auch Intelligenz runter. Oder sonst Bosse bei Bossen die nur draufhauen, Stärke runter. Ähm... Sonst was sie der Kampf. Das war die Ziele. In Defense, du kannst auch nicht so gut machen. So er ist jetzt die Ziele. Er ist einfach die Ziele right now. Er ist noch etwas zuяхentier. So ja, seine Ziele. Er ist ja, meine ich... Er kann so etwas gewidmerk за, aber es ist nichts man nicht alles zu heilen. Er ist eigentlich nicht so schlimm. Man könnte es mit der von der Beuge. Er ist wirklich... Er ist auch das 서�stelle. Und hier benutzt man auch, eigentlich bei jedem Boss5 von hier, benutzt man immer diese Protoeuts, weil die halt die meisten Bossen machen irgendwie Schaden auf die gesamte Gruppe, und man will halt dann logischerweise alle so schnell wie möglich heilen. Und dann Royal Syrups, oder ich weiß nicht was sie in diesem Spiel genannt werden, aber sie heilen voll. Also wir werden sie für wenn es mehr als 300 ist, die wir brauchen. Moonsaber. Thick fight, doch. Das ist wirklich gut, man kann eigentlich... So, Moonsaber ist... Oh, da ist Fire on the Moon. Ja, da ist die Kami-Hami-Hala. Ja, das ist wie gesagt so, die Attacke die am meisten Schaden macht, und... Ich glaube... Okay, Lisa... Oh... Ja, Lisa ist ja da jetzt überall drauf gegangen. Ist nicht ganz so schlimm, also es ist wichtig, dass Kevin nicht stirbt. Das nervige an dieser Attacke ist auch, dass die Max-HP runter setzt, deswegen hat Kevin jetzt auch deutlich weniger. Aber er war schon wieder fast tot. Oh, Mann. Good, good, good game. Thank you. So, yeah, Dolan is not bad at all. No, es ist nicht bad. Du kannst du debuff his magic first, du kannst du all damage mit magic, aber das ist es. Yeah. Only two left. Mhm. So, this one's really hard to stat-break. You gotta get out of the screen, because you can't call Lammy here. So, you would need to get all the way out before Kevin levels up, which we're actually gonna get. Mhm. Nice 16. We're not. We're not. What? Everybody is just chillin' at the entrance. Sam is just silly. Yeah, that's not a big deal. Like, we can still easily get 16 before Xeble Fair. If it doesn't happen, it's not a big deal. It's not a huge deal. 15 is completely alright. So, this next part is impossible to land on. It's impossible, yeah. And, uh... Oh, nice. Oh, I did it. We did. A lot of times, you just have to, like, go back and forth, because it's impossible to land. But this god-beast is one of the most annoying... Or, it's the most annoying god-beast. Um... Lightgazer. And the... The dungeon is actually pretty annoying, too. It's, uh, deceptively dangerous. Because these guys cast your damage, just lower your max HP. And then, uh... The next part is for, um... The light-beast, uh... The... The- 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 Genau, dieser Bild, der jetzt kommt, sind drei Hasen. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist durchgekommen. Das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt ausgerechnet die Attacke gemacht haben. Es ist auch eine generelle Strategie, sämtliche Statuseffekte einfach von sich wegzubekommen. Man muss einfach diesen Hammer zweimal benutzen. Das heißt, einmal wird man dann klein und dieser Status, dass man klein ist, dieser Mini-Status, überschreibt quasi alle anderen Statuseffekte. Und wenn man es in der Zauber benutzt, dann ist man wieder normal und somit hat man einmal quasi alles von sich abgewehrt. Ja. Every single enemy in this dungeon reduces max HP for some reason. Ja. There's actually an enemy in the Moon Forest. The Wolves can drop an item, where if you use it, it reduces the enemy's max HP by 16%. Oh, shoot. Okay. Okay, aber es ist jetzt so. Ich komme jetzt schon an den nächsten Boss. Ähm, Lightgazer ist auch ein ziemlich nerviger Boss. Der kann... ist nicht sonderlich stark. Aber das Problem ist, dass der sich... ähm, einfach random mäßig irgendwo hin teleportieren kann. Und immer wenn er wegteleportiert, wird er einfach für die Zeit lang immun und das macht er einfach sehr oft und es ist super nervig. Man kann es nicht wirklich beeinflussen, das ist das Problem. Er hat zwar verschiedene Svelts, die auch medium stark sind, aber halt jetzt nichts, was jetzt übermäßig krass wäre. Deswegen direkt Debuffs drauf und kaputt hauen. Ja, hier kann man perfekt sehen. Hier kann man perfekt sehen, dass so ein nerviger Boss ist. Wenn er nicht Teleportiert wird, dann ist er einfach zu spüren. Was ist das? Ja, du hast es. Okay, ich habe die Wälder-Damage gemacht. Du bist in 220? 210. Ich sehe, von dem Missing Strength point. Ja, wir haben nicht Missed-Strikt, seitdem wir die Stat Break gemacht haben. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, ja. He just... Thanks. Ja. Good boss. But other than that, again, he's not too dangerous. You just have to... You basically have to keep healed and just hope that he doesn't move around too much. Especially a lot of damage. I think I did magic down also, so I'm pretty surprised that I did so much. Ja, you did both debuffs. Defense and magic. Okay. Sometimes I'll use this a high scale here, just to boost you. Zuerst auch ab in eine ganz gute Sequenz von sehr guten Hits von Kevin hier. Er hat schon ordentlich Schaden hier gemacht. Oh, da ist sehr viel Schaden, das war extrem gut. Müsste eigentlich bald ins Gras beißen, hoffentlich. Okay. Okay. Wenn er anfängt sich selber zu heilen, dann ist er sehr, sehr nah dran zu sterben. Dann müsste es gleich eigentlich vorbei sein. Sneaky debuff. Hopefully we'll get him down before he uses Prisoner. Prisoner's an AoE attack that, um... His most dangerous attack basically does a lot of damage. Oh, there it's just Prisoner, taking off Bevel. Um, a lot of damage in the Minis here. Where does it wiggle you? I forget. Wiggle to do. Wiggle to do. Wiggle to do. continue to do. Okay, now you have to, as you saw before with the angels, you have to double uh- Also der Boss müsste echt eigentlich innerhalb der nächsten Hälfte haben, also... Ich würde mich jetzt sogar nicht wundern, wenn er jetzt noch nicht mal anfängt Kevin zu heilen, einfach nur weil... ...der fast tot ist. Äh, er lässt Kevin auf Niri, er will jetzt nicht die Zeit wasten. Wir müssten auch gleich eigentlich, hoffentlich. Bitte? Okay, das habe ich. Das ist echt ein bisschen komisch, also eigentlich müsste er schon längst tot sein. Which again, why is this possible? I don't know. Oh, he died. That's usually consistent, but... Yeah, sometimes it just won't stick. Ähm... Einen Schlag. Mein Gefühl. Yeah. Also das ist in der Tat korrekt, also er sagt das ja auch nochmal, aber... Er hat echt oft Pech gehabt mit dem Schaden, also... Er ist echt ein paar Bosse, wo er einen Schlag entfernt war, ihn zu töten, und dann der Boss hat noch irgendeine Blinden-Attacke gemacht oder so. So, jetzt haben wir schon sieben Gottesbiester, kaputt, jetzt fehlt nur noch einer, und das ist das Schattenbiest. Und wie gesagt, das Schattenbiest muss man als letztes machen, die anderen könnte man natürlich in irgendeiner Reihenfolge machen. Aber im Moment wissen wir auch gar nicht, wo das Schattenbiest sich überhaupt befindet, deswegen müssen wir erstmal... ... uns auf die Suche machen, wie wir dahin kommen. Dafür gibt's eine geheime Stadt hier. Die, die einfach einmal aufsuchen würden. Archdemon, Archdemon, Archdemon is fun with physical. Ja, it's not particularly useful, but, um, I'll just go with it. So, ja, basically no one knows where the last, um, uh, the... Mana, Mana Shard of Darknesses, Mana Crystal of Darknesses, even Shade doesn't know who is the Spirit of Darkness. So, basically, you have to come to this place, and, uh... It's really odd, because you notice that it was... It was, uh, basically empty, and then you come to this inn and leave, and suddenly... It's populated with people. It's not necessary to sleep, uh, I just did it because I had to set my cycle. Woosh. So, yeah, we just had to talk to some people. I'm gonna have to save up there, I'll do my shopping. Uh, so, uh, let's see if I can find the best, or, uh, the best way I can find it. Well, I can see. Well, I'm gonna wait for a little bit. I'll, I'll go back anyway. So, I need to go back anyway, so I can buy Bs. Und jetzt haben wir endlich mal so viel Kohle, dass wir sogar eine Waffe normalerweise für Lisa ebenfalls kaufen können, ich weiß aber nicht ob er genug Kohle dafür hat, ich glaube er hat da jetzt gerade nicht genug. Okay, also es ist nicht ganz so schlimm, wenn man die Waffe jetzt nicht kriegt, ob das jetzt wäre ein netter Bonus, aber halt jetzt hier nicht genug, es ist nicht so dramatisch. So, er hat jetzt hier erfahren, wo sich der letzte Gottesbiest aufhält und da wird er jetzt hingehen. Er wird jetzt, bevor er in diesen Tempel reingeht, wird er ein bisschen warten, bevor er da reingeht, dann wird er einen vernünftigen... Ach na, Moment, ich bin in der falschen Story, haha, mein Fail. Ganz vergessen, dass ja hier alles anders ist. Ich war gerade in der falschen Storyline, deswegen hab ich gerade kurz gestockt. Genau, also ab hier ist auch der Punkt, wo... Oder wieder ein weiterer Stat. Ähm... Ja, wo die... Der letzte Dungeon ist komplett anders, je nach Storyline, die man hat. Das heißt also, wenn man jetzt hier in anderen Characters wählt, ist alles ab hier völlig anders. Wow, und ihr seht schon, wie? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, ich glaube, er könnte trotzdem sagen. Ja, Ninjas ist etwas, was man so gut wie möglich vermeiden sollte. Ja, sie level-up. Was? Oh, okay. Big died, so... Bunny got the level up. We still need... Oh, das ist auch nicht gut. Ähm... Ursprünglich... Normalerweise sollte man eigentlich vermeiden, dass die Gegner halt irgendwelche Attacken kriegen. Das Problem ist halt, dass man nicht wirklich beeinflussen kann, außer wenn man die gerade verprügelt. Äh, deswegen ist es ein bisschen... So... Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das könnte tatsächlich... Ja, ich glaube, er ist tot. Es sei denn, er kriegt's hin. Ne, er ist tot. Das will er nicht hinkriegen. Es sind zwei Leute tot. Äh, das ist... Ass ist sehr unlucky, leider. Ähm... Das ist einfach ne Attacke, die man so nicht ausweichen kann. Ähm... Es ist, wenn die Ninjas, die haben einfach ne AOL-Attacke, die die ganze Party trifft und die zu dem Zeitpunkt tödlich ist für alles. Und im Prinzip muss man einfach nur hoffen, dass diese Attacke nicht machen. So behindert sich das an, aber... Ähm... Es macht jetzt keinen Sinn, nur für diesen einen Gegner, nur für diese eine Attacke, jetzt irgendwie fünf extra Level zu farmen. Deswegen muss man da einfach durch und einfach darum beten, dass die das nicht machen. Ja, und es gibt nichts, was man tun kann. Weil man nur mit dem Atacke schreitst. Ähm... Und so muss man einfach versuchen, jemanden zu retten. Ähm... Ja, okay, er hat's hinbekommen. Also nochmal, ich hab das am Anfang schon mal kurz erklärt, für die Leute, die da nicht da waren. Ähm... Wenn... Wenn man... Wenn ein Charakter stirbt, dann gibt's ne kurze Phase, wo er aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht bitte, das ist das Spiel, zwischen 0 und 1 HP hin und her switcht. Und wenn man genau im richtigen Moment ins Menü geht, ähm... Gibt es die Möglichkeit, diesen Charakter quasi vom Tod wiederzubeleben. Mit ganz normalen... Oh mein Gott, ich... Oh mein Gott, bitte. So, ihr habt das jetzt hier gesehen, alle waren auf 0 HP und sind eigentlich schon tot. Aber wenn man das jetzt... Okay, er hat's wieder hinbekommen. Nice. Es ist... Das ist nicht einfach, diesen... Diesen Save hinzubekommen. Wow, oh mein Gott, das ist so... So Unlucky gerade, das ist wirklich zu mir richtig leid für den. Äh, ne. Äh, Banana machen die nicht. Äh, das ist der... Das wäre der Dark Rabbite. Und den kann man auch nur machen in... Ähm... Äh, ne doch, die könnten den machen. Ähm, weil es ist ja Duran oder Angela. Äh, Angela ist der Main-Charakter, deswegen könnten die das machen. Aber... Der braucht nochmal ein bisschen andere... Äh... Andere Kaliber. So... So, this is... Again... The screen... Where it all went south last time. But the ninja was kind. And the two split-image attacks we were actually able to, um, recover from. So, it's all good. Okay. Should... So, we just have to hope, dass keine Ninjas mehr kommen. Das ist halt auch ein bisschen random, welche Gegner da sein werden. In the... Insiled Dungeon, holy moly. Neiiiin! Ich hab's... Ich hab's... Aufgesprochen. Ich hab's... Die nächste Maschine gedreht. Ich hab's... Oh, okay... Wie gesagt, er möchte jetzt, er... Er möchte jetzt ja eigentlich keine... Oh, Gott! Gegner mehr killen, wenn er denn jetzt hier durchkommt. Und dass das jetzt eigentlich gerade nicht wert ist, aber oh mein Gott, das ist so... Ah, das ist wirklich unlucky, also... Man muss auch sagen, dass die Dragon Emperor-Route auch die schwierigste ist. Was meinst du jetzt mit Verteilungssystemen? Die, like, the little sand waterfall, I would say. Oh mein Gott. Oh Gott. Ey, es tut mir gerade so leid. Das ist so unglücklich einfach alles. Because Xeblefur is the mana beast of darkness. And so all his slash her spells are more powerful. Uh, at night. So instead we, uh... More chocolates? Yes, actually. A couple of these. So we come during the day, because it's less dangerous. Hi, es kommt daher halt das letzte Mana beast. Xeblefur. Uh, das Schattenbeast. Und er will eigentlich zu dem Boss kommen, bevor es Nacht wird. Weil, logischerweise, weil es ein Schatten, das Schattenbeast ist, werden seine Attacken deutlich stärker, wenn es Nacht ist. Oh mein Gott. Das ist echt abartig. Das ist echt abartig. Das ist echt abartig. Das ist echt abartig. So, there's gonna be something interesting going on, that hopefully will work. Sometimes it doesn't exactly work out. So, Xeblefur besteht aus... Im Prinzip, es gibt zwei Phasen in dem Kampf. Die erste Phase besteht aus zwei Köpfen, links und rechts. Und die müssen beide halt erstmal gekillt werden. Sobald die Beide kaputt sind, geht's in Phase 2, wo das Hauptgesicht in der Mitte erscheint und die anderen Beiden auch wiederbelebt werden. Es gibt hier, das linke Gesicht kann ein bisschen ausglitchen und zwar, warum auch immer, wie gesagt, es gibt, also ich würde auch nicht so viele Sachen hinterfragen, weil es einfach manchmal keinen Sinn macht, wenn der rechte Teil down ist, kann es passieren, dass der linke Teil so verbuggt, dass er keine Attacken mehr macht, solange man nicht ins Menü geht. Also wenn man einmal ins Menü gehen würde, dann würde er wieder weiter Attacken machen. Das heißt, was er jetzt hofft, ist, dass er den rechten Teil kaputt macht und dann den linken so direkt zerstören kann, ohne ins Menü zu gehen. Logischerweise muss er auch nicht ins Menü gehen, wenn er keine Attacken mehr macht, aber es ist leider auch ein bisschen inkontakt, also es funktioniert nicht immer, aber... Okay, aber ich glaube er hat's. Ja, er hat's, okay, es funktioniert. Wie ihr seht, macht der linke Teil jetzt einfach mal gar nichts. So, als wir das töten, dann ist das nicht das Ende. Ähm, der echte Sable Fair ist in der Mitte. Ähm, so, jetzt kommt Phase 2. Und dann macht sie einen sehr körperlichen AoE-Spell. Ähm, ich denke, ich habe immer gewusst, dass es eine beiden Menschen einschaut. Also wir müssen hier ein bisschen rechnen machen. Ich glaube, ich sollte okay sein, aber Kevin ist... Ich meine, ich meine, es ist wirklich... Wenn die erste Attacken, diese Delta-Attacken, macht die... ...haut theoretisch ordentlich rein, wenn er nicht die Charaktere mit Magierresistenz gebufft hätte. So, und jetzt ignorieren wird Aether einfach die beiden seitlichen Gesichter einfach komplett ignorieren, einfach nur auf den Hauptboss draufhauen. Weil sobald der Tod ist, ist der Kampf vorbei, muss man sich nicht mehr um die anderen beiden kümmern. Es ist nicht so gut, um, nach dem Forced AoE-Attack, basically. Ideally, diese Anti-Magic ist, ja, auf Rydia. Ja, weil wenn es Bic hat, wir müssen Attack-Scale ihn wiederholen können. Weil Anti-Magic ist ein Debuff, oder es ist ein Debuff. Oder es ist ein Debuff. Der Kampf-Force ist sehr powerful. Was? Ja, toll. Nice. Ansonsten gibt es bei dem Boss jetzt nicht so viel zu beachten, ich muss halt immer nur aufpassen, dass er voll geheilt ist, oder möglichst voll geheilt ist, ja, ansonsten, ich sag nach den Debuffs kann der Boss eigentlich nicht mehr viel, außer eine Attacke, die jemand instantkillt, die er aber bisher zu mitten nicht gemacht hat. Und damit sind alle 8 Gottesbiester kaputt, jetzt gibt es noch einen finalen Dungeon. Die Boss-Refights, da sind ein paar Bosses, die wir re-fighten, und dann die Bosses, die wir re-fighten, als Aether talked about before, ist, depending auf die Storyline, und dann die Storyline-specific Bosses. Und dann findest du, dass du eigentlich bist, die Ani-Me out all along. Gentlemen, do you have a moment for a quick announcement? Ja, sure. All right, so I just got off the phone with PayPal Customer Service, and there is a problem with Nami being able to receive donations right now, so we are aware that there's a problem. Unfortunately, it may take some time to resolve. In the meantime, please, if you're willing to donate, please stick around, keep trying every, like, 30 minutes or so. We definitely want not me to be able to receive your support, but there may be some missions right now. So, jetzt sind wir in Mirage Palace. Ähm, ziemlich nerviger Dungeon, äh, letzter Dungeon, mit sehr vielen Abzweigungen und Fallen und äh, weiß ich nicht. Ist schon ein bisschen nervig, aber jetzt ist der erste Boss hier. Ähm, der Knight ist, hat so, sagen wir mal ein bisschen die ähnlichen Fähigkeiten wie die anderen Knights auch. Das heißt, der kann halt auch so ein Wirbel in der Attacke machen oder sich selber buffen mit irgendwelchen Elementen. Ähm, ja, genau das will man eigentlich nicht sehen. Ähm, das sind im Prinzip so ähnliche Fähigkeiten wie Duran, wenn man den Schmal gespielt hat. Ähm, was ist mein Lieblingsboss hier? Also meinst du jetzt in dem ganzen Spiel oder, äh, nur in diesem letzten Dungeon, oder? Also in diesem Dungeon wär's wohl, äh, Koron. Ich find, Koron hat so ein bisschen was Episches und er hat auch ne geile Musik dabei und äh, hat, hat schon was storytechnisch auch ziemlich Gutes dabei. Äh, sonst in dem ganzen Spiel, ähm, ähm, puh, schwierig. Wie gesagt, vom Design her, find ich, äh, Dolan halt, glaub ich, mit am besten. Ohhhh, Vacuum Sword, das ist nicht gut. Okay, zum Glück war auch voll geheilt, sonst macht das schon ordentlich wumms. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, vom Design her find ich Dolan halt ziemlich geil, aber ansonsten... Ja, was, was, was ist mein Lieblingsboss? Gute Frage eigentlich, ja. So, ja, dann, du siehst, again, du siehst, A.I. Cancelian R. Okay, um, ich find das ganz schön einfach geil. Was soll ich da sagen? So richtig, äh, Lieblingsboss in dem Sinne nicht, gibt's eigentlich nicht. Ja, okay, Kevin ist hier leider wieder gestorben, das heißt, er muss ihn wieder neu wiederblieben und auch wieder neu buffen, das ist das große Problem. So, rebuff, cause dieser Typ ist nasty. Müsste aber bald auch totzen eigentlich. Wie immer, versucht halt den in die Ecke zu drängen, so dass er die ganze Zeit mit Kevin draufhauen kann. Ja, perfekt. Das ist, wie Climactic Death. Most of the time, they do something else, um, have an epic death animation, but he just kind of disappears. Uh, you get more out of that guy if you play with Run. Oh, yeah, that makes sense. So, the issue, so, there's gonna be a lot of refights, um, for our bosses. Unfortunately, this, uh, this storyline dungeon is bugged, so I hope you like this song, because this is all we're gonna hear for the entirety of the dungeon. The other ones, for the refights, it does the boss music again, but this just, for some reason, this is, this, this is the music that you get to listen to. It's not like it's a bad song. Yeah, it's pretty good, yeah. Alright, did you get your Siren Claw? Yep. Uh, I'm gonna do it after Sanker. After I kill Sanker, uh, I'm gonna have way more, uh, space in my inventory. So, im Laufe des, um... Never a lot. Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Im Laufe des ganzen Final Dungeons wird er jetzt auch ein paar, Bosse wiederbekämpfen, die man schon vorher aus dem Spiel kennt. Also, es sind halt diese typischen Refights kennt man ja aus den ganzen... Uh... Okay, man kennt es ja aus, aus anderen, äh, RPGs, dass man halt einfach Bosse nochmal neu bekämpfen muss. Genau so ist es hier halt auch. Er wird jetzt drei Bosse nochmal neu bekämpfen müssen. Ähm, ich glaube, der erste ist Sanker. Senka, also das ist ja der Vogelboss, ja, aber direkt hier, ist leider auch ein Bug im Game, dass man jetzt keine Bossmusik hier gerade hört, aber. Äh, was meinst du mit dem WR gestorben, also ich meine, der WR, also logischerweise keine kompletten Game-Overs. Ja, ich denke, ich habe einen extra Klob. Ich kann nicht glauben, dass ich 200 klob. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht so gut bin. Ich kann nicht glauben, dass ich 200 klob. Aber ja, es ist die gleiche Sache, sie kann nicht so gut sein. Ja, ich kann nicht sagen, dass sie wiederkommt. Ja, gut Boss design. Wenn sie kommt, sollte er auch wiederkommt, bevor sie kommt. Wenn sie kommt, dann ist es. Just waiting für sie zu kommen. Potenzial, das ist ein Dramat. Hallo? Hallo? Senka wirklich ließ Aether. Wisst ihr, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich sie nicht so sehr interessieren kann, weil sie mich so schlecht trinkt? Das ist die Erdelement auf Kevin hat, macht der ordentlich Schaden. Müsst ihr jetzt eigentlich gleich drauf drehen, hoffentlich. Ach so, was die einzelnen Charaktere angeht, ja gut, wie gesagt, Angela wird einfach die ganze Zeit nur den Boden wärmen, weil das macht halt keinen Sinn, drei Charaktere gleichzeitig zu leveln. Das ist auch nicht effektiv genug. Von daher ist Angela die ganze Zeit am sterben, das ist einfach normal. Wie lange habe ich gebraucht, um das Spiel zu lernen? Gute Frage, sehr gute Frage. Ich meine, also mein allererster Run von dem Spiel hat, glaube ich, irgendwie acht Stunden gedauert oder so. Also da war schon, sagen wir mal, ordentlich Verbesserungspotenzial. Was? Habe dein Menü gewechselt? Ich kann nicht glauben, dass es passiert ist. Der Tag, Mann. Das war so was. Ich bin als eine, ich versuche mir das grundsätzliche Spiel so anzueignen und dann mache ich lieber Runs, als dass ich jetzt 20 Tage lang practice ohne einen einzigen Run zu haben, weißt du? Und deswegen lerne ich immer, also ich sag mal, ich hab bestimmt schon so einen Tag lang damit verbracht, komplett, oder mehrere Tage damit verbracht, die ganze Route auswendig zu lernen. Oder nicht auswendig, aber ich hab ja auch Notes dafür, aber zu lernen. Und dann fange ich aber lieber an, direkt einfach Runs zu machen. Einfach um ein bisschen mehr Übungen an allem zu kriegen. Deswegen habe ich halt nach und nach dann nochmal meine Zeit weiter verringert. Also das Spiel ist schon, also nicht ganz, also es ist schon ein bisschen anspruchsvoll, das zu lernen, auch gut zu können. Also grundsätzlich ist die Route relativ simpel, aber es gibt halt so ein paar Tricks, die man schon gut drauf haben muss. Das Attack Canceln dauert, dauert halt schon, bis man sich das ein bisschen dran gewöhnt hat. Und die ganzen Boss-Muster auswendig zu lernen, oder es im Kopf zu haben, was wann passieren kann. Ja, kann halt manchmal ein bisschen nervig sein. Aber ansonsten, wenn man das ein bisschen übt, dann kriegt man das eigentlich auch relativ schnell raus. So, der nächste Boss, den wir jetzt gleich hier wieder sehen werden, ist der Juwelenfresser. 306 Damals. Sie ist gut, aber sie ist gut. Sie ist gut, sie ist gut. Sie ist gut, sie ist gut. Sie ist gut, sie ist gut, sie ist gut, sie ist gut. Ich glaube, er wird nicht von einem Single-Songer genommen. Aber es ist auch nichts allzu schwieriges. Und hallo, Gammelmull. Wir werden uns schon langsam, aber sicher am Ende des Spiels. Aber jetzt kommt gleich erstmal der zweite. Es gibt, wie gesagt, drei neue Boss-Feier, oder drei Boss, die wir neu bekämpfen müssen. Die wir schon mal hatten. Wie gesagt, jetzt gleich kommt der Juwelenfresser. Deine Pajama ist hier mit einem Post-It. Kein Mann. Kein Mann. Kein Mann. Kein Mann. 100 ist eigentlich ziemlich hoch. Ich würde erwarten, dass es höher sein wird. Ja, klar. Ich bin eigentlich überrascht. Ja, es wurde gerade durchgegeben. Es sind 100 Mal jetzt Leute charakteriell gestorben. Was mir persönlich echt auch ein bisschen wenig erscheint. Ich hätte jetzt locker mal das Doppelte gesagt. Weil eigentlich Angela in jedem... Also eigentlich in jedem zweiten Screen auf dem Boden liegt. So, jetzt haben wir eigentlich seine Wege. Was ist... Leicht. Das ist halt so das Problem. Ähm... Aber naja, gut. Wie gesagt, wir können uns nicht groß mit Angela. Die ist eh eigentlich nur zum Heilen. Und sonst äh... Brauchen wir die eigentlich nicht. Und wie gesagt, gleiches Prozedere wie bei jedem anderen Boss. Kevin hochbuffen. Boss debuffen. Und draufhauen was das Zeug hält. Das gilt jetzt eigentlich für jeden Boss. Und funktioniert auch genauso gut. Das ist... Muss halt immer aufpassen. Ähm... Kevin so weit wie möglich hochzuhalten. Damit er nicht stirbt. Wie gesagt, wenn Kevin stirbt, dann hast du halt das Problem, dass er... Ähm... Alle Buffs verliert. Und das wäre hier ein bisschen fatal. Wie man jetzt sieht, macht Kevin ordentlich Schaden. Vor allem mit dem äh Donner Attribut dabei. Jawohl. Ich kann ihn wahrscheinlich auf der leften Seite sein, aber es gibt keine Guarantees. Das ist das, zum Beispiel. Hier ist es. Wo ist die andere Seite? Ja. Wir müssen jetzt sein. Vielleicht. Vielleicht ist er ein Block. Vielleicht wenn wir zusammen getrunken werden. Er war ja jetzt tot, okay. Aber wie man sieht, relativ straightforward. Nichts zu groß zu beachten hier. Jetzt gibt es noch den dritten. Dritte ist Full Metal Hagger. Das ist der allererste Boss, den wir im Game hatten. Das ist wirklich laggy. You could also, on Dark Lich, you have to refight Gorva and Goldervine, though. Very annoying bosses. You could actually softlock on Gorva. Yeah. On the refight, so. Probably why the Lerat hasn't gotten too much attention. You can avoid it, but, you know, it's more like a thing that you have to set up, instead of just playing the game. Yeah. To give an eye on the, on what your actions are going. Okay, we're gonna stay here. Man beachter auch, dass die Staaten mittlerweile keine Köpfe mehr haben. Spooky! Wie gesagt, er kommt gleich zum letzten Re-Fight von früheren Bossen. I don't blame you, I get lost on screen so they don't look anything alike. There are just a lot of, like, cliffs and stairs. There are three that look like these long. Oh man. Let's see what you're doing there. Yeah, the gang is very nervous, because there are directly three enemies. Man has to go there somehow. What's he doing? Yeah. I hope not, that the... okay, the adventist doesn't come back. That's good. Now comes the third boss. Sadly, we don't have his weakness, so it's just... Dude, look how long that took, just because of the fight, the screen is so laggy. But yeah, so it's just beat him down. Um... Actually, I want to use, um, attack down, because, uh, the splash attack is very damaging. Hey, play smooth. Oh, yeah. I mean, I just repeat myself, but... The same procedure. The opponent debuffed, Kevin buffed up. And then you've already done the base. Oh, man. That's so much. teaching other hooks... And I think you can even see that in the past now, why he's in Genesis with limits the best damage damage. That's this. Well, there really is nothing against me. Ah... The speedrun will take almost a load of control. Why not even a result, but it'll be more 팔 of charge. So let's say I beat Sepul plusieurs. Which is interesting. Because I've accidentally gotten them before. Even though he does the...the special animation, if you do not holding down B... Wenn du A anrufst, dann wird es nur reguläre Schmerzen. Aber manchmal, wenn du B anrufst, dann wird es auch reguläre Schmerzen. Es ist sehr weirrt. Es ist natürlich weirrt, dass du es in den ersten Platz machen kannst. Es sollte wahrscheinlich nicht zu überraschend sein, dass es weirere Dinge passiert. Der ganze Dungeon hängt von der Storyline ab, die man am Anfang gewählt hat. Wenn man hier andere Charaktere gewählt hat, dann hätte man hier einen völlig anderen Dungeon mit anderen Refights. Das Spiel kann man wirklich locker dreimal durchspielen. Für jede Storyline einmal, das ist kein Problem. Das ist halt locker mal so ein Viertel des Spiels, der komplett anders ist. Ein Viertel bis ein Viertel des Spiels. Er wird, glaube ich, jetzt den Erdbeam-Attacke machen. Er wird jetzt Lise, glaube ich, bei sterben. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber... Ja. Er wird endlich ein Punch, und dann gehen wir durch. Ich bin sicher, dass er hier auf dem ersten Abfall sterben wird. Wieder. Ja, hätte ich nicht gleich sterben, aber wenn er schon ein Auge verloren hat, dann ist er... Ich kann nicht so salzisch sein, wenn das. Ah, was war es? Es war etwa, wie, 900? 1400. Weil er 3 Speziale und ein Punch bekommen hat. Oh, das ist wahr. Das war nicht so schlecht. Schaut auf Kevin's Animation. und er ist wie Vic. Er ist flexing, Vic ist flexing, Mann. Damit haben wir jetzt alle drei Re-Fights fertig. Jetzt gibt es gleich nochmal... Es gibt zwei Bosse jetzt noch, um zu bekämpfen. Und das sind jetzt die obersten Bösewichte für das Spiel. Wir werden gleich endlich, endlich, endlich den Typen besiegen, der schon das ganze Spiel über verfolgt. Der Koran ist der... der ganz am Anfang Angelas Mutter und Königin quasi korrupt gemacht hat und uns aus unserem eigenen Schloss rausgeschmitten hat. Und wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, dass Koran der Ursprung des ganzen Bösen hier ist. Das ist mein Final save, aber es gibt zwei wirklich schwierige Teile. Ich würde sagen, sie sind schwieriger als die aktuelle Re-Fights. Die kommen gleich jetzt. Und die laggiest Screen im gesamten Spiel, ich würde sagen. In jeder Storyline. Oh, nice. Check it out. Okay... Ja, man muss immer aufpassen, die Zauberer machen halt ganz gut Schaden, aber... Okay. Hier gibt's halt das Problem mit diesem Dungeon ist auch, dass es hier sehr viele sehr enge Gänge gibt, so wie hier zum Beispiel. Und das macht's halt absolut einfacher, weil... Man kann halt sehr schnell hier einfach gecombot werden und dann kann man nichts dagegen machen. Das ist bei so engen Gängen halt umso schlimmer. Oh, okay. So, Elise, ist es ringen ein Freund? Haha. 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 She's lonely, you know. Her parents just got blown up by her. That's true. Alright, no magic. Just magic. Always lucky. Always lucky. Always lucky. Here comes... Ah, magic. That spell does a lot damage. Even though it's a level 1 spell technically, but... Still does a lot. You guys are such high level. Oh, baby. So, yeah, we're level... Yeah. You guys are level 46. Also, ihr seht schon, man... Oh, god. Man, man, man kämpft hier ständig an der Grenze zum sterben und, äh... Ja. We're level... Es ist auch gut, dass er hier heilt, weil wenn jetzt hier was kommen würde, dann, äh... Also, hier sollte er wirklich sehr vorsichtig sein. Und hier ist das, was ich meine. Es gibt so viele... So kleine Korridore oder einfach, wo man sich dort durchzwängen muss. Und dann kriegt man halt die ganze Zeit nur... Äh, einen mitverpasst von den ganzen Gegnern. Und das macht diesen... Dieses ganze Gebiet auch einfach extrem schwierig und nervig. Almost there. Uh, after this... The screen... Noch ein Beispiel gefällig? Guckt euch einfach das... Das ja. Ich meine, das ist... So, ähm... Ja. Ihr seht, was ich meine. Aber wir sind... Jetzt... Endlich... Da. Check out... Check out those awesome backgrounds. Yeah. Eeeeh... Totally worth the lag. So, Korrin... I hope you guys would look forward to this guy. Okay. Bunny fear. Alright. So, now it's a... Enemy rush. Survival rounds. Jetzt gibt's erstmal einen kleinen, äh... Vorab-Boss-Fight quasi. Wo er einfach ein paar Gegner auf uns schmeißt die ganze Zeit. Äh, I still have it. Which is very good. But it's not gonna last through the whole thing. I think... See, look at this lag. It's amazing. Like, I'm hitting enemies and the damage is not popping out. But there we go. And there's a level up. I have to... Random level up. Change him out of Werewolf just to put him straight back into Werewolf. And so he's trying to open the menu here. I'm trying to open the menu. But sometimes the game just doesn't like you open the menu. That's why, like, a lot of times during runs... I think it's the worst to break that out. But the game will go up and break that down. Um, of course you can see that we're having to get back together. And it's not that bad that we should be able to be able to break that down. But this is the game. And it doesn't like that, although it's very bad that we're not allowed to break that down. Well, hey, I'm not complaining. Oh, that does a lot of damage, if it hits you. Luckily, you hit the Angel also, or Bunny. Oh, only 27. Oh, the other ones do... Dragons are so much similar than the other one. There we go. Nice. It's not the old enemy rush, though. No, the next one is too good. We'll get another one. I hope you like survival rounds. So that's what's going to happen. Alright. Let's start porting into intelligence now. Let's go on 13. More cool spiral staircases for pathways. I think it's a bit easier to scale, just because there's more magic resistance. von diesem Dungeon. Was ist hier? Das war es. Okay, ein paar mehr Screens und wir werden da. Für mich haben wir Dragon Zombie. Und dieser Mann blockiert den Weg. Schau auf das Bild. Okay, er hat jetzt gerade... Da hat er jetzt echt Glück gehabt, dass er da jetzt so durchgekommen ist. Weil das ist eigentlich nur mit einer der gefährlichsten Bildschirme hier. Weil die zwei Drachen und der Ritter, die können einem schon mal... ...ordentlich einen mitgeben da. Aber jetzt sind wir auch gleich schon bei Corrin, endlich. Ja. Alright. Let's start here. Ich habe noch mehr. Aber ich denke, das ist so. Ich werde mit dem Survivalen. 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 Und da sind viele Arten. In dieser Seite. Und wir werden aufhören. Wir werden aufhören. Anzeichen. Und alle anderen. Er werden aufhören. Er werden aufhören. Und aufhören. Wir werden aufhören. Wir werden aufhören. Und wenn du aufhören. Mit nur einem Charakter. Dann... Du sitzt da und wirst. Also wir wollen einen anderen Charakter haben. Also... Hier sieht man jetzt gerade. Also... Man sieht es leider nicht. Aber ich weiß genau wie es ist. Also es ist gerade einfach mega viel lag. Es ist wirklich so. Wenn die Gegner irgendwelche... Special-Attacks einfach hintereinander rein. Ähm... Dann kann man manchmal auf die... Menü-Taste hämmern. Da passiert einfach gar nichts. Äh... Das ist wirklich... Sehr, sehr nervig. Äh... Wo du es gerade ansprichst. Äh... Das ist ganz witzig. Weil für... Eine sehr, sehr, sehr lange Zeit war... 444-44 der Weltrekord für das Spiel. Okay. Ah... War einmal ganz guter Richtwert. Und das... Äh... Das ist wahrscheinlich die Maschine. Die Maschine-Golden, die das gemacht hat. Die lieben die Maschine. Eine sehr determinante Plätze. Der... 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 Ein Moment ist nicht stark. Dieser ... Ist noch schwer, ich kann zu gehen. Also ich will auf den AT- Bad luck. Na ja, sollte jetzt hier Kevin immer eigentlich voll heilen, wenn es irgendwie geht. Weil wenn einer der beiden Gegner halt immer seine Special-Attacke macht oder einen Zauber-Caster, dann wird es schon mal mit uns halt ziemlich böse. Also unmuted, so I can't use Specials. Thunderbolt, again. And the Mage is casting also. So what I say, magic is very annoying. Not necessarily a strong thing, but it's very, very annoying. Especially magic that just mutes you. I don't know how to rely on AT-cancels here. It's a lot of damage though. Well we do have one donation that made it through. Oh, perfect. $5 from the Portlandian. Here's a pre-breakfast joke. Two whales are sitting in the bar. The first whale says... The second whale says... Go home Stan, you're drunk. Yo, the snowman! Yo, the snowman! As a reminder, we're still aware of the problem of PayPal not processing some of the donations and... We're still looking into it. We're still looking into Specials now. Find what I can do Specials now. Oh boy. Oh boy. I wonder if it's Bunny. I haven't seen anything in a while. Bunny is dead at the entrance of the door. Yeah, the last dungeon, the guided... ...holds, the dungeon... ...studie, that... ...些 insane... ... hast a bit of a problem with... ...and... ...how much with the storyline... ...also, the other storylines... ...have... ...he´ll tough for long... ...to be the final dungeons... ...so... ...how much... ...like... ...speak of... ...of the reason you need to do that... ...you need to kill three... ...and you need to kill three related bosses... ...and you need to kill three bosses... ...and you need to kill three bosses... Weil sonst geht's für ihn nicht weiter. Es ist quasi ein Fallenraum und die... ... diese... Es geht halt erst weiter, wenn er alles gekillt hat. Wie bei Season of Mana können auch nur drei Gegner gleichzeitig auf dem Screen sein, deswegen... ... sah es jetzt gerade ein bisschen lustig aus, weil er erstmal nach unten rennen musste und dann wieder nach oben, um die neuen Gegner zu spawnen. Also, sie sind langer Rhooms und um... ... und wenn du eine Gruppe zählst, sie sind als die anderen Gegner auf der anderen Seite. Aber wenn das der Fall ist, dann müssen wir viel mehr rebuffen. Ich meine, es wäre wirklich gut, um die Defense Scales zu bringen. Die Tech Scales sind ein Necessity, doch... ...unfortunately. Ja, als wir durch das... ...weil wir die letzte... ...weil wir die letzte... ...er, letzte... ...Dragon Emperor-Boss... ...die ist nicht der Dragon Emperor-Boss. Oh, come on... ...stay awake. ... ... es ist wahrscheinlich die letzte Level I'm gonna get. ... 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 This is all the lag that he's sprites loading. Look at this, this is very annoying. Like when he's casting, it just goes absolutely crazy with the attacks. Yeah, then he just stays still and then he just wail on him. Alright. Luckily with all the debuffs applied to him and the buffs applied to ourselves. Spells are too bad. It's just one spell that does a lot of damage, but hopefully he doesn't do it. So this is a good spot to trap them in? Yeah. Just kind of pin them down here. Nice. They got a lot of damage there. At least using their special, which is very bad. Okay. He tries to throw the boss in the corner, but sometimes teleported. So that's why he can't make it so... ...much as with other bosses. But as I said, if you have the intelligence on the boss, it can't happen so much anymore. This is probably the attack that the most hurt. Yeah. A gigantic one. Um... But you must survive with the Magiris and the buff. It's just like a decent amount of damage. But it's not enough to kill me. But it's not enough to kill me. I think he killed Bunny though. If you have the debuffs and you don't have the buffs, then it's much more dangerous. There we go. Let's go in. Nice. Check it. He just jumps. There's your epic death. Good account. Alright. So... So great. We're heading out to the final boss now. I'm gonna have to grab a couple of items because I ran low. But that's it. Look at Microworld. He just committed suicide. He just uses Dark Force on himself. It's crazy. Alright. We have a couple of cutscenes coming out here. It's not... It's like the final cutscenes in this drawing. Alright. So I have to go back first. You gotta restart? No. I have to trigger a cutscene here first. Oh yeah. Here. Yeah. Turns out Bunny's mother is not dead. And the one who died was probably a fake. And there you go. Happy ending for Bunny. Alright. So... Yeah. Here we are now, that the mother of Angela is not really dead. It's all an illusion. It's all from Corrin. And of course... I'm gonna restock a couple of healing items. And we're gonna fight the final boss. To 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 fight the final boss. Okay. So here we go. Check out that turning around flaming. Alright. I'm stuck with chocolate and... a couple of revive items. Just in case, and also... And also... I'm gonna stop you over here. I'm gonna stop you off again. Because... I think he just disappeared a bit more. Actually he wanted to... But that's a bit more CG on my mind. But that's how I said.. The marathon would definitely be the same. It's just a bit strange if... RPG 2017. Theoretisch kann man halt versuchen, möglichst viel zu sparen auf dem Weg, aber man läuft halt unheimlich viel Risiko, dass man da einfach weit drauf geht. Und von daher gehe ich da definitiv mit konform, dass man hier nochmal einfach nachgeht und dann guckt, okay, lieber nochmal ein bisschen was nachholt von den ganzen Items. Ist jetzt auch nicht der große Umweg, von daher. Aber Monoholio Land, es ist immer noch Nacht. Ja. Ja, an diesem Punkt im Spiel. Es ist alles ein Running-Gag, das stimmt ja. So, wir gehen zurück ins Mana-Land und man sieht hier schon, dass es sehr komplett zerstört, beziehungsweise man sieht, dass alles ein bisschen verdorben und verrottet ist. Was natürlich nichts Gutes für den Mana-Baum heißt. Es dauerte 5 Stunden. Du hast den Rund durchgebracht, du weißt? Die Gegner hier sind extrem nervig, diese Shapeshifter. Nicht nur Level 49, das ist natürlich deutlich höher als das Geschäld. Gerade jetzt möchte ich mal eine ganz kurze Pause machen. Ich weiß, ihr könnt euch das von deinen Casual-Playthroughs kennenlernen. Wir gehen durch. Wir gehen durch. Es ist eine Forced-Fight. Aber das ist einfach nur das, dass wir einfach nicht vergessen können. Mhm. Wir werden die Spiel auf die Spiel, wahrscheinlich auf Level 32. Wir werden die anderen einfachen napsen. Und dann gehen wir direkt auf die Final Boss. Ausfall. Ich werde jetzt auch einfach weg und dann einfach wiederweg zum Lasten-Boss gehen. Es ist sehr schwierig für mich zu die »Dragon-Empere« zu sterben. Aber du kannst es immer wissen. Wir haben dann nur gleich gegen den letzten Boss. Ich will wieder denouvenzigen Enemy Rush im Callen. Der Enemy Rush? Ja, das sind die Forge-Fights. Das sind die Shape-Shifters. Das ist das gleiche wie vorhin. Die werden vielleicht sterben, und die Spiel wird einfach geändert werden, und sie werden ihre Leben zurückfüllen. Die Aether werden einfach öffnen um die Spiel zu erzählen, dass sie tatsächlich sterben sind. Und dass sie sich sterben müssen. Wenn Sie nicht das machen, dann werden sie einfach transformieren. Ja, über und über. Wenn sie eigentlich sterben, dann werden sie einfach wieder zurückführen. Okay. Ich habe noch zwei mehr Strings zu gehen. Danke, Shape-Shifter. $5 von Kilianni. Kilianni. Wir, die Turtle-Honking-Commite, wünschen DMC Aether die Best of Luck für den Ende der Run. Vielen Dank für die Unterstützung von Turtle-Honking. Danke, Kilianni. Danke, Kilianni. Danke, Kilianni. Danke, Kilianni. Danke, Kilianni. Du hast einen FFZ-E-Mote, SD-3-Honk, das ist Booskaboo. SD-3-Honk. Das ist Teil des SD-3-Honk. Das ist Teil des All right. So, hoffentlich können wir die True-Cycle hier auf Dragon Emperor. Das ist Teil des Schweres. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist die Final-Bus. Das hat die meisten HP aus den drei. Das hat 55k. An Archdemon in der Mitte. Dirklich mit den Lowest HP Boss. Final Boss. All right. So, I'm going to start debuffing the fight debuffing him, of course. And then I'm going to try to nail all as much double specials I can, which is, like I said, a three-frame window. So, we'll see what happens. I'm going to keep Redia and Bic alive. Of course, Bic's going to try to beat Dragon Emperor by himself. Punching him into that. But he's going to hang out on the sideline. Yes. Indeed. Okay. Can you guys talk this in all caps? All right. Here we go. Rude. I know this is not the true music Craig you guys a moment, but I like this tune also. Yeah. The last two tunes are pretty, pretty good. There we go. Here is my defense. Ooh. Ho ho. Nice. Luckily, I opened the menu with good timing there. All right. It's necessary. I have to do back down. Nice. All right. Now, I just have magic down. It should be good. All right. So, Bonnie's going to take a nap. Probably. I want for her to take a nap because I want to kind of reduce lag, you know. And stop missing because I'm... So, that'll kill Buddy. That'll probably kill Buddy. Not very much damage, but... Oh my God. The misses are real. Spiral? Spiral Moon. Hmm. That's really bad, actually. Uh... Reduces your max HP. Max HP, yeah. So, I'm going to be... went from 600 to 480? Yeah. For the whole fight, I'm going to have that on. It should restore after the phase change, right? I'm not sure. It does emerge, even. Okay. Then, it should... Or at some point, it restores. Wow. That has not been an accurate attack for him. Oh, he's someone special. Yeah, that can happen sometimes, too. Uh, while you're trying to double special, or even... Normally. Look at that lag. Oh, he will. Sometimes your AI companion will use your special bar instead of hers. Which, obviously, is not good. I don't know. Missing some level specials here. Yeah, just attacks in general. It's pretty special, alright. Just, in general, missing... Like... How many misses, dude? So much. Mughal Sentinels. Shouts to Mughal Sentinels. But, those that don't know, Mughal Sentinels is my mana relay team. My mana relay team was the last mana relay team. Then he's gonna go down to the bottom. I'm probably not gonna get the good cycle, because I miss so much. Ideally, he comes down here, and the hitbox is super awkward, and you can't actually see your characters at all. No. No, I'm gonna have to go in, like, really blind. We should survive. Maybe. Um... And then I'll go back up to the top, and then ideally, you'd kill him at the top again. Um... But if... With all the misses, and missed double specials, I hope he might go back down to the bottom again. Vic's getting eaten, dude. This guy's hungry. Oh, nice. There we go. Uh, they did not get their life back. Alright. This could be a, uh, wonderful cycle. This looks very menacing, by the way. It does. There's quite a bit of damage. It does quite a bit, but... I think they didn't restore my full HP back. Yeah, they did not. Mm-hmm. Oh, what? Nice. Come on. Good lord. I need a bubble, though. Too busy dancing, man. Check those moves. If... Oh, though. ...Ridio should be okay. Alright, I'm gonna revive her. Oh, nice. Oboe's dead. She tanked the hit, though. Alright, this attack just, like, quite a bit, but... Not that menacing. It looks like... Oh, my God. It's been exploding, though. Yeah, the deep, the... Again, the debuffs and buffs, uh, come into play there. So, probably, uh... Yeah. Alright, there we go, dude. So, that's his desperation attack, so... Mm-hmm. Get ready on time. It'll be probably another... Bit of time, but he's coming close. It's... It's a pretty good time. Just in case... He just has to... Bite me. Oh! I missed so much. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. This is a spell that if Figman uses it, it can snowman you, I believe. Oh, sorry, Leute. I just had a mini-notfall. I just had to take care of myself. Um... Uh... Uh... There's also a tiny little different. Um... Uh... 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 Wir müssen ihn dann Zauber benutzen, aber da wir komplett auf Magie verzichten, ist das eh völlig irrelevant. Ja, er ist so nah. Ein Schluck? Das war schon wieder so Wahnsinn. Ja, und das war's. Guter Run, alles in allem, richtig guter Run. Nur einmal außerdem gestorben, das ist absolut unglücklich passiert. Also alles in allem kann man da wirklich sagen, guter Run von beiden. Sowohl Farah als auch Aether haben wirklich das gut gemacht, haben die meistens Lad Breaks.